Dadurch entsteht, dass beim Akt die Frau oder der Mann beim Akt auf dem Rücken lag. Entspricht das der Wahrheit? Ich möchte das wissen. Das ist ein Sahihadis aus Muslim, von ihm war Muslim. Vielleicht muss man der Helly Hansen das mal sagen. Nicht, dass du auf einmal mit deinem muslimischen Mann dann auf einmal einen Akt vollziehst und dann besteht eventuell die Möglichkeit, dass dein Kind schielend zur Welt kommt. Also leg dich bloß nicht auf dem Rücken. Stellt euch mal vor. Hallo. Hallo. Gott segne dich und deine Familie. Ein bisschen Deutsch. Ah, ein bisschen Deutsch. Sprichst du Englisch? Ja, yes, I speak English. You too? Yes, do you want to play? Huh? Do you want to play? 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 You learn good English, huh? Play, match, make match, play. This is the only thing that you know, huh? You're on TikTok. Let's play match. Go and repent from your sins. Go and repent and come to Jesus Christ. He loves you more than anybody else. Okay? Go and read the Bible. Okay? Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Was? Oh, Herr Jesus Christus, habe Ihre Seele gnädig, Herr Jesus. Bitte sei gnädig zu ihr. Habe Gnade an ihr. Da sage ich, gehe und bereue deine Schuld von dem Herrn Jesus Christus. Er liebt dich mehr als alles andere. Sie guckt mich nur noch an. Fuck you. Richtig verstörend, Herr. Das kannst du keinem erzählen, Herr. Hören wir mal weiter, was Heidi Henson sagt. Guck mal her. Reden CDU-Politiker davon, dass es immens wichtig sei, Staat von Religion zu trennen. Die CDU heißt aber ausgeschrieben Christlich-Demokratische Union. Ja, aber die haben ja nichts mehr mit Christlich zu tun. Und außerdem ist Christus ja kein politischer Führer, meine Liebe, Herr Jensen. Christus ist kein politischer Führer. Das ist einfach nur ein Brand, den sie sich gegeben haben. Christlich-Deutsche Union, oder wofür das auch steht. Was hat denn Christus mit Politik zu tun? Als sie den Herrn Jesus Christus versucht haben, zum König zu wählen, hat er gesagt, ja, wacht mich zu eurem König. Nein. Er ist weggegangen. Er ist nicht dafür gekommen. Er ist dafür gekommen, dass die Menschen eine Entscheidung für ihn treffen, Buße tun, umkehren und gerettet werden. So, ich komme sofort wieder. Einen Moment. So, meine Wundervollen, da bin ich wieder. Ja, also, wenn sich jemand diesen Brand gibt, heißt es noch lange nicht, dass da irgendwas Christliches auch drin ist. Nicht jeder, der sagt, Jesus, Jesus ist auch Jesus drin. Das muss man doch unterscheiden können. Du als erwachsene Frau, da erwarte ich doch ein wenig Klarheit in deiner Birne, dass du unterscheiden kannst. Wo Christus drin ist, wo Christus draufsteht, heißt es doch nicht, dass Jesus auch drin ist. Sonst würde der Herr ja nicht sagen, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird den Zimmelreich eingehen. Guck mal, das ist so typisch, diese Konvertiten, die auf einmal anfangen, Videos zu drehen und sich irgendwie so profilieren und zeigen, ja, ich habe auch Ahnung, ich weiß auch, wovon ich rede. Das ist gar keine Ahnung, gar nichts. Herr Jensen, bist du nie beim Kickboxen geblieben, ey? Was ist das überhaupt für ein Gedankengang? Wie kann man überhaupt so denken? Bevor man überhaupt ein Video hochlädt, fragt man sich nicht allen Ernstes, habe ich überhaupt richtig hier gedacht? Oder nicht, ihr Lieben? Wieso guckt man sich sein Video nicht nochmal zwei, dreimal an und überlegt oder denkt darüber nach, ob das, was ich gerade hochgeladen habe, auch Sinn ergibt? Nein, da hat man den ganzen Tag nur alle Krimbitsch im Kopf. Vielleicht hat sie nur an alle Krimbitsch gedacht, wer weiß. Vielleicht hat sie ja noch keinen Mann und steht unter übelster Begierde und dann macht sie alle Krimbitsch. Was soll das, Mann? Geht um Manipulation der Zuschauer. Anscheinend ja. Das ist ja heftig. Guck dir das mal an, das ist doch kein gesunder Geist mehr. So sagen die Politiker, wir müssen Staat von Religion trennen. Jeder Steuerzahler in Deutschland muss aber weiterhin Kirchensteuer zahlen, wenn er das nicht offiziell abmeldet. Ja, genau. Der kann es ja offiziell abmelden. Ist das im Islam auch so? Kannst du offiziell die Sakkat ablehnen? Nein! Die werden dich nackentherapieren. Das ist ja das Heftige. Der Abu Bakr, der ist losgezogen, hat die Menschen ein nach dem anderen nackentherapiert. Das könnt ihr mal nachlesen. Die großen Rinderkriege, als Mohammed gestorben ist, also als Mohammed gestorben war. Und auf einmal in Scharen die Araber vom Glauben abgefallen sind und keinen Sakkat mehr bezahlen wollten, einfach nur noch so leben wollten, wie sie wollten. Hat der Abu Bakr, ist er losgezogen und hat die Leute ein nach dem anderen nackentherapiert. Wegen der Sakkat. Und da kommt so ein gehirngewaschener deutsche Konvertitin und sagt, ja, also, siehst du, wenn man sich nicht offiziell abmeldet, das ist ja dann irgendwie wie so Zwang. Guck dir das mal bitte an, was für ein Zeug es da von sich gibt. Wie geht sowas denn? Als erstes hättest du dich hinsetzen müssen, über Nachdenke, was das überhaupt für eine Religion ist. Du hättest dich tief mit der Materie auseinandersetzen sollen, und dann eine Entscheidung treffen, aber nicht aus irgendwelchen Emotionen eine Entscheidung treffen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist so eine Frau, die aus Emotionen eine Entscheidung für den Islam getroffen hat. Ja. Buongiorno. Buongiorno. Tutaposto. Gott segne euch. Fratellos und Fratellas. Meine Italiener, meine Itakas. meine Bellos und meine Bellas. So meine Bellas. die Weisheit zu erfreuen. Gott sei Dank haben wir. Jetzt wäre es morgen. Was könntest du denn immer wieder reinziehen, ne? Es wird nie langweilig. Tausendmal gehört, es wird nie langweilig. Nie. Ja, siehst du? Mit Dr. Scheer, aber wie ist immer Spiel, Spaß und Spannung. 3,83. So ist das. Den Lacher immer zu haben. Ja. Immer zu haben. Ich wollte mich fragen, du wolltest jetzt mal die Suche, aber suchen 29, an Kabut die Spinne. Ja. Da habe ich mir das bisschen durchgelesen bis Vers 28. Da sagte Lot zum Beispiel ist er kurz vor und ich erinnere mich daran, als Lot zu seinem Volk sagte, wahrlich, er begegnet eine Abscheuligkeit, die niemand vor euch in der Welt nie begangen hat. Also will Lot damit sagen, es gibt mehrere Welten im Islam oder was? Oder wie soll ich das verstehen? Nein, nein. Was der bevor, bevor, ja nee, das ist ja das, was der Lot da praktiziert, was diese Leute da praktiziert haben, dieses Volk von Lot. Deswegen sagen die Muslime auch zu Homos Luti. Muslime, ein Muslim, was er von Luti heißt. Ich weiß, ich weiß, es ist Luti, also dann. Und was in den Welten, also die haben die politischen Schändlichkeiten getrieben, was er bis vorher dazu noch nie gesehen hat, damit das würde damit ausdrücken. Ich weiß, die haben diese homosexuelle Scheiße da gemacht, ne? Diese Abscheuligkeit. Das ist auch krass. Wenn man sich immer weiterliest, hat es immer schlimmer, ne? Die Suche 29. Einfach nur Ekelhaft. Ja, ich frage mich allen Ernstes, ich frage mich allen Ernstes, wenn die Muslime damit ein Problem haben, Humus von Dächern und so, ihr wisst ja, was sie da machen, warum werfen sie dann nicht selbst Mohammed und Omar auch von Dächern, zum Beispiel, die sogenannte Humus in ihren Häusern drin hatten und sie rausgeworfen haben. Guck mal hier, das ist heftig. Ja, das ist recht, du weißt, also eine Kollege von Mohammed hat den Bauch geküsst, ne? Ja, nicht nur das, stell dir mal vor, die Muslime würden sehen, wie ein anderer Mann sich den Bauch von einem anderen Mann küssen lässt. Was meinst du, was sie davon halten? Ja, guck dir das mal an, hier, guck mal, Saibuchali 6834, Mohammed und Omar ibn al-Khatab warfen gleichgeschlechtlich verkehrende Männer aus ihren Häusern, heftig, ne? Da waren in ihren Häusern waren diese Lutis, also Humus. Heftig, aber suchen den Humus dort. Du hast mir, glaube ich, früher ein Live-Team von dir ein Dings vorgelesen von, wer ist der? Dieser Christian Prince für sein Buch, hast du ja vorgelesen, was damals die ganzen Imame gemacht haben, der Ding, der Ding, der Punkt, der andere. Ja, genau, ja, genau, Jazeed und sowas, ne? Der Vater von, wow, Johann hast nicht gesehen, der Wahnsinn. Einfach ekelhaft. Ja, das ist heftig, ne? Also da gibt es eine sehr, sehr große, ähm, sag mal schnell, eine, ja, eine große Quelle, die das so auch belegt, ne? Dass da homo-parte sind. äh, verstehe ich, Armin, ja auch nicht, was die gegen diese Drag Queens so haben. Das ist Gott auch zum Beispiel. Was habt ihr gegen Drag Queens? Genau. Was habt ihr gegen Drag Queens? Kennst ja diese, vor damals diese Reportage von dieser eine Frau, die gemobbt wurde, kennst ja, ne? Ja. Okay, mein lieber Gott segne dich schon in der Familie. Ja, Armin, wir sehen uns. Ciao. Macht's gut. Ciao, Johan. So, weiter. Was hat sie noch zu sagen? Schauen wir hier. Allah kennen und lieben lernen. Das ist etwas, was als allererstes dasteht. Wenn wir den Islam annehmen oder wenn wir uns revertern als gebürtige Muslime oder wenn wir konvertieren als vorher nicht-Muslime, dann ist es als allererstes, mal abgesehen vom Koran. Wie heftig sich das anhört, wenn eine Frau über den Islam, sowas ergibt ja null Sinn, wenn eine Frau sich für den Islam entscheidet, Werbung macht für den Islam. Was für einen Sinn ergibt das denn? Eine Frau hat ja überhaupt keine Rechte im Islam, oder nicht? Wird sie mit Ehren behandelt oder was? Nein. Wird nicht mit Ehren behandelt. Ex-Muslim. Ja, mein Schatz. Ist das wirklich? Ja, klar wenn ich das, Mann. Oh mein Gott. Nein. Jetzt kommt der nächste. Ich dachte, das wäre eine Frau mit Bart, aber das ist ein Jungen. Nein, nein. Hey, Allah. Entschuldigung, aber das war heftig gerade. Ich kann nicht mehr, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn los los hier auf dieser TikTok-Plattform? Muslime feiern nicht so. Die lieben mich, was meinst du? Immer wenn ich auf die Treppe Ex-Muslim. Hey! Ich sage, ja, hallo! Hello! Hi, ja. Ja, der Ex-Muslim, genau. So. Hör mal weiter. Guck dir das mal bitte an, wie das sich anhört, wenn die so Werbung für den Islam macht und was sie für eine Sichtweise von Allah hat. Schau dir das mal bitte an. Allah sagt, dass die Frauen ein Saatfeld sind und der Mann zu seinem Saatfeld gehen kann, wann auch immer er will. Guck dir das mal an. Mal abgesehen von der Sunda, der Sirah, des Propheten, sallallahu aleyhi wa sallam, das Allerwichtigste, Allah subhanahu wa ta'ala, kennen und lieben zu lernen. Weil nur dann, wenn wir ihn lieben, dann machen wir auch. Nur dann, wenn wir wirklich nichts anderes wollen, als ihm nahe sein, dann machen wir alles mit Freude. und der Islam ist die freiwillige Hingabe. Die freiwillige Hingabe. Habt ihr das gehört? Der Islam ist die freiwillige Hingabe. Deswegen ist der Mohammed losgezogen mit den Sahabern und hat die Menschen vor die Wahl gestellt. Weil das eine freiwillige Hingabe war. Seht ihr, was sie macht? Seht ihr, was für eine Gehirnwäsche diese Frau verpasst bekommen hat? Und wenn ihr jetzt versucht zu erklären, dass die gesamte islamische Geschichte darauf beruft, dass der Mohammed die Menschen der damaligen Zeit zum Islam gezwungen hat, dann sagt ihr, nein, das stimmt nicht. Das ist nicht so. Obwohl die Schriften voll sind, der Koran, alles. Schau dir das mal an. Diese arme, arme Seele. Arme Seele. Arme Seele. Arme Seele. Und sie reißt ja zigtausend von jungen Mädels mit in den Abgrund. Ist das zu fassen? Sie reißt arme, unschuldige Seelen mit in den Abgrund, weil sie jetzt denken, dass diese Frau sich mit dem Islam beschäftigt hat und eine gewisse Ahnung hat. Merkt ihr? Merkt ihr? Aber dabei hat sie null. Null Peilung. Sie hätte sich erstmal hinsetzen sollen, darüber nachdenken, den Islam auf Eigenrecherche zu studieren, die Internetseiten aufzuschlagen, nachzuschlagen, was die Rechte für eine Frau überhaupt ist unter der Scharia. Ja, in einem Kalifat. Nach dem Muster aus dem 6. Jahrhundert, 7. Jahrhundert, wie Mohammed und die Sahaba die erste Gemeinde gegründet haben. Und dann hättest du sagen sollen, ja, okay, ich habe das alles berücksichtigt und ich weiß, wie heftig das ist. Danke dir, Toni. Ich weiß, wie heftig das ist und jetzt habe ich begriffen, dass der Islam überhaupt nichts für Frauen ist. Danke, Toni. Versteht ihr? Das wäre eine ehrliche Haut, eine ehrliche Seele, ein ehrlicher Mensch. Aber du nicht, du kommst da hin und redest da einfach Quatsch, weil du kannst auch Schaden anrichten durch deine Aussagen, denken diese kleinen Mädchen auf einmal, ja, das ist doch schon richtig, was die Hanna Hansen da sagt, Heli Hansen. Das ist schon in Ordnung. Die hat sich doch schon damit beschäftigt. Deswegen sagt die das ja. Sie hat ja alles herausgefunden. Das ist heftig, ne, Leute? Das kannst du keinem mehr erzählen. Hört euch das bitte nochmal an. Guckt mal diese Aussagen von der. Wenn wir ihn lieben, dann machen wir auch. Nur dann, wenn wir wirklich nichts anderes wollen. Ja, wenn du Allah liebst, dann kannst du ja auch die sogenannte Mutter-Ehe eingehen. Und wenn du mir sagst, dass das eine dreckige Handlung ist, dann sagst du nichts mit anderen Worten als, dass Allah eine dreckige Handlung herabgesandt hat. Frag diese Heli Hansen mal. Sag mal, würdest du dich bereitstellen für eine Mutter-Ehe? Wenn die sagten, ne, das machen diese dreckigen Shia, die praktizieren sollen. Dann sagst du, wie? Was hast du denn daran aussetzt? Ist das, was Allah herabgesandt hat, dreckig oder was? Was die Sahaba praktiziert haben, ist dreckig? Ja, gib deinen Körper her. Ja, oder nicht, Leute? Dann stell deinen Körper zur Verfügung, du liebst ja Allah. Und dann kannst du gerne eine dieser heftigsten Frauen sein, die die Mutter-Ehe eingeht. Und einen, oder du kannst auch Dschihad, ein Nikah machen. Du gehst einen Mujahid, gehst du helfen, ein Nikah zu machen. Du willst ihn heiraten und wirst eine seiner vier Frauen und dann bringst du neue Mujahidin zur Welt. Ja, gib deine Seele und dein Nefs für Allah auf. Seht ihr? Aber dazu ist sie nicht bereit. Aber seht ihr, das wirkt aber auch sehr verstörend, wenn eine Frau auf einmal begriffen hat, was sie zu tun hat und da sind ja zig von, hunderten von Frauen ausgewandert, um Dschihad und Nikah zu machen. Einen Mujahid, ihr, ihr wisst schon was zu geben, Dienstleistung zur Verfügung zu stellen. Ja, sie gibt ihren Körper her für einen Mujahid. Heftig, ne? Und wird eine seiner vier Frauen. Das ist so krass, ne? Das ist traurig, das ist einfach nur traurig. Ich wünschte, diese Frau hätte sich einmal, ich glaube sogar, die ist bezahlt, diese Frau. Da kann mir doch keiner erzählen, als Frau so so gehirngewaschene Aussagen zu tätigen gegenüber dem Islam und zu sagen, ja, unter der Scharia geht es uns besser. Ja, wenn es unter der Scharia besser geht, dann siehst du doch die islamischen Länder. Dir geht es überhaupt nicht gut unter der Scharia. Die fliehen ja alle hier in den Westen. Wenn der Islam und die Scharia so gut ist, warum fliehen die Leute dann aus den islamischen Ländern? Weil die Scharia nicht gut ist, deswegen. Und da kommt eine gehirngewaschene Deutsche, die ein, zwei, drei, vier, fünf Monate sich mit Islam beschäftigt hat und auf einmal anfängt, diese gehirngewaschene Aussagen zu tätigen. Das ist der Wahnsinn. Wir sehen doch, in der Praxis ergibt das null Sinn, wenn diese Leute Werbung für den Islam machen. Das ist alles Theorie, 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 aber in der Praxis sieht das ja ganz anders aus. Salami alaikum. Als ihm nahe sein, dann machen wir alles mit Freude und der Islam ist die freiwillige Hingabe zu Gott. Alles, was unter Zwang entsteht, hat nichts mehr mit dem Islam zu tun. Habt ihr gesehen? Das ist eine freiwillige Hingabe. Alles, was unter Zwang geschieht, wird von Allah nicht geduldet. Das kannst du keinem erzählen. Das ist heftig. Ich bin entsetzt. Was meint ihr, wie die Familie bestimmt entsetzt ist? Was meint ihr, wie die Familie am Ende ist durch sie jetzt, was sie gerade macht? 100 Millionen prozentig. Die sind alle bestimmt am Ende wegen ihrer Konvertierung zum Islam und dann auf einmal so ein gehirngewaschenes Zeug von sich zu geben. Die Arme, die Familie tut mir übelst leid. Die Familie tut mir so übelst leid. Das ist so krass. Wie kann man nur, wie kannst du dich da hinstellen und Werbung für eine Religion machen, die dich auseinandernehmen würde? Ich komme jetzt wieder. Lass mich nicht hier ausrasten. Ich komme sofort freiwillig. Es ist alles freiwillig. Leute, bitte Beitrag teilen und liken. Danke, ich komme jetzt gleich wieder. Jetzt drei, zwei, eins. Alle liken und teilen. Die meisten konzentrieren sich so voll auf den Chat. Ich gucke noch mal. Ist dein Herz da stehen geblieben? Danke, Toni. Toni. Wo warst du, Toni? Jetzt mal einen Schluck Camelloring trinken, lecker, lecker, köstlich. Halli Hensen, danke. Ich kann nicht mehr, wie kann man Werbung für sowas machen, ey. Einfach. Bitte hört euch das nochmal an. Das ist so genial. Das Allerwichtigste, Allah subhanahu wa ta'ala kennen und lieben zu können. Weil nur dann, wenn wir ihn lieben, dann machen wir auch. Nur dann, wenn wir wirklich nichts anderes wollen, als ihm nahe sein, dann machen wir alles mit Freude. Ja genau, dann mach alles mit Freude. Allah sagt, dass ein Mann sich bis zu vier Frauen nehmen darf und darüber hinaus ohne NDSX-Sklavinen. Suche 4, Vers 24. Und stell dein Körper dann zur Verfügung für die Mutter-Ehe. Dr. Cheikh, aber mir kommt er jetzt gleich wieder. Sahi Albuqueri 5, 6, 8, 6. So, ich gehe mal wieder in den Hitschappen, macht's gut. So. Uno momentos, por favores. Chicas und chicos. Dr. Cheikh Abomir muss hier ganz kurz mal. So. So. So, dann wollen wir mal. Aber es ist schon erstaunlich, was für Aussagen getätigt werden. Was hat das denn noch mit einem gesunden Verstand zu tun? Man merkt richtig, jemand hat mit dir Gehirnwäschung. Merkt ihr das? Hallo. Genau wie mit ihm hier, mit dem Wegmann. Guck mal. Hallo. Hallo, Wegmann. Raus. Unglaublich, ja. Aber sag mal jetzt ehrlich, ihr Lieben. Wenn, nach dem, was ich euch so alles gezeigt habe, und ihr kennt das ja auch alles, also vieles kennt ihr auch selber. Wie wirken diese Aussagen von Hannah Hansen auf euch? Jetzt mal ehrlich. Wie wirken diese Aussagen nach dem, was ihr so alles herausgefunden habt über den Islam, was die islamischen Regelungen sind zwischen Mann und Frau und so weiter und so fort. Mich würde das gerne mal interessieren. Denkt ihr genauso wie ich, dass da übelste Gehirnwäsche praktiziert wurde? Ja, genau, dass sie bezahlt wird. Ja, genau. Irgendwie denke ich das auch. Das ist doch nicht mehr gesund. Deswegen erwähnen wir immer dieses Beispiel. Eine Frau, die sich für den Islam entschieden hat und das verteidigt ist in etwa so, als würde ein Hühnchen KFC verteidigen und mit einem Schild vor diesem Laden stehen und sagen, hey, KFC ist wundervoll. Bitte hört auf, so schlecht über KFC zu reden. Ist genauso. Ja, dann leidet dieses Hühnchen an Stockholm-Syndrom. Ja, genau. Ich krieg kaputt, ey. Das ist ja unfassbar. Richtige Kuffar-Ente, ey. Richtige Kuffar-Ente, ey. So, hören wir mal weiter, was die sagt. Guck mal hier. Klam ist die freiwillige Hühnwahrung zu Gott. Alles, was unter Zwang entsteht... Kuffar, 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 da ist die Kuffar-Ente. Hören wir, hören wir, was die sagen. Alles, was unter Zwang entsteht, Leute, hört euch das mal an. Wenn Sie wollen, als Ihnen nahe sein, dann machen wir alles mit Freude. Und der Islam ist die freiwillige Hingabe zu Gott. Alles, was unter Zwang entsteht, hat nichts mehr mit dem Islam zu tun. Es wird von Allah gar nicht... Alles, was mit Zwang geschieht, das wird von Allah überhaupt gar nicht akzeptiert. Also Allah sendet zur Surin 9, Vers 29 herab. Die Ausleger sagen, dass Mohammed genügend Männer hatte, um seinen Islam endlich mit Gewalt durchzusetzen und die arabische Halbinsel unter seine Kontrolle zu bringen und die Leute vor die Wahl zu stellen, so wie es immer ein Muslim in Buch 1, Hadis 33 sagt, dass Mohammed befohlen wurde, die gesamte Menschheit zu bekämpfen, bis sie sagen, la ilaha illallah, Mohammed rasulallah. Und erst dann hat er aufgehört, sie zu bekämpfen, bis sie die Schahade aussprechen. Aber der Islam ist ja nicht unter Zwang entstanden. Wie verrückt ist das bitte? Wie verrückt! Redet die über Islam oder redet die über Malsi? Vielleicht macht sie auch gerade Werbung für... Andersrum, Islam Malsi. Freiwillige Hingabe. Die Juden hatten auch die freiwillige Möglichkeit, sich Allah hinzugeben. Ja, sie haben sich freiwillig nicht dafür entschieden, da mussten sie freiwillig von dieser Erde gehen. Alles freiwillig. Das kannst du keinem mehr erzählen. Genau, das kannst du keinem mehr erzählen. Alles freiwillig. Smash Allah. Ja, genau, Smash Allah. Das ist so... Das ist so verstörend. Ich könnte mir das immer wieder... Hört euch das nochmal an. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wenn du es wollen, als ihnen nahe sein, dann machen wir alles mit Freude. Und der Islam ist die... Glaubst du, glaub mir, sobald du ihr sagst, wenn du alles aus Freude für Allah machst, dann sei doch eine von vier Frauen. Dann sagt die... Ne, das kann ich aber nicht akzeptieren. Wieso? Allah hat doch dem Mann erlaubt, vier Frauen zu haben. Da hast du nichts zu sagen. Du musst dich unterordnen. Du liebst doch Allah, subhanahu wa ta'ala. Hä? Auf einmal liebst du Allah, subhanahu wa ta'ala nicht mehr? Wenn es darum geht, deine eigene Gelüste zurückzuschrauben und eine von vier Frauen zu werden, seht ihr? Ich will nicht mehr Allah, subhanahu wa ta'ala machen. Da will sie auf einmal... Ne, meine Gedanken sind besser als die Gedanken von Allah, subhanahu wa ta'ala. Hallo. Hallo? Hallo! How are you? How are you? Ne, alle schreiben, dass ich raus soll. Du bist schlimm, schreiben die. Sorry. Wie? Du sagst... Die kennen mich alle, habt ihr gesehen? Alle haben Schock. Ne, bloß nicht bei dem. Ne, ha, 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 ha. Habt ihr das gesehen? Alle schreiben, ne, bloß nicht bei dem. Oh nein, raus, raus. Ja, bei mir gibt's eine geballte Ladung, aber vom Feinsten. Weil mit der Sichtweise sind sie noch niemals konfrontiert worden, ne? Dass die Leute so geistlich arm sind, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn ich dann auf einmal auf alles reagiere. Wie ihre Aussagen auf einmal in den Rauch aufgehen von allen möglichen Leuten. Arm, ihr holt mich ab. Nico, da bist du ja wieder. Arm, ihr holt mich ab. Ey, Leute, der Nico macht schon wieder Andeutungen. Jetzt, letztens flirtet der noch mit mir und jetzt sagt der Arm, ihr holt mich ab. Wo denn? Arm, ihr, lady. Soll ich das Lied von Celine Dion noch anmachen oder was für dich? Mann, Mann, Mann. Das kann doch nicht mehr normal sein. Hallo? Ja, stell dir mal vor. Ich komm den so abholen und auf einmal kommt dieses Lied so von... I'm your lady. Ist das krass, ist das krass. Niko, willst du dann das Lied hören oder was? Niko! Niko, willst du das Lied hören? Da guckt er mich so an und dann kommt das so direkt. Niko! Ich kann dich... Da kommt der gestern und sagt so diese komischen Sachen. Ich kam mir vor wie eine Frau. Willst du mich gerade klären oder was? Arm, ihr holt mich ab. Als wär ich so seine Frau oder was? Niko, soll ich das Lied auch abspielen oder was? Warte, wir müssen zum Zeitpunkt, zum Dings kommen. Warte. Da kommen die Änderungen wieder hoch, hä? Hier. Hahahaha! 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 Niko, soll ich das Lied anmachen für dich? Hahahaha! Hahahaha! Niko, roll mich ab, ja klar, natürlich, für dich, Marie. Niko mit dem Lied. Hahahaha! Konoo fighter! Hahahaha! Niko, nur für dich! Tели! Hahahaha! Bist dasüzik mit fertig? Ist das dein Ernst, Niko? Komm her und auf, wenn du was mit mir seh Nemoarth kah. Komm, hol mich ab. Dr. Schecher, hol mich ab. Wen soll ich noch abholen, Leute? Bitte einmal melden. Komm, ich sammle euch alle ein in meinem Hetzibus. Dann machen wir eine Hetz-Tour. Wer hat Bock auf eine Hetz-Tour? Ist das krass, ist das krass. Ich kann nicht, mein Gehirn kommt gleich raus. Mir platzt gleich das Rückgrat. Ich kann nicht mehr. Warte mal, Hetzbus. Nachher wird dein Transporter kontrolliert und die denken, du schmuggelst aus. Ja, genau. Die denken, ich wäre so ein Flüchtlings-Dings. So eine Schleuserbande. Dr. Schecher war wieder der alte Schleuser. Dr. Schecher, wo haben wir denn der Schleuser? Fehlt nur noch, dass ich meinen Scheranzug gleich noch anziehe. Dann denken die so, die Frauen, die da sind, sind die Hände in die Kar und so. Der bringt die Ware ran. Boah, ich kann nicht mehr mit der Hau. Der platzt gleich das Gehirn weg, ehrlich. Jetzt beruhigen wir uns wieder. Komm, ich kann nicht mehr. Wir müssen Beruhigung machen. So, hören wir weiter wieder, Heli Jensen. Hören wir. Freiwillige Hingabe zugucken. Alles, was unter Zwang entsteht, hat nichts mehr mit dem Islam zu tun. Es wird von Oma gar nicht anerkannt. Dann ist die Nähe so wichtig. Die Absicht. Und dann kommt die wieder um die Ecke mit ihrer Aussage. Alles geschieht freiwillig. Das hört sich so an, als wäre sie auf so einen Trip. Alles geschieht freiwillig. Allah möchte keinen Zwang haben. Die gesamte islamische Geschichte hat sich nur entwickelt dadurch, dass Mohammed und die Sahaba nicht mit dem Schwert, sondern mit Rosen ankamen und haben gesagt, bitte nehmt den Islam an. Dann seid ihr doch sicher. Seid keine Muslime, sondern eine christliche Frau. Hüft dich. So, jetzt geht's wieder. Jetzt ist wieder gut. Jetzt ist wieder toll. Geht wieder. Okay, alles klar. Super. Sauber. So, hört mal weiter. Guck mal hier. Die aufrichtige Absicht. Nur dann erkennt Allah Azza wa Jal an. Und deswegen müssen wir ihn kennen. Mit all seinen Namen. Ja, bis heute kennen die Muslime ihren eigenen Gott nicht, weil er ihnen niemals nahe kam. Nur die Christen kennen den wahrhaften Gott, weil Jesus Christus seine Herrlichkeit verlassen hat und den Menschen ganz nahe war. Das ist der Unterschied. Allah kennt niemand. Jesus Christus kam auf diese Erde und wollte seinen Geschöpfen ganz nahe sein. Siehst du? Allah kommt nur jede dritte Nacht oder was im untersten Himmel, kommt er als eine physische Form dahin. Wie der das macht, wissen die Muslime nicht, aber er kommt. Er ist dann in seiner Schöpfung drin. Und laut Ali Dawah heißt es ja, Allah, wenn zum Beispiel Gott in seiner Schöpfung wäre, dann kann er nicht Gott sein. Weil er von Materie dann abhängig ist. Ja. Und Allah ist ja der Unabhängige, der Allwissende, der Allhöhere, der Unabhängige von allem. Und trotzdem ist er dann abhängig von irgendeiner physischen Form. Genau. Siehst du? Seht ihr, was die Muslime da machen? Bis heute streiten sie sich darüber, ob Allah physischen Körper hat oder das Ganze metaphorisch zu betrachten ist. Heftig. Was gibt es weiter? Ja, die macht jetzt übelste Werbung. Chill mal. Ich kann das dann schon. Denken wir oft, ne? Da, wenn es soweit ist, nein. Wenn das nicht im Herzen ist, sondern nur auf der Zunge, La ilaha illallah, du wirst das nicht sagen können. Weil dein Mund, deine Zunge, sie spricht nicht mehr. Das Einzige, was sprechen wird, ist Inshallah der Muskel, den du hier in dieser Dunja trainiert hast. Den du gefüllt hast mit Wärme, mit Asakina, mit innerer Zufriedenheit, mit Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist heftig, ne? Diese Frau macht einfach Werbung für etwas, was sie in die Ewigkeit schicken würde. Die Muslime dulden ja sowas nicht. Niemals. Und dann lassen... Wisst ihr, warum die Muslime das gerade zulassen? Damit sie ganz viele kleine, unschuldige Mädchen verführt. Damit sie zum Islam konvertieren. Weil sie in Hannah Hansen so eine Deutsche sehen, die quasi mit ihnen verbunden ist. Merkt ihr dieses Teuflische dahinter, was der Teufel da anrichtet? Ja, ich bin doch einer von euch. Konvertiert doch auch zum Islam. Islam ist falsch verstanden worden. Alles ist Islamhetze. Das hat nichts mit Islam zu tun. Seht ihr, das sind so Leute, die uns das dann schwierig machen, die Aufklärungsarbeit nach vorne zu treiben. Das ist das. Weil sie dann denken, das ist Hetze und keine wirkliche Aufklärung. Ja. Die islamischen Schriften sind dann eine einzige Hetze. Das, was Imam Bukhari da übermittelt, ist eine einzige Hetze. Wahnsinn ist das, Mann. Das Herz merkt sich das. Und wenn dieses Herz voll ist, mit dieser Liebe zu dem Schöpfer, zu unserem Schöpfer, dann werden wir sagen, La ilaha illallah. Dann werden wir wissen, wer unser Herr ist Allah. Dann werden wir wissen, dass die Religion der Islam ist und dass der Gesandte Mohammed a.s.w. ist. Chill mal. Unglaublich, ne? Unglaublich. Und dann auch noch so voll geschminkt, also was heißt geschminkt, aber die ist geschminkt, Augenbrauen gezupft und alles mögliche. Obwohl Mohammed gesagt hat, eine Frau, die sich die Gesichtsbehaarung entfernt, wird ihren Platz, ihr wisst schon, in Jahannam bekommen. Und diese Frau sitzt da und macht Werbung für eine Religion, wo sie sowieso in Jahannam geht. Leute, das ist so krank. Das ist so krank. Wie geht sowas? Wo ist die Familie von der? Wo ist die wundervolle Familie von der, dass die sie wieder zurückholen? Ich würde gerne mal mit der reden, mit der Familie, und sagen, was ist da passiert? Wer hat denn da Gehirn welche mit ihr getrieben? Bestimmt sind die geschminkt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hoffe, dass die auf meinen Kanal stoßen. Ex-Muslime klären auf TV. Die werden erschüttert sein, was der Islam ist. Dann sagt die natürlich, wenn auf einmal sie konfrontiert wird von der Familie, stell dir mal vor, die Familie guckt so heimlich meine Videos, um herauszufinden, was der Islam ist. Und dann auf einmal wird sie konfrontiert und sagt, ach nein Mama, das ist doch gar nicht so. Das, was der Ex-Muslim da sagt, das ist eine einzige Hetze. Dann würde die Mutter oder der Vater, der wäre auch immer so, ja, aber wie das ist eine Hetze? Der zeigt doch, dass das da in den Quellen drin verzeichnet ist, was der Mohammed über Frauen sagt. Mohammed sagt doch, ihr seid, ihr habt Mangel am Verstand. Mohammed sagt doch, ihr seid die meisten Höllenbewohner. Mohammed sagt doch, wenn eure Gesichtsbehaarung entfernt wird, dass ihr zur Jahannam fährt. Ist das schön für eine Frau oder was? Oder wenn eine Frau das Blut und Eiter von der Nase des Mannes abschlägt, damit hat sie ihm noch nicht die Rechte erfüllt. Ist das zu fast, was ist das für eine Religion, Mann? Eiter, Blut und Eiter. Das ist geisteskrank, Mann. Heftig. Ich kann das dann schon. Denken wir offen. Sprecht jedes einzelne Wort, jede Art von Dicke, jedes, jede Dua, jedes auch Gebet, sprecht es mit Aufrichtigkeit. Wenn ihr morgens aufsteht, Alhamdulillah, hilladhi, ahyana, wa'ala, amatana, wa'ilai, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Alhamdulillah dafür, dass ich aufwachen durfte. Denn der Schlaf ist der kleine Tod. Allah entscheidet, welche Seele zu... Ja, dass du aufgewacht bist, liegt daran, dass Satan nicht in deine Ohren gepinkelt hat. Deswegen bist du aufgewacht. Aber wärst du natürlich nicht aufgewacht, dann hättest du eventuell noch den Gebetsruf gehört. Dann schon auf jeden Fall. Dann wärst du auch nicht liegen geblieben. Ich wünschte bei Gott, sie hätte sich lieber für Jesus Christus entschieden. Anstatt für den Mondkötzen aus Saudi-Arabien. Ja, was meinst du, wie fassungslos die Familie von dir bestimmt war? Oder eventuell sogar noch die Familie sagt, ja, es ist doch ihre Entscheidung, es ist doch alles in Ordnung, alles gut, alles gut, alles tut die. Alles in Butter, alles tut die, meine Liebe. Das machst du super. Lass sie doch selber entscheiden, was die... Ja, genau, lass sie doch selber entscheiden. Anstatt sein Kind zu schützen vor sowas, lass sie doch selber entscheiden. Schau das mal. Ja, in Deutschland sollte den Muslimen die Dawa praktizieren, verboten werden, Dawa zu machen. Damit solche armen Seelen, wie Hallie Hansen, Anna Hansen, nicht auf die Idee kommt, auf einmal Werbung für eine Religion zu machen, wo sie selber benachteiligt wird. Ist doch Quatsch, ist doch Wahnsinn. Die Wahrheit ist, jede Seele wird den Tod kosten. Oh, ehrlich? Worüber ich lange nachdenken musste, ist, dass es heißt, jede Seele wird den Tod kosten. Es heißt nicht, jede Seele stirbt. Könnte ja so sein. Jede Seele stirbt. Okay. Deswegen sind sie an zu philosophieren. Aber es heißt, jede Seele wird den Tod kosten. Es ist ein Beweis dafür, dass es Achiller gibt. Und wir sollten jetzt dafür einzahlen. In unser Achiller-Konto. Wir sollten ein bisschen die Dunja-Brille absetzen. Wir sind alle manipuliert. Jeden Tag, jede Stunde. Ich schluss für dich. Das ist immer eine Ermahnung. Das ist heftig. Sie redet noch davon. Wir werden von morgens bis abends manipuliert. Wir sind sowieso von allen am meisten manipuliert worden, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Sie sagt es sogar noch, anstatt sich darüber nachdenken und sagt, es kann sein, dass ich durch den Islam ja selber manipuliert wurde. Wie geht der Islam überhaupt mit Frauen um, da, wo sie die Oberhand haben über die Frauen? Werden wir mit Ehre behandelt? Haben wir die gleichen Rechte? Nein! Du darfst ja das Haus noch nicht mal ohne die Erlaubnis des Mannes verlassen. Ist das Gleichberechtigung oder was? Der Mann hat das Sagen. Der Mann hat alles, alles zu sagen. Du hast nichts zu sagen. Ich gehe ja auch an mich selber, weil wir sind jeden Tag im Verlust. Jeden Tag. Uns wird was vorgesetzt, was begehrenswert ist. Das Auto, der Lippenstift, dies, das, der Mann. Jetzt das anziehen, das machen. Es muss aber auch schon das und das sein. Warum? Subhanallah! Jede Selle wird den Tod kosten. Egal, wie viel wir hier in dieser Dunja an Zeit verschwenden. Fehlt nur noch, dass sie genau wie Pierre Vogel redet. Wir müssen die Dauer auf die Straße bringen. Wir müssen die Dauer zu den Menschen bringen. Wir können keine Blockhütte bauen im Wald, wo wir draufstehen haben. Dauer! Und erwarten, dass sich irgendjemand dahin verläuft. Das müssen die Leute kapieren. Fehlt nur noch, dass sie genau wie der redet. Die kommen alle aus diesem Transformator der Dings raus. Kennt ihr noch von damals Steve Urkel, als er in den Boss-Transformator reingegangen ist und aus ihm dann Stefan Urkel wurde? Und so ist das auch. Die gehen in den Transformator von normal, wenn die auf einmal wahnsinnig. Was ist das, Mann? Ich kann nicht mehr das gesehen. Nein, so, was ist das hier? Ja, mir platzt den Hinterkopf gleich weg, ey. Das ist auch heftig, ne? Der Mohammed hat ja gesagt, in authentischen Überlieferungen, dass wenn eine Frau ihre Hand, ihr Gesicht und alles, was so an Körpermerkmalen zeigt, dass sie das Paradies von der Entfernung 500 Jahre lang in der Entfernung nicht riechen wird, sie wird in die tiefsten der Tiefsten kommen, und zwar Jahandam. Nur, weil sie ihr Gesicht zeigt. Das ist dann auch wiederum falsch, so wie sie gerade aussieht. Das ist nicht richtig. Die richtige Ansicht ist, die Ansicht der Rechtsschulen, dass dort die Menschen, also die Frauen, ihre Aura, beziehungsweise auch alles bedeckt ist, bis auf die Auge, so wie die Nikab-Frauen rumlaufen. Das ist die richtige muslimische Vorgehensweise, wie eine Muslima rumlaufen sollte im Nikab. Ja, nur die Augen dürfen zu sehen sein. Nur die Augen. So wie Aisha und die ganzen Frauen des Propheten, also vom Ramad rumgelaufen sind. Die sind ja alle so rumgelaufen. Kurz Couch. Einmal am Tag kurz Couch. Das ist das diesseitige Vergnügen. Das ist die diesseitige, dieses diesseitige Ausruhen. Das Gebet, As-Salaam, ist ein bisschen anstrengender. Aber wir bekommen viel mehr. Vielleicht nicht sofort, aber spätestens. Anjaum al-Kiyama. Jedes einzelne Gebet. Was ist das Erste? Oh, danke Toni. Wonach du befragt wirst. Anjaum al-Kiyama. As-Salaam. As-Salaam. Manchmal man sagt, ja, es ist ja noch Zeit. Ja, es ist so unglaublich. Aehu Barak. Rakaapallallahu minna wuminkum. Dieses Video ist für... Das ist unglaublich. Diese Frau ist wirklich so geschminkt, Augenbrauen gezupft. Alles. Oder was ist das? Ja, Filter ist da drauf. Man darf ja keinen Filter drauf machen. Das ist Betrug im Islam. Und durch ihre Reichweite verführt sie jetzt alle kleinen Mädchen und diese ganzen Muslimas in den Islam so einzutreten. Also dann richtig islamisch zu werden. Für alle konvertierten Schwestern, für alle Geschwister, die alleine sind, für alle, die keine muslimische Familie haben, die vielleicht neu im Islam sind. Ich denke an euch ganz besonders, es ist nicht einfach, aber dreht den Spieß um. Das Glas muss immer mindestens halb voll sein. Sag Alhamdulillah für alle Gnaden, die Allah... Ja, vergiss nicht zu sagen, wenn eine Fliege in dein Glas fällt, auch wenn sie halb voll ist, das Glas, dann solltest du die Fliege eintucken, denn auf einem Flügel hat sie die Krankheit und auf dem anderen die Genesung. Also, trinken. Auch wenn es halb voll ist, meine liebe Hanna. Hanna. Heftig. Ich bin auch jemand, der konvertiert ist, ihr wisst es, und ich habe keine muslimische Familie. Ich mache das Beste daraus, ich schaue mich um, ich gucke nach hinten, nach rechts, die Moschee macht ein Fest, schaut, ob ihr eine Moschee in der Nähe habt. Macht das Beste, und solltet ihr alleine sein, sagt Alhamdulillah, das kann immer schlimmer sein. Denkt an die Menschen in Falästin, möge Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen in Falästin beistehen, möge er ihnen das Schwere leicht machen, und möge er die Ungerechten zur Rechenschaft ziehen, möge er die Menschen beschützen, bewahren, und ihnen die höchste Stufe im Paradies geben, möge er diesen Krieg beenden lassen. Amin. Assalamu alaikum. Ja, genau. Hätte dein Allah lieber mal die Ungerechtigkeit der damaligen Zeit schon anerkannt, aber dein Allah liebt es ja, diese Ungerechtigkeit. Ihr redet von Ungerechtigkeit, hat aber noch niemals den Tafsill von Ibn Qasih zu Surin 9, Vers 29 gelesen. Allah duldet ja diese Ungerechtigkeit, wenn man Juden und Christen nach dem Vertrag von Omar ibn al-Khatab ungerecht behandelt. Allah liebt ja sowas. Heftig, ne? Der Omar ibn al-Khatab, der ja für Muslime der gerechteste Mensch nach Mohammed ist, hat den ungerechtesten Vertrag auf Erden in die Welt gerufen. Wie man mit Juden und Christen in einem islamischen Staat umzugehen hat. Ganz besonders mit Christen, aber es heißt Juden. Da werden ja explizit Christen erwähnt. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, doch, sowas macht einen wütend, dass diese Frau da so so einen Quatsch erzählt und sich über das, was sie da erzählt, überhaupt gar keine Gedanken macht. Versteht ihr? Anstatt die sagt so, was rede ich? Bin ich gerade auf einem Trip oder was ist das? Was erzähle ich über... 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 Und sprich mit dem Namen Allahs, des Herrn des Jungen, dann schieß einen Pfeil und wenn du das tust, dann kannst du nicht. Zurief der König natürlich alle zusammen, er warnt den Jungen an den Stamm. Das ist echt unerträglich, unerträglich. Ja, die hat 76.000 Abonnenten auf TikTok. Ja, die kann einen großen Schaden damit anrichten und sowas. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Nikolaj! Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Dankeschön, wünsche ich dir, wünsche ich allen anderen, die wirklich biblisch bekehrt sind und den Weg gehen, natürlich auch. Ich habe mal eine allgemeine Frage, zum Beispiel an dich. Du selber bist ja auch sehr belesen und wissen, wie oft spricht Gott, musst du ja nicht wissen, zu den Menschen, bevor das für immer verschlossen wird, das Herz oder der Weg in den Himmel. Weißt du die Stelle aus der Bibel oder weißt du, ist es dir aufgeschlossen worden? Aber darüber haben wir doch letztes Mal geredet. Ich glaube, dreimal in einem Leben eines Menschen zeigt sich Gott. Dreimal. Nee, letztes Mal hatten wir die Gemeinde, glaube ich. Oder du hast einen anderen gehabt. Nee, das war im alten, ich glaube, im Buch Hiob war das, glaube ich. Dreimal zeigt der Herr sich allen Menschen. Ja, weil viele das nämlich abstreiten. Deswegen wollte ich das noch mal von dir hören, aber dann wurde es dir auch aufgeschlossen. Genau, da steht es ja. Zwei, dreimal tut er dieses mit dem Manne. Natürlich auch mit der Frau, aber es steht ja Manne im Sinne von Mensch. Ja. Genau. Ja, und mit der biblischen Seelsorge oder der Sündenvergebung bin ich der Meinung, Matthäus 16, Vers 19, aus dem Kopf weißt du das bestimmt nicht, weiß man nicht immer. Da steht ja, dass Petrus die Schlüssel des Himmels gegeben werden und, warte mal, wie war das noch? Alles, was auf Erden gebunden ist, wird auch im Himmel gebunden sein und alles, was auf der Erde gelöst sein wird, wird auch im Himmel gelöst sein. Das heißt, Petrus hatte das erste Mal von Jesus die Vollmacht bekommen, Sünden zu vergeben. Und ich sage, Apostel haben natürlich die Vollmacht bekommen, Kranke zu heilen, Blinde, ganz genau das, was der Herr getan hat, hat er ihnen übertragen. Ja, genau. Nicht heilen, sondern das ist ja das erste Mal, dass einer beauftragt worden ist, die anderen wahrscheinlich auch, aber explizit steht ja Petrus da drin, dass die bevollmächtigt oder er bevollmächtigt ist, wirklich biblisch Sünden zu vergeben. Also wenn du jetzt zum Beispiel, sage ich mal, eine Gemeinde hast und du hast ja Oberste oder Prediger, die seit, weiß was richtig, bei uns 60 Jahren geleitet sind, dass die zwischen dir und Jesus als Zeuge dastehen, wenn du deine biblische Seelsorge machst und deine Last, deine wirkliche tiefe Sündenerkenntnis darbringst, zwischen dir und Gott als Zeuge, sowas. Und da war ja zum Beispiel das erste Mal, das explizit in Matthäus 16, Vers 19, soweit ich das im Kopf habe, oder ich gucke jetzt selber mal, hier. Ja, genau. Der Schlüssel symbolisiert die Macht, Sünden zu lösen und zu vergeben. Hier wird das Petrus und einer Gemeinde zum Beispiel, macht das der Prediger mit der Seelsorge, da wird es Petrus übergeben, so das erste Mal, weil die Menschen, sage ich mal, die nicht die Chance haben, eine Gemeinde zu haben, so wie jetzt du oder eine andere, weil es zu viele Sekten gibt auf dieser Welt, du weißt das selber, da kannst du alleine natürlich vor dir und vor Gott treten, wenn du keine Gemeinde hast. Aber hier ist meiner Meinung nach das erste Mal angedeutet, dass wirklich Menschen und in einer Gemeinde dann auch Prediger die Macht, die Vollmacht gegeben sind oder Vollmacht gegeben worden ist, wirkliche Sündenvergebung zu machen. Das, was du alleine ja theoretisch gar nicht kannst, wenn du eine Gemeinde hast. So sehe ich das, ne? Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, ob es dir anders aufgeschlossen ist, aber es ist schon so eine wichtige Sache. Wo ist das, dass du Sünden vergeben kannst, oder was meinst du? Nee, nee, dass dir Sünden vergeben. Ich selber kann mir keine Sünde vergeben. Ich kann vor Gott treten, so wie du, wenn du jetzt alleine bist. Aber ich sage mal, bist du jetzt in einer Gemeinschaft oder wirklich in einer Gemeinschaft, sage ich mal, gibt es ja jemanden, das ist ja zum Beispiel der Prediger der Gemeinde, der geistlich geleitet ist, siehst du ja auch an den Leuten, die frei reden und nicht vom Zettel ablesen oder Predigen nur aus der Bibel machen, ohne was abzulesen. Ich sage mal, geistliche Geleitete, die dann auch die Vollmacht haben, den Beweis hast du ja nie, da musst du ja wieder, wie Hebräer 11, Vers 1, der Glaube, da musst du denen wirken lassen, dass die Sünden dir vergeben werden können durch bestimmte Leute, so wie Petrus da einer der Ersten waren und die Apostel auf der Erde, die bestimmt sind von Gott, was du ja nicht weißt. Alleine kannst du dir die Sünden ja nicht vergeben. Aber du willst mit anderen Worten sagen, dass ein Hirte, der vom Herrn Jesus Christus jetzt eingesetzt ist aus der Gemeinde, ein Ältester, der kann dir dann die Sünden vergeben. Nein, der ist nur Zeuge zwischen dir und Gott, er tritt nur als Zeuge auf und betet mit dir zusammen, weil er der Älteste in der Gemeinde ist. Ein Mensch kann dir keine Sünden vergeben, das kann nur Gott arbeiten. Er hat ihn doch mehr oder weniger zu verstehen gegeben. Nee, der ist nur als Zeuge sozusagen da, er betet mit dir zusammen, ich weiß nicht, ob du das kennst, er kann nur mit dir zusammen beten, um Sünde vergeben, kann er mit dir zum Herrn zusammen beten, das zum Beispiel, er kann dir keine Sünde vergeben, dann hast du es falsch verstanden oder er hat mich falsch ausgedrückt. Das ist natürlich so nicht, ein Mensch kann dir keine Sünde vergeben, aber so wie Petrus es kann und ist umhergegangen, gibt es heutzutage ja auch geistlich geleitete, wo auch immer, ob es richtig ist oder nicht, zwischen Gott und dir als Zeuge agieren können, so wie es Petrus ja auch gemacht hat. Bitte dich, ja, auf zu philosophieren, Nikolai, bitte. Das, was du gerade machst, ist einfach nur eine reine Philosophie, die du in die Schrift rein inkapitierst. Lass das einfach so stehen, wie es ist. Nicht weiter darüber rein philosophieren und das, was du gerade sagst, das hört sich nicht gut an und nicht gesund. Ja, was heißt gesund? Aber steht ja, ich sag mal, steht ja hier so, weil Petrus ist ja einer der ersten Gebeten, sag mal. Du kannst den Petrus, Petrus sein, der Herr hat den auserwählt, genau wie Paulus, genau wie Jakobus, genau wie Johannes, die vom Herrn die Vollmacht bekommen haben. Ja, aber guck mal so, wie Roger Liby oder Werner Gip das machen, ne? Die Leute kommen auf den Gedanken, heute immer noch Gift zu trinken und von Schlangenbissen so geheilt zu werden. Da gab es ja einige Pastoren, die das getan haben und gestorben sind, weil sie den Vers erst nicht verstehen, weil die Apostel und die Jünger, die die Vollmacht hatten, ähm... Zeuge Jehovas, hier Nachtmonat oder wie du da heißt, wenn du die Bibel oder auch mal Predigten von Roger Liby und Werner Gip hören würdest, die machen nach jeder ihrer Predigten, bieten sie an, biblische Seelsorge und zum Herrn beten in ihren Kämmerchen. Oder willst du mir jetzt sagen, dass ich Zeuge Jehovas bin, mein Lieber? Ich hab's gerade mal zugefällig gelesen. Ich rede dich mit mir oder redest du mit dem Kommentar? Nein. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Da redet er mit mir und guckt sich die Kommentare an. Das ist doch unglaublich. In dem Kindergarten oder was ist das denn? Ent, ja guck doch dir die Kommentare an. Dann geh und rede mit dem Kommentar. Das ist doch unglaublich. Aber mir, das hat sich ein bisschen satanisch angehört, ne? Keine Ahnung, was das ist, ehrlich. Das ist nicht normal. Weißt du, wie ich verstanden habe? Da rede ich mit dem, denke ich, dass man führt eine Konversation, da rede ich mit den Kommentaren weiter. Das ist doch unglaublich. Aber mir, weißt du, was Trorige ist? Der redet davon, dass einer ein Zeuge ist, wenn einer zum Herrn betet. Also braucht man immer zwei Personen, dass der Herr zuhört oder was? Oder wie soll ich das verstehen? Ich hab keine Ahnung, es ist auf jeden Fall sehr, sehr ungesund, was du da sagst. Nico, wenn du das hörst, ich werde dir noch mal empfehlen, auf die Knie zu gehen, noch mal zum Herrn zu beten, ne? Ja, du bist, glaube ich, irgendwo reingeraten. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Lahm, ich wollte noch was sagen. Ich habe das Original-Gender-Gender-Lied gefunden. Ja, hast du es gefunden, von Sven Lau? Ja, soll ich mal abspielen? Ja, kannst du mal abspielen, ja. Ja, kannst du mal abspielen? 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 das kommt davon wenn man die bibel beiseite lässt und auf einen trip ist das kommt davon dann kommt sie wieder zustande kommt davon wenn man kamelurin trinkt genau da kommt die kufa und diese leute auf den gedanken uns zu sagen dass wir geleitet sind da sitzen die wie auf dem lagerfeuer danke danke und dann sitzen ja rum wie so auf dem lagerfeuer und singen diese kumbayama laut und sowas aber auf ihre art reise ist das zu fassen ich kann nicht mehr islam es ist einfach alles verlassen lassen weißt du ach islam ich habe keine ahnung aus welcher ecke das gekommen ok johann gott segen dich mal da seht ihr mal was da los ist was denn schon wieder los in den kommentarbereich einmal stummschaltpaket ja der muss natürlich sofort gestummt werden das geht ja nicht er kann normal kritik äußern ist kein problem aber beleidigen dann muss man nicht stummt gott segne dich und deine familie gott segne dich auch und deine familie auch amir erinnerst du dich noch wegen letztens wo wir gesprochen haben mit meinen kollegen ja sag mal noch mal ganz kurz sura 78 vers 33 ja 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 da hat alles verleugnet der wusste gar nicht wie es dem geht der wusste gar nicht wie es dem geht ja siehst du haben sie gesagt dann alles abgestritten alles also für die leute die es nicht wissen sura 78 vers 33 das ist die sura mit den schwellenden brüsten also mal mehr ja da gibt es große marmel dadurch der wusste gar nicht wie es ihm ergeht ja natürlich noch weiter vorgelesen sura 65 vers 4 da hat alles abgestritten alles an mir natürlich ist es natürlich problematisch für einen muslim der auf einmal mit diesen texten des korans konfrontiert wird der redet jetzt auch nicht mehr mit mir der ignoriert mich ja ja gott sei dank ignoriert er dich nicht dass er dich auf einmal angreift nein 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 sei froh dass er dich nur ignoriert sonst hätte er mich noch nackentherapiert hier wie du es sagst ja genau dann hätte dir mal ein bisschen die islamische liebe mal zu spüren lassen ich habe jetzt schon angefangen die bibel ich habe ja schon bekommen habe ich auch pavius gesagt ich bin jetzt bei moses also genesis ich habe jetzt doch lieber beim alten testament angefangen weil ich würde die bibel komplett durchlesen also von anfang meine frage ist jetzt jetzt machen soll ich erstmal jetzt bei manchen sagen du musst erstmal wieder geboren werden den heiligen geist bekommen und dann erst die bibel lesen oder soll ich jetzt einfach die bibel jetzt weiterlesen hast du dich denn schon bekehrt ja du hast dich schon bekehrt ne ja aber aber die army ich habe jetzt ich habe jetzt nicht abends da gesessen und habe gesagt jesus wo bist du das meine ich jetzt bei adresa meinte einem dann musst du das tun musst deine schuld vor ihm bekennen du kannst ja nicht einfach so eintreten ohne büße zu tun und dem herrn jesus christus deine schuld mehr oder weniger in einem gebiet zu übergeben und ihn als sein herrn anzunehmen es muss also eine wahre bekehrung stattfinden was soll ich das doch machen heute abend ja klar natürlich oder sogar hier am besten jetzt ich weiß jetzt nicht wie ich das genau machen soll ja einfach auf die knie gehen und deine schuld vor dem herrn jesus christus bereuen einfach ein einfach ein gebiet aus dem haufen aber jetzt ist es ein bisschen schwer weil ich bin auf arbeit du weißt es ja wie es ist gehst du heute abend nochmal live das weiß ich nicht mal gucken aber ja gucken wir mal wenn ich später dann live komme kannst du auch machen dann machst du es heute abend wollen wir das so machen falls du live spielen ja ok ja wie du möchtest Gott segne dich amir ich höre dich ja gott segne dich und deine familie wo ist das so machen ich komme nun noch mal rein ok ok alles klar fast gut tschau tschau Gott sei Dank tschau 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 Ich wollte fragen, kannst du über das Schienbein erzählen? Über das Schienbein? Ja. Was willst du davon wissen? Einfach so was lustiges zu hören über dem. Willst du was lustiges über das Schienbein hören? Ja. Ja, der Allah sagt ja, dass der Adam in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und der Adam ist ja natürlich 70 Fuß Ellen groß. Also ungefähr so 30 Meter. Also Allahs Schienbein ist ungefähr schon mal 30 Meter lang. 30 Meter groß. Da kannst du mal, eine Dimension hat es ungefähr wie Allahs Schienbein ist. 30 Meter groß. Oder er hat einen Fuß in der Hölle getreten. Genau. Die Hölle muss sich dann so vorstellen wie so ein Topf. Und Allahs Fuß ist dann der Deckel. Und die Hölle wird dann schreien, sind da noch mehr, die kommen sollen? Dann wird Allah sein Fuß darauf setzen und die Hölle wird sprechen. Genug, 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 genug. Okay, das wollte ich eigentlich hören zu. Danke dir. Okay, ich hoffe natürlich, dass du viel heute mitgenommen hast. Viel, viel islamisches Unterricht. Na ja. Ciao. Alles gut. Alles gut. Ja. Hallo. 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 Wie geht's dir, mein Bruder? Ja, gut. Und dir, mein Lieber? Gott segne dich und deine Familie. Boah, danke. Dir auch. Ich wollte dir nur sagen, Bruder, du bist ein sehr guter Mann. Ja, ich höre dir immer gerne zu, dass du so weiter warten sollst. Ja. Lass dich niemanden aufhalten. Ja, danke. Aber gut bin ich nicht. Du auch nicht und keiner hier. Wir sind in den Augen Gottes nicht gut. Aber wir haben eine Entscheidung für Christus getroffen. Und diese Entscheidung kann uns niemand nehmen. Ja, ich weiß. Nur das wollte ich dir sagen. Du bist ein sehr guter Bruder. Danke. Du hast auch sehr viel Angst. Alle Ehre dir in Jesus Christus. Gott segne dich und deine Familie. Danke. Ciao. Okay, ciao. 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 Sahi, ale bukari. 5, 6, 8, 0. Oh, danke Otto. Cześć, Otto, jak ci idzie? Alles geht ab. Dobrze? Wo bist du? Wo traf sie sich im Raum Otto. Wo bist du Otto. Tja. Hm. Hm. So. Tja. Allianzen. Unfassbar. ich mit meiner plattform versuche einfach eine hand zu reichen ja ich polarisiere ich trage noch kein hijab und ich bin unperfekt genauso wie wir alles dennoch glaube ich dass der weg von das ist ein weg wir können nicht haben und morgen haben wir müssen immer immer haben bleiben natürlich kommen gleich da das ist so traurig ist traurig na die hat sie kopfdruck angezogen und dann geht´s los. heftig. im raze haben wir extremes leid jeden tag zu sehen, dass der tag täglich vor unseren augen zu sehen ist auf die schrecklichste und unmenschlichste art und weise und das nicht ein tag nicht eine woche nicht einen monat einen menschen der dem anderen menschen keinen nutzen bringt der keinen einfluss hat ist kein mensch von wert so hat es den einschein ist mensch noch gleich mensch das ist die frage die ich mir seit monaten stelle in bezug auf raza in raza haben wir extremes leid jeden tag zu sehen den völkern der tag täglich vor unseren augen zu sehen ist auf die schrecklichste aber dass mohammed 600 bis 900 juden ein genut ihr wisst schon was angerichtet hat das interessiert diese frau nicht das ist so traurig das ist so traurig ich sag ja doppelmoral doppelmoral das was in gaza mit israel geschieht ist natürlich eine große katastrophe aber hinzugehen und das ganze nicht auch zu sehen so wie die sag mal schnell so wie der islam was damit den juden da der damaligen zeit angestellt hat das nicht zu sehen und dennoch so darauf zu beharren dass der islam so frei davon wäre das ist so grausam ja ich höre dich gott segne dich und deine familie dich auch bruder so abwarte bissl ok momento mein handy hat auch schon gelagte hörst du mich ja ich höre dich ein moment bitte hörst du mich jetzt ja so hallo 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 an mir grüß dich grüß dich mein lieber so mal ein gottes segen wünsche ich allen leuten die da permanent bei dir drinnen sind ja das sind die hetzieste sehr sehr berufliche geistig sehr weit entwickelte menschen das muss man hier einmal mal gesagt haben jeder einzelne der hier drin ist ist vom geist von seinem geist der so weit entwickelt ist unglaublich wir haben die beste kommune von ganz tiktok ja es gibt doch viele viele wie sagt man verwirrte seelen und schäfchen aber man findet immer den weg wenn man möchte und ich wollte eigentlich über über meine persönliche sache eigentlich im prinzip oder dem weg eigentlich erklären doch aber jetzt habe ich ein bisschen zeitdruck weil ich habe gerade meine tochter abgeholt und mich würde es freuen wenn du mich dann noch einmal abholst oder mich einmal nach oben holst damit wir noch ein bisschen näher ich freue mich auf jeden fall dass du mich einmal hochgenommen hast aber jetzt muss ich leider sorry die zeit hat es nicht mehr hergegeben zu spät dran ja ich hoffe wir schaffen das noch mal alles klar gott segne dich und deine familie alles klar dich auch tschau 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 ja das wollte ich mal gesagt haben also mir kommt das so vor als wären wir hier danke mir kommt das so vor als wären wir die einzigen die überhaupt noch so geistig total das ganze so sehen wie es auch sein sollte als wären wir so die letzte treibende kraft die da total gegenwirkt vom geist her dass wir sich im gut und böse unterscheiden können und dass wir die dinge sehen auch so wie sie sind dass wir hier keine doppelmoral an den tag legen sondern einfach ja wirklich dass es an den tag legen wie es ist danke zu dir das heftig dankeschön 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 aber auch gleichzeitig traurig ne liebe dass so viele menschen dann auch nicht diese sichtweise haben ne und dann dass man auch so dann merkt so oh mein gott diese der teufel wieder so in diese leute da rein reingeschlüpft ist mäßig und sie total gehirn gewaschen sind total gehirn gewaschen sind sich für religionen entscheiden sich für irgendwelche welt anschauen anstatt das schönste was ist das denn tony was ist das denn der weltraum astronaut der gerade am joggen ist ja ihr müsst ihr mal vorstellen der vers 2. korinther 4 vers 4 hat noch mal eine ganz andere bedeutung für uns ne denn satan hat ja die sinne der menschen verblendet hört euch das mal bitte an guck mal hier 2. korinther brief kapitel 4 das ist sehr wichtig 2. korinther brief kapitel 4 2. korinther brief kapitel 4 2 1 2 K transitioned Und verfälschen auch nicht Gottes Wort. Habt ihr das gerade gehört? Wir gehen nicht mit List um und verfälschen das Wort Gottes. Nein. So was macht der Apostel Paulus niemals. Habt ihr das gerade gehört? Amen. Hammer, ne? Wie der Apostel Paulus direkt einen Knockout für alle gibt, die sagen, ja, Paulus, der verfälscher Paulus. Nein. Wir gehen nicht mit List vor. Kennt ihr jemanden, der mit List vorgeht, ihr Lieben? Gibt es da jemanden, der sagt, dass er der Listigste ist? Hä? Amen. Heftig, ne? Danke, Otto. Danke. Leute, kennt ihr jemanden, der Listig vorgeht? Gibt es da jemanden? Ja, genau. Allah. Ja, sehr gut. Heftig, ne? Allah, der Listige. Heftig, ne? Hört euch das nochmal an, bitte. Das ist krass. Sondern wir meiden schandbare Heimlichkeit und gehen nicht mit List um. Gehen List mit List um. Menschen auch nicht Gottes Wort. Amen. Vielmehr weisen wir durch Offenbarung der Wahrheit uns aus, vor aller Menschen Gewissen im Angesicht Gottes. Amen. Ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Seht ihr, ist nun unser Evangelium verdeckt, ist es bei denen verdeckt, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Pass mal auf. Heilige, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums. Siehst du, der Gott dieser Welt, Satan, der dem Herrn Jesus Christus, als er in der menschlichen Form kam, ihm die Reiche gezeigt hat, die Reiche hier auf der Erde und gesagt hat, dies alles will ich dir geben, weil er der Herr hier dieser Welt ist, wenn du niederfällst und mich anbetest. Kennt ihr das, wenn du niederfällst und mich anbetest? Ja, die alte Schlange. Das ist heftig. Wie glasklar. Evangeliums, von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Gegenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er sei der Herr. Wir aber eure Knechte um Jesu willen. Amen. Hallo. Hallo, mein Lieber Gott, wegne dich und deine Familie. Dankeschön. Ey, Ex-Müßle, du bist so ein Hurensohn, ne? Deine Mutter hat natürlich einen sehr guten Sohn. Ja, deine Mutter, diese Fotze, Junge, geh mal da innen. Kennhafter Typ. Seht ihr, was das für Menschen sind? Ein 13-, 15-Jähriger, der so redet. Schau dir das mal an. Versteht ihr jetzt, warum zum Beispiel diese Parteien diese Leute mit Arschtritt raushaben will? Versteht ihr das jetzt? Merkt ihr das jetzt? Dass alle, in was für eine Richtung das geht? Merkt ihr das jetzt? Das ist das. Und diese Leute, diese Kinder kommen dann immer hier rein und machen das. Aber nicht nur Kinder, die erwachsen es ja genauso. Und dann machen die sowas und dann wird der Islam, natürlich kommt der Islam natürlich in den Dings. Du kommst nie wieder hier rein, hast du das verstanden? Auf ewig, geh raus. Der sagt, der denkt dir so, ich hole den nochmal hier rein, der Typ. Schau dir das mal an. Wie kaputt diese Menschen sind. Unfassbar, ne? Ja, das ist das, ne? Und dann brauchen sie sich nicht zu wundern, ne? Dass solche Parteien aufstehen oder was, oder wer auch immer, dann eine Partei gründet und diese Leute dann hier raus haben. Samt ihrer Familien und alles, ne? Ja. Häftig, ne? Ja, der Herr segne euch, ihr Lieben. Hallo. Salamu alaikum. Alaikum salam. Stell dir mal vor, ich würde zu dir sagen, wenn du stolz bist auf den Islam, geh und beiß in den Pien jetzt deines Vaters. In den was? Geh und beiß in den Geschlechtsteil von deinem Vater. Ja. Der Rekkenweg, habt ihr gesehen? Das ist Wahnsinn. Direkt weg. Die sagen, auzu billah. Guck mal, wie der redet. Auzu billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Auzu billah. Was hat der da gesagt? Pien jetzt deines Vaters. Aber wenn Mohammed das gesagt hat, oh, das ist okay. Dann ist okay. Das ist so unglaublich, ne? Dank Gott. Ja. Ja, aber das ist auch schwierig, dann diese Leute zu lieben. Dieser kleine Junge, der reingekommen ist und dann so eine Sache gesagt hat. Das ist natürlich hart, ihn zu lieben. Danke, danke, Otto. Danke. Ja, ich liebe dich. Kochamche. Kochamche. Otto, Kochamche, Otto. Abubizeps will mit dir live, aber kann dir keine Anfrage senden, okay? Dann muss er noch ein wenig weiter versuchen, wenn irgendwann mal klappt es. Amir, grüß dich, mein Lieber. Gott, denke ich an deine Familie. Danke, danke dich auch, mein Lieber. Wie geht's dir? Ja, danke, mir geht's gut. Dem Herrn Jesus Christus sei Dank und danke. Sehr schön, das freut mich. Was machst du so Schönes? Ich bin gerade am Fliegen. Was machst du am Schönes? McDonalds essen. Ja, das ist natürlich sehr gesund. Also ich empfehle dir nochmal drei Big Macs zu holen und sieben... Ja, so ungefähr. Bitte, Pommes holen. So ungefähr. Das Problem ist, umso älter du wir bist, umso schlimmer ist es abzunehmen. Aber ist das nicht krass? Keiner würde auf die Gedanken kommen, Werbung für McDonalds zu machen und zu sagen, ey Leute, McDonalds hat so ein gesundes Essen, also ich empfehle euch jeden Tag ein Big Mac zu essen und dazu eine große Pommes mit großer Cola zu kaufen. Naja, das ist nur Chemie alles. Es sind Menschen, die sagen, ja, der Islam ist wundervoll und der Islam ist total gesund. Also kommt und konvertiert in den Islam hinein. Weil die keine Ahnung haben, deswegen. Ja. Die kriegen immer nur das... Die kriegen auch in etwa das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Die kriegen immer nur das... Werbung für den Islam zu machen und zu erzählen, dass der Islam gesund ist. Dass das gesund und gut wäre, ist in etwa so, als würde jemand Wärmung für McDonalds machen und gesagt, dass das gesund und gut wäre. Richtig. Aber die schauen nie hinter der Kulissen. Das sind die nicht. Ja genau. Oder das wollen die nicht. Die waren richtig hinter dem Herd, was der ein oder andere macht, als er die Pettys rausholt und wo die Ratte da unten am rumlaufen ist. Ja. Und am Brot auf Klammern ist. Ja genau. Das war ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Keine Ahnung. Ich weiß, was ich davon halten soll. Ich habe viel Narkotiki genommen. Das ist in Polnisch, heißt das Drogen. Ja, ich glaube auch. Das sind alles Narkotiki-Fans. Ja. So ist das leider. Das Problem ist, sehr viele von denen denken auch wirklich, dass das die richtige Religion ist. Ja, die richtige Religion ist. Wir sind fest überzeugt davon. Es ist die richtige Religion ins Verderben. Aber eine Sache. Okay, die Männer, wenn die so denken, kann ich noch verstehen. Also was heißt verstehen? Aber ich kann das noch ein bisschen nachvollziehen. Aber bei den Frauen, wenn die sowas denken, das ist ja komplett alles gegen die Frau gesetzt. Alles, was da drin steht, ist gegen die Frau. Die hat nichts zu melden, gar nichts. Ja, das ist das ja. Wenn ein Mann Werbung für den Islam macht, dann können wir das ja irgendwo noch nachvollziehen. Richtig, richtig, genau, genau. Der Mann hat auch Vorteile, wenn er Werbung für den Islam macht. Er kann bis zu vier Frauen heiraten, kann sich um andere Dinge kümmern und so weiter und so fort. Und diese Frauen müssen eben immer bereitstehen. Aber warum macht denn eine Frau Werbung für den Islam? Warum? Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Da gibt es doch überhaupt gar keinen Punkt, als Frau den Islam zu verteidigen oder gar Werbung zu machen. Nö, das ist aber Zwang. Ja, wir würden doch... Das ist Zwang. Deswegen sage ich doch immer, wenn ein Hühnchen Werbung für KFC macht, ist das ein gesundes Hühnchen? Nö, und es ist gleich nicht in mentalen Hühnchen zu sein. Selbstmord gefährdet. Genau. Ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Deswegen kann ich das auch überhaupt nicht nachvollziehen. Aber naja, jeder muss selbst wissen, beziehungsweise jeder wird irgendwann mal selbst erfahren oder es selbst mitbekommen, was passiert. Wenn man diesen Weg geht. Genau. Okay, mein Lieber. Gott sei Dank. Danke dir, Armea. Ich wünsche dir noch auf jeden Fall einen schönen Tag. Okay, Max. Alles klar. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Speist du mich raus, bitte? Also, ich war es, ja. Was sagt der Besser-Jesus-Leib-Essen mit Senf? Ja, das kommt genau von einem Muslim, der jeden Tag Kamelurin trinkt. Und Kurt und Urin von seinem Imam trinkt und isst. Ja, viel Spaß beim Kot naschen und so, ne, Alter? Dadurch schützt du dich vom Heilpfeuer. Ja, sehr schön. Das machst du sehr gut. Sehr gut. Ja, super machst du das. Toll. Sehr gut. Ja. Ich will keine ravioli, n***a. Hallo? Du willst mit mir sprechen? Warum stimmst du mich auf? Was ist das für ein Walsh, Mann? Komm zurück, wieder. Und mit mir sprechen. Hallo? Wo hast du denn? Das war ein kurzer Dialog mit Micky Maus. Wo ist Etikulla? Etikulla, wo bist du? Bist du hier? Etikulla, wir kennen dich. Etikulla ist das Original. Ja, genau. Keiner kommt an Etikulla ran. Ja, Amir. Du musst erst mal zum Islam konvertieren. Und dann sage ich dir, Inshallah, und dann mache ich alles. Danke Etikulla, vielen Dank. Die Macht aus der App macht dir einen Dings hier. Sag mal schnell. Vielen Dank, Bruder. Bis dann erst. Behämmert wirst, deswegen gehst du erst mal aufs Stummschaltpaket. Du musst erst mal aufs Stummschaltpaket gehen. Der hat natürlich sein Stummschaltpaket gebucht bei Dr. Scheher Abu Amir. Das war heute im Sonderangebot. Einfach nur mal ein bisschen kommentieren und dann hast du natürlich das beste Paket überhaupt. Einfach nur die behämmerten Kommentare ablassen, dann hast du sofort ein Stummschaltpaket. Dann kannst du ein bisschen sachlich bleiben und ein bisschen diskutieren. Ein bisschen hier, Kritik, ein bisschen da. Kein Thema. Aber zu behaupten, dass man den Herrn in einem Brötchen mit Senf essen sollte, dann gehst du sofort auf die Stummschaltpakete. Sofort. Hey, ganz schnell, du. Ganz schnell. Kostenlos auf Check24. Ja, danke, Otto. All Andalus. Hey, don't talk like this, you idiot. All Andalus. All right. Ja, da hast du recht, komm. Warte mal. Ich wollte euch noch den zweiten Korintherbrief, lass uns das noch mal ganz kurz hören, einen Moment. So. Ach, tschüss. Amen. Amen. Halleluja, ne? Wir erleiden Verfolgung. Für was sollte denn der Apostel Paulus sich das Ganze antun? Versteht ihr, dass das überhaupt keinen Sinn ergibt, wenn die Muslime sagen, der Apostel Paulus hat das alles erfunden, das Neue Testament. Für was denn? Was für einen Vorteil hatte er denn dafür? Er ist doch verfolgt worden, er ist kaputt geschlagen worden, er hat Stein an den Kopf gekriegt. Für was denn? Für eine Lüge? Wer macht das denn? Wer lässt sich denn freiwillig für eine Lüge denn auseinander nehmen? Das ist doch behämmert. Ja, und am Ende hat er mit seinem Leben bezahlt. Der hatte doch ein sehr, sehr profitables Leben gehabt, der Apostel Paulus. Der war ein hoher Priester der Sanhedrin, der hat die Gemeinde verfolgen lassen und so. Der hatte eine hohe Stellung. Der war also ein angesehener Pharisäer, der Apostel Paulus. Und dann hat er sich klein gemacht und wurde zu einem mickrigen Wurm. Wofür denn? Es sei denn, Jesus Christus hat ihn verändert, hat ihn blind gemacht, ja. Und so ist es auch geschehen. So ist das auch geschehen. Es ergibt null Sinn. Bei Mohammed und den Sahaba haben wir doch gesehen, warum der Islam für sie vorteilhaft ist. Sie haben ja Leute auseinandergenommen. Sie haben Beute gemacht ohne Ende. Haben sich Vorteile verschafft. Mohammed hat die schönsten Frauen bekommen, die beste Beute. Hat die Ländereien von den Sahaba rein übergeben. Ist doch völlig verrückt. Ja. Oder nicht, ihr Lieben? Entscheidet ein Prophet darüber, ob ihr ins Himmelreich kommt oder nicht. Und aufgrund von irgendwelchen physischen, materiellen Dingen oder wie. Das heißt, wenn ich dir auf einmal sage, ey du, dein Haus ist voll schön. Und wenn du mir dein Haus überschreibst, dann werde ich dir auf jeden Fall einen Platz im Himmelreich garantieren. Da habe ich die Fähigkeit. Dazu bin ich Gott. Das ist Betrug. Das ist absoluter Betrug. Absoluter Betrug. Das hat der Mohammed ja getan mit Abu Adarda, als er ihm die Ländereien weggenommen hat. Aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt. Aber wir kommen nicht um. und tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe. Halleluja. Auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar wird. Wahnsinn. Denn mitten im Leben werden wir immer da in den Tote geben, um Jesu Willen. Auf das auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Heftig. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum so reden wir auch. So sieht's aus. Und wissen, dass der, der den Herrn Jesus hat auferweckt, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Amen. Denn es geschieht alles um eure Willen, auf das die überschwängliche Gnade durch vieler Danksagen Gott reichlich preise. Amen. Darum werden wir nicht müde, sondern ob auch unser äusserlicher Mensch verfällt, so wird doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert. Ja. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über allermassen wichtige Herrlichkeit uns... Ich komme sofort wieder, Elie. So. Ich komme sofort nervt. Ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich muss ab und zu zu den Mossad-Agenten. Ich muss ja auch dementsprechend neue Informationen bekommen. Verstehst du? Ich komme gleich, bedeutet ich muss kurz Informationen bekommen, wie ich weiter vorzugehen habe als Hetzologe. Irgendwie muss ja die Hetzologe ja weitergehen. Irgendwie muss die Hetzologe ja fortgeführt werden. Ich habe ja keine Antennen oder sowas, damit sie mir das schnell geben. Ich muss ja immer wieder aussteigen, um mehr Informationen zu holen. Aber jetzt ist es kein weiterer, ja genau. Gott segne euch alle, wundervoll. Wir haben ja auf YouTube Psalmen mit dem Bild, wo eine Insel drauf ist. Super. Okay. Allein jedes braucht kein Bild oder was auch immer. Alle Psalmen, ob es mit Musik im Hintergrund oder nicht. Das soll nicht das sein, warum man überhaupt einen Psalm hört. Eine Psalm, wenn du den hörst, soll das natürlich in dir auch wirken. Dass der Psalm dich... Hallo. 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 Wie geht's hier? Wie geht's gut? Warum würden wir denn so? Oder warum... Wie geht's gut? Halt. 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 Hast du in die Creme drauf getan oder was ist das? Wie was ist das? Nenns dein Gesicht denn so. Creme. Warum hast du Screenshot? Einfach so darf ich nicht? Sag ja doch. Hast du dein Problem damit? Sieht ja so aus wie gebleached. Sieht der mir aus wie gebleached? Einfach Bleaching-Programm mit Gesicht. Kleine Kinder, was sollt ihr erwarten? Da kannst du nichts Gutes erwarten von diesen Kindern. Nur einige von denen haben eventuell doch noch ein Gehirn, aber die meisten sind verloren. Der eine oder andere hat natürlich ein gutes Auffassungsvermögen, aber der Rest... Die breite Masse ist verloren. Dankeschön. Ich hatte auch ein Bild gemacht, ja. Macht alle Bild. Da war doch jemand, warst du das, der hier reingekommen ist und auf einmal mit mir ein Bild gemacht hat und das dann in sein Zimmer aufgehangen hat. Wer war das nochmal? Ein Bruder hier, der... Der war auch so ein jüngerer Bruder, der mit mir hier gesprochen hat, ein Screenshot gemacht hat. Da hat er sich das da aus seinem Bett aufgehangen. Der hat so tausend Fotos gehabt. Ein bisschen, aber wie war das nochmal? Da kam ja jemand rein hier und hat mit mir ein Screenshot gemacht und verfolgte aber alle meine Sachen. Und da hat er sein Zimmer ja gezeigt und da hat er so die ganzen Fotos da gezeigt. Und da hat er auch noch ein Foto von mir da gehabt, wie der mit mir live war. Unglaublich. Ich habe einen Ehrenplatz bei dem gehabt. Danke. Danke, danke, danke. Was sagst du? Er lacht Leute aus. Das zeigt doch, wie schwarz seine Seele ist. Oh mein Gott. Dein Gott lacht doch. Ach so, das zeigt, wie schwarz seine Seele ist. Aber dass dich Gott die Menschen auslachen lässt, die gerade am Verbrennen sind in der Hölle, das akzeptierst du dann? Surah 83, Vers 35. Dass du Kino-Feelings bekommst und darüber lachen und spotten wirst, wie die Ungläubigen am Verbrennen sind, wie ihre Haut am explodieren ist. Diese Leute sind fix und fertig, ne? Fix und fertig. Danke. Guck dir das mal an, wie heftig. Richte ihr Explosionsgefahr. Surah 83, Vers 34-35. Tafsirat Tabari. Die Mauer zwischen Paradies und Hölle wird für sie geöffnet. Dann befinden sich Türen, durch die die Gläubigen die Menschen der Hölle beobachten können. Die Gläubigen werden auf erhöhten Sitzen liegen, also so schön, so auf relaxed mäßig, auf Sitzen liegen und zusehen, wie die Ungläubigen gefoltert werden und werden über sie lachen. Denn dies ist eines der Dinge, mit denen Allah ihre Augen erfreuen wird, wie Allah sich an ihnen rächt. Habt ihr eine abgefahrenere Religion als diese gesehen? Und dann kommt so eine Helli Hensen um die Ecke und sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, er mag die Ungerechtigkeit nicht. Er liebt einfach die Gerechtigkeit. Ist das also gerecht, dass den Muslimen so Kino-Feelings gegeben wird, wie sie darüber lachen, wie andere gerade am Leiden sind? Eine abgefahrene Religion, ehrlich. Man sagt, Islam ist wunderschönste Religion. Die Leute finden das leider nicht heraus. Sie machen sich gar keine Gedanken darum. Sie kommentieren einfach an diese Religion hinein. Gott gibt uns also Kino-Feeling. Gott gibt uns Kino-Feeling, damit wir uns an dem Leid anderer Menschen erfreuen. Hier, da ist diese Ente, hat ja mehr Ehre. Kufa, Kufa. Die Ente hat mehr Anstand und Ehre als das. Da sagt er, da sieht man schon, wie schwarz seine Seele ist. Guck dir den Islam an, wie schwarz der Islam dann in deinen Augen ist. Oh, wie geht's euch? Salamu alaikum, Achi. Ja, ua alaikum, Salam, Achi. Wie geht's dir? Ja, alaikum. Wie geht's dir? Ja, hamdulillahi, mir geht's gut. Und euch? Auch, auch, gerade Abschluss, diese Sturm gehabt. Die haben mich auseinandergenommen. Wer hat dich auseinandergenommen? Mein Jahrgang, ja. Dein Jahrgang? Ja, Bruder. Warum? Was haben die sich denn auseinandergenommen? Bruder, der hat einen Rasierschaum in komplett Klamotten, voll mit Rasierschaum. Deutsche Sprache, schwere Sprache, hä? Ja, ja, genau diese. Ja, sehr gut. Wie geht's dir, Bruder? Mir geht's gut. Was hältst du denn zum Beispiel von jemandem? Würdest du dich jemals an dem Leid anderer Menschen erfreuen? Wenn du so sehen würdest, dass sie so gerade am Verbrennen sind und am Leiden sind und so würdest du sie auslachen? Nein, Bruder. Warum macht dann Allah so, dass die Muslime im Himmelreich die Ungläubigen in der Hölle sehen dürfen, wie sie gerade am Leiden sind und darüber lachen? Ja, damit die deren eigenen Belohnungen sehen können. Dass sie das auslachen können. Die eigene Belohnungen sehen können. Ja, natürlich. In Jannah zu kommen ist... Das ist kein Problem. Hä? Verstehst du? Das ist ja nicht unser Gott, das ist ja nicht mein Gott. Dass Gott dir das Gefühl gibt, dass du dich am Leid anderer Menschen erfreust. Ist das ein toller Gott? Nein, man erfreut sich da nicht. Warte, man erfreut sich da nicht über den Leid anderer. Man erfreut sich darüber, dass man im Gender ist, mein Bruder. Er wird dir das Feeling geben, dass du dich erfreust, damit andere Menschen leiden. Das kannst du nicht so bedrehen. Nein, nicht damit andere Menschen leiden. Damit man die Belohnung wertschätzt, die man gemacht hat. Damit man in dieser Dunja betet, um in Jannah zu kommen. Die Belohnung ist dann diejenige, indem man dann diese Menschen in der Hölle am Leiden sieht. Nein, nein, die Belohnung ist, in Jannah zu kommen. Hast du mir überhaupt zugehört, was ich überhaupt gesagt habe? Ja, habe ich. Was habe ich denn gesagt? Du hast gesagt, Allah will, dass ihr euch freut, wenn ihr Leute am Verbrennen seht. Ja, und da habe ich dir ein Vers genannt, weil Allah das da macht. In Suche 83, Vers 34 ergibt dir das sogenanntes Kinofeeling, dass du auf hohen Sitzen liegst und dabei zusehst, wie Ungläubige am Verbrennen sind oder richtig am Leiden sind. Das meine ich zu dir. Ist das gut? Nein, aber Bruder, du musst ja den ganzen Vers dann verlesen. Du musst den ganzen Vers sehen. Ich komme sofort wieder. So, ich gehe wieder auf Hinjab. Oh, danke schön. Danke, Jürgen. Danke. Dr. Scheer Abu Amir, der Cowboy. Der Cowboy. Aber es ist unerträglich, wenn man sich das so überlegt, was der Gott des Islams da so anrichtet. Er lässt dich also am Leid anderer Menschen erfreuen, um seine Rache dann komplett dir so mitzugeben. So, du sollst dich auch daran erfreuen. Komm, guck dir das an, wie die Ungläubigen am Leiden sind. Schau dir das an, ergötze dich daran. Los, guck dir das an, wie die am Leiden sind. Mach es, tu es. Heftig, ne? Absolut abgefahren. Abu Amir ist Chostiv, natürlich. Hallo, ich komme sofort wieder. Genau auf dich habe ich gewartet. Oh, es geht, ex-Muslim. Wie geht's dir? Danke schön. Und dir? Was machst du Schönes? Ist das Wetter am Genießen? Am Wetter genießen ein bisschen. Machst du dir aber so ein bisschen Gedanken auch über deine Ewigkeit? Denkst du mal darüber nach, was passiert mit mir nach dem Tod? Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag. Was für einen Schluss bist du gekommen? Soll ich dir ehrlich sagen? Ja, bitte. Guck mal, du warst doch Ex-Muslim, oder? Ja, genau. Richtig. Ich meine, entweder danach das Höllenfeuer oder das ewige Leben. Ja. Kommt auch natürlich auf deine Taten an, ne? Also, unsere Taten sind dafür verantwortlich, ob wir in den Himmel oder in die Hölle zu kommen, ne? Wie bitte? Unsere Taten sind dafür verantwortlich, ob wir in den Himmel oder in die Hölle kommen, ne? Genau. Also, wenn jemand niemals in seinem Leben irgendetwas Böses getan hat, dann hat auch Gott keine Berechtigung, ihn in die Hölle zu werfen, ne? Das hat nichts mit Böses zu tun. Du musst deinen Schlichten nachgehen. Ja, aber ich meine, einer hat es in seinem Leben noch niemals gesündigt. Dürfte er dann bestraft werden, oder hat er Berechtigung, ins Himmelreich zu gehen? Er hat niemals gesündigt, und er ist seinen Pflichten nachgegangen, meinst du? Ja, also, gehen wir mal davon aus, dass ein Kind gestorben ist. Und dieses Kind hat das Alter der Sünde nicht erreicht, oder wo man sündigen kann. Ist das Kind gerettet, oder ist das Kind eventuell auch in der Hölle? Ein Kind kommt direkt in den Himmel, weil das nicht in der Lage ist. Bist du dir sicher? Ja, bist du dir sicher? Ein Engel, weil der nicht in der Lage ist, sich selbst zu entscheiden, und der wird direkt in den Himmel kommen. Du hast einfach genau geantwortet wie Aisha. Ich bin sehr begeistert von dir. Wahnsinn. Denn es gibt ein Hadith, genau wie du. Es wird ein Engel sein, wie in den Himmel. Und dann siehst du auf einmal, dass der Mohammed sagt, nein, Aisha, das kann auch anders sein. Dieses Kind ist eventuell in der Hölle. Wir wissen es nicht. Aber das Kind hat doch noch niemals gesündigt, oder das Alte der Sünde erreicht. Genau, deswegen sagt doch Gott, Kinder vom Himmel, wenn die sterben. Was hast du mir überhaupt gerade zugehört? Der Mohammed sagt, nein, es kann auch anders sein. Vielleicht ist das Kind in der Hölle. Wir wissen es nicht. Aber das Kind hat doch noch niemals gesündigt. Wie kannst du da sagen, dass wir das nicht wissen? Wo steht das denn? In Sahih Wutlin. 2662c. Darf ich dich mal fragen, wieso du Ex-Muslim geworden bist? Ja, genau, aus solchen Gründen. Der Koran ist nicht das Wort Gottes. Der Koran ist eine Zusammentragung von Fabeln, Menschen, die etwas hineininterpretieren, Behauptungen aufstellen und einfach nur eine Verfälschung aller Schriften ist. Der Koran ist ein Mix aus Sammelsurien von Legenden, Wörtern von Menschen, die reininterpretiert wurden, von griechischen Philosophen und hast du nicht gesehen. Das ist doch deine Meinung dafür, nicht? Was ist deine Meinung dazu? Nee, das ist nicht eine Meinung. Das sind Tatsachen, die wir herausgefunden haben. Wer hat die? Ja, wir alle. Wir, die wir den Islam kritisch betrachtet haben und auf die Suche gegangen sind danach, ob der Islam auch wirklich den ganzen kritischen Standpunkten standhält. Verstehst du? Okay, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Du wünschst mir einen schönen Tag? Das war's? Ja, das war's. Ich hoffe natürlich, dass du dir Gedanken machst, aber du hast nicht mehr viel Zeit. Du kannst jeden Tag in den Tod gehen, mein Lieber. Wow. Dann wird es eine Reise ohne Rückkehr sein, wenn du dich als deinen Retter hast. Ja, meine Frage gar nicht. Du sagst doch, Jesus ist Gott, ne? Ja, natürlich ist er Gott. Wie soll ein Mensch ein Gott sein? Nee, nicht ein Mensch ist Gott, sondern Gott wurde Mensch. Du musst dich ist und wurde unterscheiden können, oder nicht? Du bist ein erwachsener Junge. Okay, alles gut. Weil wir haben verschiedene Meinungen, deswegen. Ich hoffe, dass du dir Gedanken machst um deine Ewigkeit, dass du zur Vernunft kommst und anfängst, das Neue Testament zu lesen. Die Bibel ist nicht gefälligt. Jetzt versuchst du ganz schnell rauszugehen, ne? Nein, nein, ich gehe jetzt auch raus. Ja, okay. Schade. Ja, die können nicht unterscheiden zwischen ist und wurde. Das ist so traurig. Das ist einfach nur noch traurig. Ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt über diese Leute. Ich beantworte fast alle. Oh, ihr bietet einen Menschen an. Ihr bietet einen... Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Noch mal bitte? Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Danke. Dich und deine Familie auch. Dankeschön. Wusstest du, dass Allah einen Hund hat im Himmelreich? Allah hat was erreicht? Nein. Allah hat einen Hund im Himmelreich. In Jannah. Nein, ich weiß nicht. Ja, Imam At-Tabari sagt uns das in Surah 53, Vers 1. Dass Allah einen Hund im Himmelreich hat. Okay. Erzähl mir, erzähl mir. Ich mag so eine Geschichte. Erzähl. Es ist keine Geschichte, sondern Tatsache, was sich im Koran befindet. Also Allah ist eigentlich so ein Hundeführer. Wer hat zu dir gesagt, dass ich den Koran gelesen habe? Nee, ich weiß ja, dass du niemals den Koran gelesen hast, sonst wüsstest du ja, wovon ich rede. Ja. Ja. Was ist der Grund jetzt? Der Grund ist, dass Allah nichts anderes ist als ein Hundebesitzer. Er hat einen Hund im Himmelreich. Aber dazu sagt er, wenn ein Hund bei euch im Haus ist, dann kommen die Engel nicht rein. Also da, wo Allah ist, da sind auch gar nicht die Engel, weil die Engel nicht da sind, wo ein Hund ist. Also jetzt, du willst jetzt mir sagen, dass Gott hat irgendwie was. Aber wer bist du, dass du über Gott redest? Ich bin Ex-Muslim. Und Gott hat man nicht gesehen und man weiß nicht, wer ist das? Wie eine Luft, also wie ein Glaube. Das ist ein Glaube oder so. Ja, Mohammed sagt, in Bayan Talbis Al-Jameer... Wer ist Mohammed? Ich kenne... Mohammed ist dein Gesandter. Mohammed ist dein Gesandter. Ja, aber du kommst jetzt mit Gott, also Mohammed hat keiner gesehen, das ist ein Mensch. Ja, aber dein Mohammed hat den Allah gesehen. Nein. Ja doch, in Bayan Talbis Al-Jameer, Band 7, auf der Seite 290. Nein, das ist ein Lüge. Ja, wie das ist ein Lüge? Das ist ein... nein, 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 nein. Doch, 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 er hat Allah in einer Gestalt gesehen, bartlos, ein junger Mann, bartlos, mit wolligem Haar und grünem Anzug. So was gibt es nicht. Also Gott, keiner hat gesehen und keiner kann sehen, das ist wie ein Rohr, weißt du? Ja. Das ist wie ein Rohr und dieses Rohr, es ist keiner hat gesehen und keiner kann sagen, das ist ein Mensch, das ist kein... nein. Nein, das ist einfach ein Glaube, ein Gedanke vor einem Mensch ist das. Und wann wirst du das sehen, wenn du sterbst, nach dem Sterben? Ja, aber wie hat Allah Adam erschaffen, kannst du mir das sagen? Äh, das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Nein. Ja, er sagt doch im Koran, dass er Allah mit seinen zwei Händen geschaffen hat, zwei Hände, beide Hände. Okay. Du kannst doch in Arabisch oder nicht? Doch, ich kann Arabisch, aber ich habe keine Koran im Sohre, die sind also... Ja, aber kannst du, hast du vielleicht Koran bei dir? Nein. Ja, merkt ihr das, Surah 38, Vers 75? Allah sagt, oh Iblis, was soll ich davon abgeben, ich vor mir wieder zu werfen, was ich mit meinen beiden Händen erschaffen habe? Das geht mich nicht an, aber du hast das erste Thema, du hast über was geredet und dann jetzt kommst du mit deinem Mohammed zu mir. Das heißt, musst du das nicht mehr sagen. Also du musst dir jetzt sagen, was ist mit diesem Hund und dass Gott hat was... Was ist das? Das ist Aussprache. Ja, ich habe das auch gewundert. Ich habe mir gedacht, wie können denn alle einen Hund haben, wenn er sagt, dass Hunde Nedges sind? Ja, also Hunde, Tiere sind Tiere. Vielleicht, äh, dieses Mensch, ne, dieses Mensch, die sterben, werden Tier sein später. Also sind das, also sind das menschliche Tiere da oben bei Allah im Himmel? Ich kann nicht, diese Leute sind zu heftig. Kuffa, das war richtig, Kuffa. Allah hat einen Hund, Allah verflucht diejenigen, die einen Hund haben und sagt, dass sie Nedges sind. Aber selber hat den Hund, Allah ist so. Das ist auch unglaublich, das ist einfach so unglaublich. Ja, traurig, traurig, traurig. Ja. Und Gott ist wunderbar in Serie erschaffen, ja. Handel, Jesus. Handel, Jesus. Ja, sieht das aus. Gepriesen und gelobt sei der Herr Jesus Christus in aller Ewigkeit. Amen. Ja. So, sieht's aus. Es gibt niemanden Höheres wie ihn. Incher, Jesus, sind unsere Namen im Buch des Lebens verzeichnet. Ja, wenn du Jesus Christus als dein Herrn und Heiland bekennst, King of Kings, dann darfst du dir sicher sein, dass dein Name im Buch des Lebens verzeichnet ist. Amen. Denen gab er das Anrecht, sich Kinder Gottes zu nennen, die ihn aufnahmen. Die an seinen heiligen Namen glauben. Glaubt ihr an den heiligen Namen des Herrn Jesus Christus? Habt ihr eure Knie vor dem Herrn Jesus Christus gebeugt? Habt ihr eure Schuld bereut? Glaubt ihr, dass er der Herr ist? Glaubt ihr, dass er der Allmächtige ist? Glaubt ihr, dass er für eure Sünden gestorben ist? Dann dürft ihr sicher sein, dass ihr gerettet seid. So einfach ist das. Was ist das denn? Ich bin dankbar für Jesus. Du bist dein eigener Gott. Kannst du denn auch was erschaffen wie Gott? Ein Baron vom Sektor oder was ist das? Kannst du auch was erschaffen wie Gott, denn du dein eigener Gott bist? Ja, ich weiß, was du erschaffen kannst. Ein Pups. Den kannst du selber erschaffen aus deinem Bauch heraus. Unfassbar. Aber danke, Otto. Ja, das ist traurig. Das ist traurig, wenn die Leute sich selbst zu ihren eigenen Göttern machen. Ihr Bauch ist ihr eigener Gott. Ich werde das schon selber schaffen. Ja, wenn du keine Sünde hast, wenn du niemals in deinem Leben gesündigt hast, wenn du auch niemals einen schlechten Gedanken hattest, wenn du auch niemals jemandem geschadet hast, wenn du noch nie gelogen oder was auch immer, wenn du noch nie irgendwas Schlechtes in deinem Leben getan hast, dann wirst du in den Himmel kommen. Aber solange du ein Mensch bist und ich weiß, dass du gelogen hast, solange du immer noch ein Mensch bist und du auf jeden Fall mal gelogen hast, dann bist du schuldig vor Gott. Und somit wirst du nicht ins Himmelreich kommen. Und du bedarfst die Gnade Gottes. Amen. Genau. Ich vertraue auf Gott. Wir vertrauen auf den Herrn Jesus Christus, so wie der Apostel Paulus uns das sagt. Hört euch das nochmal bitte an. Sehr wichtig. So sieht's aus. Amen. Denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die überschwendige Gnade durch viele Danksagen Gott reichlich preise. Darum werden wir nicht müde, sondern ob auch unser äusserlicher Mensch verfällt, so wird doch der Innerliche von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft ein 2. Korintherbrief. Der 2. Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Kapitel 1 So treten wir mit großer Freude. Aber ihre Gemüter wurden verhärtet. Und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gemüter wurden verhärtet. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Habt ihr das gerade gehört? Das Alte Testament, die, die es lesen, es war also dort die ganze Zeit vorhanden. Habt ihr das gerade gehört, was der Apostel Paulus da sagt? Hammer, 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 Hammer. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Angesichts die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Amen, Otto. Kapitel 4. Hier. Kapitel 4. Kapitel 4. Kapitel 4. Kapitel 5. 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 Verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, und darum reden wir auch, da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse, zur Ehre Gottes. Amen. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Amen. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über allem Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Genau. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ewig. Das ist heftig, wenn die mal sagen, Lalalalalala. Lalalala. Lalalalala. Lalalalalala. Lala-la-la-la-la-la. Geh, auf wem war das noch dieses Video? La 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 lili Viertel 5 Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert. Wie wunderschön der Apostel Paulus diese Worte wiedergibt, wenn ich das so höre. Ich denke mir, das kann nicht einfach so normal von irgendjemandem geschrieben worden sein. Er muss auf jeden Fall geleitet worden sein vom Heiligen Geist. Merkt ihr, wie inspiriert das Wort Gottes ist, wie der Apostel Paulus uns diese Worte mitgibt, inspiriert vom Heiligen Geist? Also ich habe nicht das Gefühl, dass das einfach so leere Menschenworte sind, sondern dieses Wort, was der Apostel Paulus dort spricht, das ist viel zu hoch, viel zu heftig. Wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, so dass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hier zu bereitet hat, ist Gott, der Pfarrung des Geistes gegeben. Was ist das denn für ein Müll? Was war das für ein Müll? Was war das für ein Müll-Song? Mach du einen besseren rein. Ja, mach ich hier. Guck mal, mein Song. Pass mal auf. Wie findest du meinen Song? Mach mal rein, Alter. Ja, mach ich, Alter. Guck dir das an. Ja, Kollege. Ja, mach ich jetzt. Guck jetzt. Jetzt geht sie kaputt. Da kannst du den Song von dem, der in die Tolle schmeißen, ey. Da in die Tolle schmeißen, bist du, Kollege? Nee, Kollege. Hör mal zu hier. Ja, mach mal rein, du. Ja, mach ich jetzt auch. Da wirst du ja staunt sein. Dann zeig ich dir mal, was dein Song ist. Ja, zeig mal her, du. Ja, da kannst du staunen. Dann kannst du richtig staunen, du. Ja, staun mal. Schau mal. Nicht, dass du mir mit, äh, wie heißt die? Mit Doggystyle-Komps und dieser Kati Kassavits. Genau. Richtige Staunenprogramm, Mia. Wo ist denn die Musik, du? Ja. Wo? Nein. Wo ist denn die Musik jetzt? Ja, mach ich jetzt. Einen Moment. Muss aber ein bisschen Geduld haben. Aber die Geduld ist die große. Zeit ist gelb. Mia, hör zu. Ah, ha, 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 ha. Bei mir macht sich hier keiner. So hier, Al-Bukhari, 5,6, 8,6. Ich schlamische Weisheit hing so wertvoll. So wertvoll wie das stösige Gold, der Prophet Mohammed Wusses. Oh ja, er wusste es. Ein Schluck von Kamelurin. Kamelurin. So gut wie gesund. Warte mal. Wie findest du mein Song? Schau mal den Musik aus. Mein Song ist heftiger als alle anderen. Warte mal, was ist mit dem Musik? Ey! Oh! Ja? Warte mal, warte mal. Angelo! Hast du gesehen? Angelo! Hast du das gehört? Ja, und was ging es jetzt? Der Prophet, was wolltest du damit sagen? Ja, das flüssige Gold, das er so allen gegeben hat. Damit sie es zu sich nehmen. Sehen? Heftiger Song? Hallo! Warte mal, warte mal. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Okay, ganz kurz, warte ich auf dich. Und was ging es jetzt in dieser Musik? Um Kamelurin. Ja, und was ist mit dem flüssigen Gold? Ja, der hat das für uns so mitgegeben, damit wir geheilt werden von allen Krankheiten. Aber bei dir steht doch Ex-Muslim. Ja, genau. Warum bist du Ex-Muslim? Ja, weil er mich nicht geheilt hat von all meinen Krankheiten. Äh, redest du jetzt von dem Gold? Von dem Gold? Du denkst, weil du jetzt flüssiges Gold hast, wirst du jetzt geheilt von allen Krankheiten? Nein! Ich gehe kaputt! Nein! Der magst du nicht! Ich rede doch eigentlich, du musst mir zuhören, Mensch, du! Warum rauchst du? Das kann doch nicht wahr sein, was rauchst du denn da? Ja, Kollege, aber du... Hey, Kollege, ich rauche die pure Natur. Pure Natur? Was? Das steigert die Testuronen, die... Das steigert die Testuronen, die... Die Testuronen, ne? Die Testuronen, genau. Testuronen! Sehr gut! So, und jetzt, Kollege. Ähm... Ja! Was ist mit dem Gold, was du da hast? Wo ist Rata sein Gold? Ja, das flüssige Gold. Also bei einem unerträglichen Klima kannst du zum Beispiel eine dicke, fette Tasse nehmen, unter den Hoden von einem Kamel gehen oder richtig reinpinkeln lassen, weil du kannst davon trinken. Kannst du machen? Ja, aber nee, das ist doch angeriss und gesagt worden, Mann! Nein, warte mal. Erstens, guck mal. Äh... Wo hast du schon das gelesen? Ja, in Jamia Tirmedi hatte ich 2042. Jedenfalls steht das nicht im Koran. Doch, Suche 5, Vers 33. Suche 5? Vers 33. Warte. Warte. Ja, du musst aber den Kontext beachten. Warum ist diese Geschichte herabgesandt worden? Dann erzähl mal, weil ich hab von sowas noch nie was gehört. Ja, genau. Es gab Menschen vom Stamm, vom Ukil, die haben von Mohammed wegen irgendwelchen Krankheiten oder was auch immer, oder das unerträgliche Klima in Medina, damit sie das so überwinden können, hat der Mohammed ihnen empfohlen Kamelpisse zu trinken. Und sie haben es getrunken und dann waren sie natürlich nicht erfreut darüber. Und dann haben sie angefangen, den Schäfer zu vertreiben, ihn zu töten und seine Kamele zu vertreiben. Und dann hat Mohammed das mitbekommen und hat er ihnen Hände und Füße wechselseitig, ja, so abgemacht. Okay, jetzt betrachten wir das mal aus einer anderen Perspektive. Ja. Du willst sagen, weil etwas erwähnt worden ist, dass die Krankheit heilen soll und die nicht passiert ist und du deswegen in die Religion gehörst. Aber es gibt ja viele Sachen, wo gesagt wird, was man alles tun muss. Aber du darfst ja nicht vergessen, dass das Leben ein Test ist und du getestet wirst, selbst wenn es nicht funktioniert, wie du dann immer noch zu der Religion kommst. Oder nicht? Was siehst du? Okay, das heißt ja auch, dass wenn du... Ja, du musst lieber sagen, dass Kamelpipi Krebs heilen kann. Es heißt ja auch, dass wenn die Erkältung geheilt wird, steht ja auch im Koran, aber... Ja, würdest du Mengen Kamelpisse geben, die an Krebs gerade leiden? Komm mal, wenn es eine... Das ist scheißegal, was... Das, was eine Heilung ist, äh, äh, ist ja nicht von heute auf morgen. Mein Lieber, ich bitte dich, komm, mach dein Gehirn an. Kamelpisse kann nicht Krebs heilen, okay? Was hast du mit Krebs heilen gesagt? Ja, du kannst... Wenn Allah will, wenn Allah will, ist du... Ja, die Muslime sagen das. Ist du... Ist du ein Blatt von einem Baum und das... Äh, äh, äh... Er krägt sich. Ja, stell dir mal vor, ich sage zu dir, dass ähm... Schwarzkümmelöl alle Krankheiten heilt, außer dem Tod. Würdest du sagen, Amir, du bist richtig? Oder würdest du sagen, Amir, du hast sie nicht mehr alle? Mann, auf diese Antwort kann ich nur antworten. Es gibt nicht etwas, was ganz Krankheiten heilen kann. Es kann... Es gibt alle... Es gibt Sachen, die einfach gesund für den Körper ist. Und äh... Und das kann... Dazu führt, dass du... Ähm... Ähm... Gesunder wirst. Verstehst du? Ja, stell dir mal vor, jetzt kommt jemand zu dir und sagt, äh... Du, wenn du zum Beispiel Schwarzkümmelöl trinkst, das heilt dich von allen Krankheiten, außer dem Tod. Stimmt diese Aussage? Nein. Allah kann... Allah kann äh... Äh... Es war gut. Das heißt, Mohammed war ein falscher Prophet, als er das gesagt hat. Nein, Mann, was... Was... Wenn er jetzt... Wenn er jetzt... Hat er gesagt, Schwarzkümmelöl kann sich über jede Krankheit heilen, oder was? Ja, hat er gesagt. Das ist eine Lüge. Was hat er gesagt? In Say al-Bukhari. Und in was für einen Zusammenhang hat er jetzt gesagt vor allem? Bitte? In was für einen Zusammenhang hat er jetzt... Er hat jetzt... Wie in was für einen Zusammenhang? Im ganz Normalen. Er hat gesagt, dass Schwarzkümmelöl alle Krankheiten heilt, außer dem Tod. Das ist eine Quatschaussage. Das ist ja nichts. Das ist ja Wahnsinn. Das ist eine Lüge. Schwarzkümmelöl ist ein... Ist ein... Ist ein... Ist ein... 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 Sehr gesundes... Ähm... Wie nennt man das? Im Endeffekt ist Schwarzkümmelöl sehr gesund für den Körper und kann... Kann den Körper in allen Situationen stärken. Oder nicht? In allen Situationen kann den Schwarzkümmelöl stärken? Oder nicht? Schwarzkümmelöl an sich Öle, wie von... Egal wie kommen Koks oder Oli, den Öl... Ist ein... Ist ein Produkt, was den ganzen Körper sehr stärken kann. Und allein... Allein die Psyche eines Menschen... Ja, aber du... Ja, aber du würdest doch nicht auf die Gedanken kommen, zu sagen, Schwarzkümmelöl kann alle Krankheiten heilen, außer dem Tod. Das ist doch Quatsch! Schwarz-Kümmelöl schon mal... Hast du zum Beispiel hier mal herauskommt, was... Schwarz-Kümmelöl alles zuständig ist? Okay, ich verstehe die Nutzen... Das Nutzen von Schwarz-Kümmelöl, das ist ja gar kein Problem. Aber zu behaupten, dass das alle Krankheiten heilen kann... Außer dem Tod ist doch... Das sind Lüge! Schwarz-Kümmelöl... Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang er es gesagt hat... Aber wenn er gesagt... Schwarz-Kümmelöl... Das heißt mal so... Der Prophet Isa... Jesus... Hat auch... Hat ein Brot gehabt... Ein Stück Brot... Und hat damit das ganze Volk gemacht... Er hat gesagt... Ist nur ein... Ist nur ein Stückchen... Das heißt... Gott hat... Das Brot zu viel... Sag mal... Macht gegeben... Nein... Der Herr Jesus Christus... Der Herr Jesus Christus... Der Herr Jesus Christus hat das Brot gebrochen... Hat 5000 Menschen gespeist... Und der Mohammed hat einfach Kamelurin empfohlen... Wer ist besser? Jesus oder Mohammed? Wie wäre ich besser? Was ist dann... Ja wer ist der besser? Ein... Jemand der Menschen speist... Auf... Auf einer wundersamen Art und Weise... Oder jemand der einfach nur sagt... Gibt... Gibt... Trinkt Pipi? Ja was... Schau mal... Alles im Körper hat einen Nutzen... Die... Die... Die Ausschädung eines... Menschen... Hat auch sehr viele Nutzungen... Weil die Ausschädung eines Menschen... Ist viel... Ist viel gesünder... Und natürlicher... Äh... Äh... Das ist eine... Ähm... Normale Erde hier vom Boden... Und... Äh... Alles auf dem Mittel... Wie? Bisse... Okay... Ist komplett steril... Bisse ist komplett steril? Ja... Ja... Dann trink doch mal ein bisschen... Zeig uns mal wie steril das ist... Also... Du mir... Zeig ich... Bisse gerne in deinem Becher... Und dann kannst du gucken... Ob die Wirkung hat... Warum? Warum? Heißt das denn... Du sollst auf deinem Bein urinieren... Weil es eine desinfektierende Wirkung... Du kämpfst ja nicht auf den Gedanken... Dass du trinken oder? Ne... Natürlich will ich nicht dazu kommen... Aber... Weil es eine... Wenn es eine bestimmte... Äh... Guck mal... Man sagt... Oder ist das dein Prophet jetzt? Das heißt ja auch... Wenn du beispielsweise Halsschmerzen hast... Äh... Machen manche Menschen... Natürlich... Ich lasse es nicht machen... Äh... Aber... Das heißt auch... Wenn du Halsschmerzen hast... Und du dein Urinieren trinken würdest... Würde das dein... Äh... Äh... Was soll ich denn machen... Wenn ich Bauchschmerzen habe? Was soll ich machen... Wenn ich Bauchschmerzen habe? Was meinst du? Natürlich ist die Naturzustände... Was? Wir brauchen keine... Guck mal... Guck mal... Die ganzen Medikamente sind da... Um unsere... Schmerzen sozusagen... Okay... Kein Problem... Was hat der Mohamed gesagt... Was man machen kann... Bei Bauchschmerzen? Ja... Er hat gesagt... Man soll Honig trinken... Ja... Und da gab es eine Geschichte... Wo zwei Leute zu ihm kamen... Und haben gesagt... Äh... Hier... Mein... Mein Bruder... Der hat riesengroße Bauchschmerzen... Da hat Mohamed gesagt... Geh und gib ihm Honig zu trinken... Er hat ihm Honig gegeben... Und die Bauchschmerzen wurden immer schlimmer... Da hat er zu ihm gesagt... Gib ihm mehr Honig zu trinken... Da hat er ihm mehr Honig zu trinken gegeben... Und die Bauchschmerzen wurden nur noch schlimmer... Und am Ende... Sagte der Mohamed... Äh... Der Bauch deines Bruders hat gelogen... Allah hat die Wahrheit gesagt... Was hältst du von so einem... Quatsch? Und... Wie ist denn... Ist die Geschichte so geendet oder was? Bitte? Ist die Geschichte so geendet oder was? Ja genau... Da hat der Mohamed gesagt... Gib ihm noch mehr Honig zu trinken... Und dann... Am Ende... Ist er dann gut geworden... Warte mal... Guck mal... Du sagst jetzt... Es sind zwei verschiedene Sichten... Warum glaubst du diese eine... Wieso... Glaubst du, dass diese eine Partei lügt... Und die andere nicht? Es kann... Kann ja auch sein, dass der eine gelogen hat... Und gesagt hat... Ey... Es hat zwar gewirkt... Aber ich will nicht... Was? ...mehr geglaubt als wir... Ob der noch mehr gefeiert wird... Ohne die Geschichte zu kennen... Die ich erst mal gehört habe... Äh... Kannst du nicht einfach... Eine Partei einfach so glauben... Was war das denn? Hallo? Hört ihr mich? Was war dies? Was war dies? Was war dies? Das kann doch nicht wahr sein... Was war dies? Oh... Dankeschön... Das kannst du keiner erzählen... Ja... Super... Sehr, sehr schön... Ja... Ja... Sehr, sehr schön... Ja... Super... Sehr, sehr schön... Ein Schluck Kamilorien... Ist immer gut... So... Bis gleich... Ich komme sofort... Schön... Wieder neue Hezoologie getankt... Wow... The greatest... Ja... Es hat sehr gut getankt... Wundervoll... Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen... Ne... Falls ihr auch mal... Ähm... Hezoologie studieren wollt... Kann ich euch... Äh... Die beste Uni... Universität empfehlen... Da auf der Sonnenallee... Berlin... Neukölln... Da könnt ihr dann... Auf der Sonnenallee... Die beste Hezoologie aller Zeiten... Dann studieren... Da habe ich auch mein Studium absolviert... Und den Master in Hezoologie erreicht... Und... Das kann ich euch nur... Äh... Wärmstens ans Herz legen... Also wenn ihr wirklich... Äh... Lust auf eine Karriere als Hezoologe habt... Also... Das ist wundervoll... Kann ich euch wirklich nur empfehlen... Ehrlich... Toll... Auf der Sonnenallee... In fast allen Shichabars... Kommt ihr dann rum... Dann könnt ihr da schön... Äh... Ja... Habt ihr auch Arabisch Kurs mit da drin... Und zusätzlich noch... Äh... Die größte Hetze aller Zeiten... Ne... Ja... Wundervoll... Dann klappt das auch mit den Nachbarn... Ne... Würde ich mal so sagen... Und falls nicht... Dann... Dann nicht... Danke für eure Aufmerksamkeit... Wer hat alles studiert... Ja... Hier... Dr. Scherabarmi und die Hezoologen hier... Armin... Wo stand das mit der Wassermelone? Äh... Was meinst du? Der Schiite, der Wassermelone isst... Damit seine Sünden getilgt werden... Oder der Sunnite, der sich an Wassermelonen bereichert... Was von beiden? Was möchtest du? Was möchtest du? Welche Kategorie Wassermelone würdest du denn gerne haben, Toni? Derjenige, der sich daran vergreift? Oder derjenige, der es isst und... Ja... Toni... Watermelon... Watermelon... Watermelon, mein Freund... Hahaha... Du hast mir für Sunni und Shia gegeben... Danke... Danke... Jetzt bin ich gut gewappnet... Sehr gut gewappnet... Danke, Toni... Hahaha... Für alles gibt's hier Geschenke... Das ist unglaublich, ey... Die ganzen islamischen Quellen und Schriften sind ein... Ein Sammelsurium von Geschenken hier auf TikTok... Hahaha... Wahnsinn, ey... Aber das... Das mit Zeus war letztes Mal so krass, wie das gepasst hat, ne... Dein Allah war nicht mal in der Lage, einen Blitz vom Himmel zu senden... Damit er aus diesem Schaf einen Kebab macht... Der grad seine Worte am Fressen sind... Und dann kommt Toni auf einmal um die Ecke mit dem Zeus... Hahaha... Hahaha... Wahnsinn, wie heftig das gepasst hat... Wie Faust aufs Auge, ey... Der war wirklich gut, der war wirklich gut... Hammer, ey... Der war wirklich gut, ja... Aber... So... Wer ist denn hier unter den Headsees? Was ist denn hier los? So, 47 Kiwi 47... Shalom... Hallo, mein lieber Gott segne dich und deine Familie, mein lieber Kiwi... Das kann ich ebenso sagen... Ich hab zwei Fragen... Ja... Aber was hat irgendwie gar nichts damit zu tun... Eine Frage, und zwar... Dein Bart, ne... Pflegst du nicht, ne... Weil er sieht immer so... Da sieht immer so gut aus... So... Eingehört... Dein Bart... Der sieht immer so gut aus... Da sieht so ein Gült aus... Benutzer so in Öl oder so... Nö... Ah... Okay... Meine zweite Frage ist... Und zwar... Beim Warten des Proleten... Wie bitte? Beim Warten des Proleten... Ich hatte eine zweite Frage... Das wird aber teuer, ne... Ja... Heute sind die Fragen wieder 4 Euro geworden, ne... Nicht 2,99 Euro... Das muss dir bewusst sein... Ja... Ich schicke dir gleich 50 Rosen... Da passt das dann... Ach... Dankeschön... Vielen, vielen Dank... Nein... Um Gottes Willen... Erzähl... Zweite Frage... Warum bist du eigentlich so ein Hug und so... Ja... Weil du... Eine Mama... Einen Menschen zur Welt gebracht hat... Die dich in der Lage war... So jemandem wie dich zu erzählen... Deswegen sagst du sowas... Verstehst du... Weil kein normal vernünftiger Mensch... Würde auf die Gedanken kommen... Sowas zu sagen... Das sagen nur schwer geschädigte Menschen... Deren Eltern sowas wie dich... Auf die Welt gebracht haben... Aber Gott segne deine Mutter... Und du gehst raus... So einfach ist das... Wir beleidigen nicht seine Mutter... Weil das macht nur ein... Eine Mülltonne macht sowas... Versteht ihr... Nur eine Mülltonne macht sowas... Seine Mutter ist eine wundervolle Frau... Die nichts dafür kann... Dass der so ein Haufen Mülleimer ist... Versteht ihr... Die kann er nichts dafür... Dass er so sich vergiften hat lassen... Von diesem Islamgeist und sowas... Seine Mutter... Sein Vater sind wundervolle Menschen... Und er hat sich einfach... Durch diese islamische Geist... Und diese islamische sowas... Ja... Aber wenn seine Mutter und sein Vater... Wüssten was der hier auf TikTok macht... Die würden ihn so an seinen Ohren ziehen... Und sagen... Hab ich dich so ein Zorge mein Junge? Was sagst du da in diesem Internet? Was ist das nicht? Aber Papa... Der redet über Islam... Halt... Verpiss dich jetzt! Geh in dein Zimmer, du Schweine! So... 100 Millions Prozent... Die würden einen auf die Glocke bekommen von ihren Eltern, das glaubt ihr gar nicht, das glaubt ihr nicht, ihr Lieben. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst nicht machen? Was gehst du da in dieses Internet? Warum du redest so, hab ich dich so gezogen, du blöd Mann? Du kamst aus meinen Eiern. Und du machst so eine Repräsentation. Ja, da siehst du mal. Ja, mir tun die Eltern leid, weil die können ja nichts dafür, dass der so ein Typ ist. Ein richtiger, richtige Bremsspur in der Untose der Gesellschaft. Entschuldigung, aber der musste sein. Richtige Bremsspur in der Untose der Gesellschaft, ey, Wahnsinn. Das ist krank, ey. Ja, was sollen wir, was willst du sonst mit sowas? Der kommt hier rein, stellt so eine Frage, was ist mit deinem Bart, warum ist dein Glänzer? Und die zweite Frage, warum bist du so ein Punktpunkt so? Ja, wunderschön. Und wer kriegt das wieder ab? Der Islam, weil die Muslime so sind. Also, er ist nichts weiteres als die Bremsspur in der Unterhose der Gesellschaft. Nicht mehr, nicht weniger. Möge der Herr ihn rausholen aus der Unterhose der Gesellschaft, damit er keine Bremsspur mehr ist, sondern wirklich den schmalen Weg geht nicht, wo Bremsspuren sind. Raus aus der Unterhose, rein in das echte Buchse, rein in das Leben. Möge der Herr ihn bremsen, ja, genau. Ansonsten kriegt er natürlich seinen Kamelurin-Zong. Hier, für dich, mein Lieber. Hätte er mal lieber seinen Song gehört, ja. Oh ja, er wusste es. Noch eine Schlupfe und Kamelurin. Kamelurin. So bunt und gesund. Soll ich noch drehen. Kamelurin. Oh ja, Kamelurin. Es trifft aus deinem Mund. Das flüssige Gold. Du wolltest noch getrunnen. Von uns am Propheten. Das ist ein Megasong, ey. Das ist ein richtig heftiger Song, ich sag's euch. Oh, noch, der Bass und der... Vielen Dank, Gott. Das ist so heftig, ey. Ja, was soll ich denn ein anderes geben? Das ist genauso Kamelurin. 47er Kiwi mit 47... Peinlich, peinlich, peinlich. Unglaublich. Tesla Hahn in U-Haft? Na, ehrlich jetzt? Tesla Hahn in U-Haft? Wer hat das gesagt? Wer sagt sowas? Wirklich jetzt, oder ist das Fake, oder was? Hallo? Sam schlafen. Wie geht's? Ja, nicht so gut, wenn du mir eine Match-Anfrage schickst. Wieso? Ja, dir geht's auch anscheinend nicht so gut, ne? So wie du da liegst. Ja. Mir geht auch nicht gut, wenn du was hier hast. Breaking News. Was? Teil dich mal. Was? Alles, wir geht das nicht. Was ist das da? Was ist bloß los mit den Leuten hier? Was ist passiert? Was ist passiert mit diesen Leuten? Er sah so verloren aus, ne? Er sah einfach... Kennt ihr so diese Menschen, wo man sich einfach nur denkt, das war's. Da gibt es eigentlich... Eigentlich gibt es da keine Heilung, aber das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja. Ich werde für ihn beten, herrlich. Ja, das sah richtig aus, wie... Ja, so... RTL 2, genau. So mitten im Leben, kennt ihr diese Leute, wo die sich da, äh, wo der Typ von der Frau, wo der Typ von diesem, von dieser Frau oder was das da ist, sich als lebendes, ähm, Spaghetti-Dings da hinstellt. Habt ihr es gesehen? Ich bin fast gestorben vor Lachen. Da macht er Spaghetti für diese Frau und dann sagt er so, äh, ich möchte meiner allerliebsten eine Überraschung zubereiten. Ich werde einen Topf mit Spaghetti auf meinen Körper machen, damit sie von meinem wunderschönen Körper naschen kann. Und dann legt er sich da hin, in seine Buchse, auf dem Küchentisch und dann lässt er sich die heiße Spaghetti mit, äh, mit dieser Soße auf seinen Körper drauf tun und dann kommt diese Frau da rein, der liegt da so und die so, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, du. Einmal, einfach, Spaghetti, Spaghetti Carbonara, einmal anders. Das ist ja noch schlimmer als Kamelung, ne? Ist ja selbst, guckt euch das mal bitte an. Ich glaube, das war bei Mitten im Leben. Spaghetti-Typ legt Spaghetti auf seinen Körper, diese Stichworte eigentlich, ne? Da findet ihr das, ihr lacht euch kaputt. Diese Leute sind fix und fertig, das ist so krass. Ja genau, mit Käse. Aber nicht Käse von Dings, äh, in abgepackte, äh, hier sag mal, Verpackung, nein. Käse von Füße. Mit so einem Schaber genommen und den Fuß... Einfach Parmesan anders. Einfach den Fuß da hinhalten und dann schön an der Reibe so... Unglaublich. Unbelievable. Naja, komm, wir kommen wieder raus aus dieser Fleischlichkeit. Ekelhaft. Ja, das ist das, wenn du dich zum Beispiel so mit solchen Dingen, äh, wenn du solche Dinge mal gesehen hast und das dann auf dich so einwirken lässt und das Ganze im Lichten der Bibel betrachtest, man merkt richtig, dass der Satan ihre Sinne total verblendet hat, ne? Dass ihnen auch niemals das herrliche Licht des Evangeliums aufgeht, sondern sie einfach, ihr Dasein einfach so dahin leben. Sie denken so, ich bin einfach auf der Welt, um auf Toilette zu gehen und, äh, auf die Arbeit und das war's schon und sich gar nicht mehr darüber Gedanken machen. Genau wie jetzt, die Welt geht mehr oder weniger unter und die Leute sind in den Stadien voll und dann haben sie schreien und machen die Autokorso und hast ja nicht gesehen. Fußball hier, Fußball da. Ablenkung vom Feinsten. Und im Hintergrund ist die Elite da schön die neue Weltordnung am Vorbereiten. Heftig. Ablenkung, Ablenkung. Ich trau mich. Ich brauche ein bisschen Balsam für die Seele. Ich glaube, das braucht ihr auch. Ich glaube, das braucht ihr auch. Hier, hör mal weiter. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat. Der Richterstuhl Christi, habt ihr das gehört? Der Herr Jesus Christus ist Richter. Und ihr wisst ja, es gibt kein Richter als das Richten von Yahweh selber, von Jehova. Heftig, ne? Wie der Apostel Paulus uns sagt, dass der Herr Jesus Christus Richter ist. Amen. Amen, Amen, Amen. So. Warte. Warte. Das war's für heute. Was ist das? Ja, das ist das einzige was du sagen kannst, das habt ihr gut gelernt hier auf Tiktok, glaube ich. Ja, das ist das, Psalm 7 Vers 12 und Psalm 50 Vers 6 ist, dass Gott selbst der Richter ist. Da war schon wieder genau Prototyp von Camellorin. Das ist ja unglaublich. Also nochmal darauf zurückzukommen, Psalm 50 6, Psalm 58 12, Psalm 7 12 und so weiter und so fort. Das heißt, dass Gott selbst der Richter ist. David sagt, dass Gott Richter ist. Und dann sehen wir auf einmal, dass der Herr Jesus Christus selbst der Richter ist. Versteht ihr? Das ist das, was der Apostel Paulus gerade gesagt hat in 2. Korinther 5. Richterstuhl Christi. Er wird der Richter sein. Jesus ist Gott. Jesus ist der Allmächtige Gott. Jesus ist der Allmächtige Gott. Amen. 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 Einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Amen. Habt ihr gehört? Wir sollen für den Herrn leben, der für sie gestorben ist und auferstanden ist. Also müssen wir uns bereit machen, auch für den unser Leben zu geben, der sein Leben für uns gegeben hat. Heftig, ne? Halleluja. So heftig ist das. Deswegen frage ich mich immer, wenn Muslime mir sagen, dass der Apostel Paulus, also der Paulus, Verfälscher des Neuen Testaments ist, ja, was hat er denn davon denn gehabt zum hundertsten Mal? Was hat er denn davon gehabt, einfach so in den Tod zu gehen und solche Worte zu sprechen? Ich sage euch, was ihr davon habt, damit ihr weiter in der Lüge leben bleibt. Das ist euer Problem. Ihr wollt weiter in der Lüge leben, weil ihr die Lüge liebt. Das ist das. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand, darum ist jemand, darum ist jemand, darum ist jemand. Amen. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Stell dir mal vor, ein Muslim würde sagen, weil nämlich Allah in Mohammed war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Zu was würde man dann Mohammed denn machen? Das ist Blasphemie, sowas zu behaupten. Du würdest ja Mohammed mit Allah auf eine Stufe erhöhen. Hört nochmal, guck mal hier, was da sagt der Apostel Paulus. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Kann man sagen, weil nämlich Allah in Mohammed war und die Welt mit sich selbst versöhnte? Geht sowas? Kann man als Muslim sowas sagen? Nein, absolut nicht. Niemals. Indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, Amen. Halleluja, heftig, ne? Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Wie heftig. Der Herr Jesus, der nie eine Sünde getan hat. Kapitel 6 Wir geben niemandem irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. In großer Standhaftigkeit, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, Unterschlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, in Zeiten des Wachens, in Zeiten des Fastens, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, Amen. Im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und Linken, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Vergeltet uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern. Das ist der zweite Korintherbrief. Das ist aus der Bibel. Und lasst es auch in euch weit werden. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Geht nicht. Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Genau. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Das geht nicht. Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ja, Amen. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtigen. Amen. Kapitel 7 Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Ich habe nicht einmal gesehen, dass im Koran steht Geliebte. Habt ihr es schon mal gelesen im Koran? Geliebte? Geliebte? Gibt es so ein Wort überhaupt im Koran? Geliebte? Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Gebt uns Raum in euren Herzen. Wir haben niemand Unrecht getan, niemand geschädigt, niemand übervorteilt. Ich erwähne das nicht, um zu verurteilen, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, so dass wir... Seht ihr, wir haben niemanden übervorteilt. Der Apostel Paulus hatte überhaupt nichts davon. Gar nichts. Er hatte ja nur Nachteile gehabt. Nur Nachteile. Er hat seinen Status als höchster Pharisäer aufgegeben und hat sich schlagen lassen die ganze Zeit. Für was anspucken, schlagen, alles? Für was denn? Dafür, dass er dann als eine Lüge in den Tod geht, oder was? Was für einen Sinn ergibt das? Die Muslime raffen ja gar nichts. Das ist unglaublich. Mit euch sterben und mit euch leben. Ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Oh, das ist jetzt heftig. Achtung, hört euch das bitte an. Guck mal hier, wie der Apostel Paulus uns das berichtet, was für ein Leid er auf sich genommen hat. Aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen hatte. Als er uns berichtete von eurer Sehnsucht, eurer Klage, eurem Eifer für mich, da freute ich mich noch mehr. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe. Denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Aha. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Danke. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Danke, danke. Wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht um dessen Willen, der Unrecht getan hat, auch nicht um dessen Willen, dem Unrecht geschehen ist, sondern damit unser Eifer für euch zu euren Gunsten offenbar würde vor dem Angesicht Gottes. Danke, danke. Deswegen sind wir getröstet worden in eurem Trost. Wir haben uns aber noch viel mehr über die Freude des Titus gefreut, denn sein Geist ist von euch allen erquickt worden. Danke schön, danke. Denn wenn ich euch ihm gegenüber gerühmt habe, bin ich damit nicht zu Schanden geworden, sondern wie wir euch gegenüber stets die Wahrheit gesprochen haben, so ist auch unser Rühmen dem Titus gegenüber wahr geworden. Und sein Herz ist euch jetzt noch viel mehr zugetan, da er sich an den Gehorsam von euch allen erinnert, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Ich freue mich nun, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Was für Worte, ne? Was für heilige Worte. Kapitel 8 Dankeschön. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, die Gnadschätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es über ihr Vermögen hinaus, waren sie bereitwillig. Und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes, so dass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Aber wie ihr in allem Reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Halleluja. Und ich gebe hierin einen Rat, es ist gut für euch, weil ihr nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen seit vorigem Jahr angefangen habt, dass ihr nun auch das Tun vollbringt, damit der Bereitschaft des Willens auch das Vollbringen entspricht, aus dem, was ihr habt. Denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet, wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Gott aber sei Dank, der dem Titus denselben Eifer für euch ins Herz gibt. Denn er nahm den Zuspruch an, aber weil er so großen Eifer hatte, fiel ich zu euch ab. Wir sandten aber den Bruder mit ihm, dessen Lob wegen des Evangeliums bei allen Gemeinden verbreitet ist. Und nicht nur das, sondern er ist auch von den Gemeinden zu unserem Reisegefährten erwählt worden bei diesem Liebeswerk, das von uns besorgt wird zur Ehre des Herrn selbst und zum Beweis eures guten Willens. Weil wir das verhüten wollen, dass uns jemand wegen dieser reichen Gabe, die durch uns besorgt wird, übel nachredet. Und weil wir auf das bedacht sind, was recht ist, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Wir sandten aber mit Ihnen unseren Bruder, den wir vielfach und in vielen Dingen als eifrig erfunden haben, der jetzt aber in seinem großen Vertrauen zu euch noch viel eifriger ist. Was Titus betrifft, so ist er mein Gefährte und Mitarbeiter für euch. Unsere Brüder aber sind Gesandte der Gemeinden, eine Ehre des Christus. So liefert nun den Beweis eurer Liebe und unseres Rühmens von euch ihnen gegenüber und vor den Gemeinden. Kapitel 9 Denn ich halte es für überflüssig, euch über den Dienst für die Heiligen zu schreiben. Denn ich kenne ja eure Bereitwilligkeit, die ich den Mazedoniern gegenüber von euch rühme, dass Achaia seit dem vorigen Jahr bereit gewesen ist. Und euer Eifer hat viele angespornt. Ich habe aber die Brüder gesandt, damit unser Rühmen von euch in dieser Hinsicht nicht zunichte wird, damit ihr bereit seid, so wie ich es gesagt habe. Dass nicht etwa, wenn die Mazedonier mit mir kommen und euch unvorbereitet finden, wir, um nicht zu sagen ihr, mit diesen zuversichtlichen Rühmen zu schanden werden. Darum habe ich es für nötig gehalten, die Brüder zu ermahnen, zu euch vorauszureisen, um diese vorher angekündigte Segensgabe rechtzeitig zuzubereiten, damit sie bereit ist, so dass sie eine Segensgabe ist und nicht eine Gabe des Geizes. Das aber bedenkt, wer kerklich sät, der wird auch kerklich ernten, und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Amen. Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, so dass ihr in allem reich werdet, zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreicht durch die vielen Dankgebete zu Gott, indem sie durch den Beweis dieses Dienstes zum Lob Gottes veranlasst werden für den Gehorsam eures Bekenntnisses zum Evangelium von Christus und für die Freigebigkeit der Unterstützung für sie und für alle. Und in ihrem Flehen für euch werden sie eine herzliche Zuneigung zu euch haben, wegen der überschwänglichen Gnade Gottes euch gegenüber. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Kapitel 10 Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus, der ich von Angesicht zu Angesicht demütig bin bei euch, abwesend, aber mutig gegen euch, und ich bitte euch, dass ich nicht bei meiner Anwesenheit mutig sein muss in der Zuversicht, mit der ich entschlossen, gegen etliche aufzutreten gedenke, die von uns meinen, wir würden gemäß dem Fleisch wandeln. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Schaut ihr auf das, was vor Augen liegt? Wenn jemand von sich selbst überzeugt ist, dass er Christus angehört, so möge er andererseits von sich selbst aus den Schluss ziehen, dass, gleich wie er Christus angehört, so auch wir Christus angehören. Denn wenn ich mich auch noch etwas mehr rühmen wollte wegen unserer Vollmacht, die der Herr uns gegeben hat, zu eurer Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung, so würde ich nicht zu Schanden werden. Doch ich will nicht den Anschein erwecken, als wollte ich euch durch die Briefe einschüchtern. Denn die Briefe, sagt einer, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verachtenswert. Der Betreffende soll aber bedenken, so... Ja, das ist heftig, wenn der Apostel Paulus manchmal diese Sachen schreibt, dann fühlt der eine oder andere sich total bedrängt und will das nicht so richtig aufnehmen, weil das ihnen so ein Anstoß ist. Wenn man zum Beispiel diese Sachen zitiert, was der Apostel Paulus in den Briefen so schreibt, weil das den einen oder anderen natürlich gegen den Strich geht, das ist heftig. Aber das macht der Apostel Paulus nicht, um uns zu ärgern, sondern uns immer wieder zu ermahnen. In Liebe, versteht ihr? Ja, also wie ich das gerade so in mir dachte, so krass, ja, heftig. Ja, gut. Wie wir als Abwesende mit dem Wort in Briefen sind, ebenso werden wir als Anwesende auch mit der Tat sein. Denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Sie aber sind unverständlich, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat, nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. Denn wir strecken uns nicht zu weit aus, als wären wir nicht bis zu euch gelangt. Wir sind ja auch mit dem Evangelium von Christus bis zu euch gekommen. Wir rühmen uns auch nicht ins Maßlose aufgrund der Arbeiten anderer. Wir haben aber die Hoffnung, wenn euer Glaube wächst, bei euch noch viel mehr Raum zu gewinnen, unserem Wirkungskreis gemäß, um das Evangelium auch in den Gebieten jenseits von euch zu verkündigen und uns nicht im Wirkungskreis eines anderen Ruhm zu holen, wo die Arbeit schon getan ist. Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Ja, Werbung, 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 Werbung. Mann, Mann, wie das nervt, wie das nervt. An der, den der Herr empfiehlt. Kapitel 11. Kapitel 11. Möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch ihr ertragt mich ja schon. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine kolsche Jungfrau Christus zuzuführen. Halleluja. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Die Schlange mit ihrer List. Habt ihr das schon wieder gehört? Die Schlange, die eine List macht oder listig ist. Der beste Listenschmied. Die alte Schlange. Deswegen sieht das Zeichen Allah auch aus wie eine Schlange. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Ja. Alle, die nicht auf den Islam reingefallen sind, die habt das gut ertragen. Der einen falschen Christus lehrt. Einen falschen Jesus lehrt. Der Isa. Der ja überhaupt null mit dem biblischen Jesus zu tun hat. Null, 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 nichts. Denn ich meine, dass ich jenen bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe. Und wenn ich auch in der Rede einen... Ja, er ist der Apostel Allahs, des besten Listenschmieds. Heftig, ne? Sie nennen ihn auch Apostel Allahs, den Mohammed. Der Apostel Allah, des besten Listenschmieds, der Jesus Christus runtergebuttert hat, aus dem Isa gemacht hat, den Gesandten Allahs. Weder den Sohn Gottes, noch dass Allah der Vater wäre, noch dass es Vater, Sohn, Heiliger Geist wäre, und so weiter und so fort. Also die gesamte Bibel wird auf den Kopf gestellt. Und ich bin so doch nicht in der Erkenntnis, sondern wir sind euch gegenüber auf jede Weise in allem offenbar geworden. Oder habe ich eine Sünde begangen, indem ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet, so dass ich euch unentgeltlich das Evangelium Gottes verkündigt habe? Andere Gemeinden habe ich beraubt und von ihnen Lohn genommen, um euch zu dienen. Und als ich bei euch war und Mangel litt, bin ich niemand zur Last gefallen, denn meinen Mangel füllten die Brüder aus, die aus Mazedonien kamen. Und in allem habe ich mich gehütet, euch zur Last zu fallen und werde mich auch ferner hüten. So gewiss die Wahrheit des Christus in mir ist, soll dieser Ruhm mir nicht verwehrt werden in den Gegenden von Achaia. Warum das? Weil ich euch nicht lieb habe? Gott weiß es. Was ich aber tue, das werde ich auch ferner tun, um denen die Gelegenheit abzuschneiden, welche eine Gelegenheit suchen, um in dem, dessen sie sich rühmen, so erfunden zu werden wie wir. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Ja, Jibril. Luzifer, der sich als Engel Gabriel ausgegeben hat, Mohammed in der Höhle gewürgt hat und der sich als ein falscher Engel ausgegeben hat. Der Luzifer, der sich als Engel des Lichts verkleidet hat und Mohammed begegnet. Das ist Wahnsinn, ne? So wie Al-Kurte, wie uns das sagt, Suche 22, Vers 52. Al-Abiad, der Weiße, der in Form von Engel Gabriel kam und Mohammed diese Sachen diktierte. Wahnsinn, ne? Ich sage nochmals, niemand soll mich für Töricht halten. Andernfalls aber nehmt mich als einen Törichten an, damit auch ich mich ein wenig rühmen kann. Was ich jetzt rede, das rede ich nicht dem Herrn gemäß, sondern wie in Torheit, in diesem zuversichtlichen Rühmen. Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will auch ich mich rühmen. Ihr, die ihr klug seid, ertragt ja gerne die Törichten. Ihr ertragt es ja, wenn jemand euch versklavt, wenn jemand euch aufziert, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Zur Schande sage ich das, dass wir so schwach waren. Worauf aber jemand pocht, ich rede in Torheit, darauf poche ich auch. Sie sind Hebräer? Ich bin es auch. Sie sind Israeliten? Ich auch. Sie sind Abraham Same? Ich auch. Sie sind Diener des Christus? Ich rede unsinnig. Ich bin es noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge, wenige einen empfangen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen. Einmal gesteinigt war. Dreimal haben wir. Da ist das. Seht ihr? Für was sollte denn der Apostel Paulus sich das antun? Er kriegt von den Juden Schläge, weil er nicht ablassen wird von Jesus. Er wird verfolgt. Er hat Schiffsbruch erlitten. Er hat Steine gegen den Kopf bekommen. Alles für was? Für eine Lüge? Hör mal, hör mal nochmal, bitte. Das ist so genial. Guck dir das mal an. Ich rede unsinnig. Ich bin es noch mehr. Ich bin es noch mehr? Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge. Ausgestanden. War weit mehr in Gefängnissen. Öfters in Todesgefahr. Heftig. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge, weniger einen empfangen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen. Einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugetragen. Boah. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen. In Gefahren auf Flüssen. Alles. In Gefahren durch Räuber. Alles. In Gefahren vom eigenen Volk. Alles. In Gefahren von Heiden. In Gefahren in der Stadt. In Gefahren in der Wüste. In Gefahren auf dem Meer. In Gefahren unter falschen Brüdern. Wahnsinn. In Arbeit und Mühe. Oftmals in Nachtwachen. In Hunger und Durst. Wahnsinn. Oftmals in Fasten. In Kälte und Blöße. Alles. All dem der tägliche Andrang zu mir. Die Sorge für alle Gemeinden. Wahnsinn. Er ist schwach und ich bin nicht auch schwach. Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wahnsinn. Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Ja, Amen. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit. Amen. Er weiß, dass ich nicht lüge. Amen. In Damaskus bewachte der Stadthalter des Königs Aritas die Stadt der Damascener, weil er mich verhaften wollte. Und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. Heftig. Hey. Was der Apostel Paulus erlitten hat um Christus willen, dass er weiterhin das Wort verbreitet und so, das ist heftig. Das war ihm völlig egal, weil der Herr Jesus Christus ihn sehend gemacht hat. Wahnsinn, ne? Das ist so krass. Ich hab Schläge bekommen. Ich hab Schiffsbruch erlitten. Ich wurde gesteinigt. Ich wurde dies, ich wurde das. Ich hab Hunger erlitten. Alles. Aber für Christus mach ich das. Wahnsinn. Und dann siehst du auf einmal den Mohammed, den Surin 9, Vers 49, sagt er zu Al-Jad, komm lass uns die Stadt Tabuk angreifen, da sind blonde Frauen. Reza, Reza, da kommt der Mohammed auf den Gedanken einen anderen Mann dazu zu bringen, eine Stadt anzugreifen, um dort blonde Frauen zu klären. Und dann siehst du, der arme Apostel Paulus, der seinen Status als den höchsten Pharisäer aufgegeben hat und für Christus und Jesus Schläge erlitten hat. Stein an den Kopf gekriegt hat, Schiffsbruch erlitten hat, Fäuste, alle. Und dann sagen die, Apostel Paulus ist ein Betrüger. Ja, was ist denn dann Mohammed, Mann? Wenn ihr den guten Apostel Paulus als Betrüger erwähnt. Ja, was ist denn dann Mohammed? Ich kann nicht mehr, das ist ja Wahnsinn, Mann. Das ist genauso wie, Mohammed ist der beste Mensch der Welt. Unglaublich. Hat der Apostel Paulus gesagt, ein Fünftel der Beute gehört immer mir, die schönsten Frauen gehören mir, alles gehört mir. Der kriegt Schläge an den Kopf und verleugnet Christus Jesus nicht und macht weiter. Und hat nicht zurückgeschlagen. Unglaublich. Absoluter Wahnsinn. Ja, wenn man darüber nachdenkt, wie lächerlich klingt das bitte, Mann. Für was sollte denn der Apostel Paulus seinen heftigen Status aufgeben? Weil der Mohammed, der war ja arm. Bei Mohammed sehen wir doch diesen krassen Betrug. Mohammed war also arm und ist durch den Islam ultrareich geworden, wurde zum Millionär. Aber Apostel Paulus, genau das Gegenteil. Er hatte einen super Status von Millionär und alles mögliche, Geld, Essen, alles mögliche. Hatte auf einmal den Status eines Dings angenommen, eines Knechtes. Und der Mohammed wurde vom Knecht zu einem Millionär durch den Islam und seine Raubzüge. Das ist einfach so beschämend und traurig. Beschämend und traurig. Dass sie überhaupt den Apostel Paulus in ihrem Mund erwähnen. Das müsst ihr euch mal geben. Das ist so krass. Ja, es ist so krass. Es ist so krass. Ja. Da versucht das einer mal zu verstehen, diese Logik. Da versucht mal einer, diese Logik der Muslime zu verstehen. Nur mal rein von der Logik her. Was die sich da zusammenbasteln. Nur um den Apostel Paulus runterzumachen. Für was? Damit sie weiter in dieser Lüge drinnen bleiben. Das ist einfach nur heftig, einfach nur heftig. Ab Kapitel 12. Kapitel 12. Das Rühmen nützt mir freilich nichts. Doch will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder ob außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel. Ja, wenn dein Lehrer mich nicht mag, dann habe ich alles richtig gemacht. Wehe euch, wenn die Menschen euch lieben. Wehe euch, wenn die Menschen gut reden und euch lieben. Ja, habe ich alles richtig gemacht, wenn dein Lehrer mich nicht mag. So sieht's aus. Der Apostel Paulus hat sich nur einmal selbst gerühmt. Und da hat der Herr Jesus Christus ihm sofort einen Dämon geschickt. Du bloß nicht erhöhen. Hör mal nochmal bitte, das ist so Hammer. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Wow. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Wow. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Wahnsinn. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich schwach. Genauso sieht es aus. Ich bin töricht geworden mit meinem Rühmen. Ihr habt mich dazu gezwungen. Denn ich sollte von euch empfohlen werden, da ich den bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe, wenn ich auf nichts bin. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Denn worin seid ihr benachteiligt worden gegenüber den restlichen Gemeinden? Denn außer, dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin, vergebt mir dieses Unrecht. Wahnsinn. Ziel. Zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen. Und ich werde euch nicht zur Last fallen. Denn ich suche nicht das eure, sondern euch. Es soll... Wie bescheiden der Apostel Paulus ist. Merkt ihr diese Bescheidenheit? Merkt ihr diesen Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist aus ihm spricht, dass er sich immer runter macht und andere immer versuchen zu erhöhen? Merkt ihr das? Wie der Heilige Geist in ihm wirkt? Die Worte, die er spricht, sind ja nicht einfach so Menschenworte. Nein. Es ist inspiriert vom Heiligen Geist Gottes Worte. Hört euch das bitte an. Es ist heftig, Mann. Wir wollen ja nicht die Kinder, den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Wahnsinn. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Wahnsinn, ne? Doch sei es so, dass ich euch nicht belästigt habe. Alles in Christus reden wir und das alles Geliebte zu eurer Erbauung. Denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnten Streitigkeiten unter euch sein. Kapitel 13 Kapitel 13 Dies ist das dritte Mal, dass ich zu euch komme. Durch zweier und dreier Zeugen Mund soll jede Aussage festgestellt werden. Ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus, wie bei meiner zweiten Anwesenheit, so schreibe ich auch jetzt in meiner Abwesenheit, denen, die zuvor gesündigt haben und allen übrigen, dass ich nicht schonen werde, wenn ich nochmals komme, weil ihr ja einen Beweis verlangt, dass Christus durch mich redet, der euch gegenüber nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Ja, Amen. Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben, aus der Kraft Gottes für euch. Amen. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe. Amen. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Ich bete aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tut. Nicht damit wir bewährt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut, wir aber wie Unbewährte seien. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Wir freuen uns nämlich, wenn wir schwach sind, ihr aber stark seid. Das aber wünschen wir auch, euer Zurechtkommen. Darum schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge gebrauchen muss, gemäß der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zum Erbauen und nicht zum Zerstören. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Amen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Da habt ihr die Dreieinigkeit. Habt ihr es gehört? Hört nochmal. Guckt mal, wie der Apostel Paulus die Dreieinigkeit nochmal schön für uns alle mitgibt. Hört euch das mal an. Willigen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft Gottes. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die... Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Heftig, ne? Jesus Christus, der Vater und der Heilige Geist. Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 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 Ja, das war der zweite Korintherbrief. Heftig. Wie genial, ne? Man kann gar nicht mehr aufhören, dazu zu hören. Das ist unglaublich. Ja, das packt einen, ne? Bei euch genauso, ne? Heftig. Und da habt ihr es, ne? Die Dreieinigkeit noch am Ende des Korintherbriefs, des zweiten Korintherbriefs, ne? Die Liebe Gottes, die Gnade des Christus. Eigentlich heißt das, die Gnade Gottes sei ja mit euch. Aber der Apostel Paulus sagt, die Gnade Christi sei mit euch. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Gnade Gottes mit der Gnade Christi zu vergleichen? Ihr hört mal. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und... Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Das ist ja so heftig, ne? Guck mal, Mert. Ich tu dir einen Gefallen und werde dich blockieren. Mach's gut, Mert. Das ist unglaublich. Man darf also nicht heftig oder krass sagen. Raus. Raus. Auf so einen religiösen Haufen habe ich keine Lust. Unfassbar. Mach der mir ein auf religiöser Pharisäer. Schau dir das mal. Da kommen diese Pharisäer direkt zum Vorschein. Wenn man einfach nur mal krass sagt oder heftig so Ausdruck verleiht. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Für ihn ist es für ihn schon heftig oder krass. Ja, okay. War schon für ihn viel zu viel. Echt heftig. Na, jetzt kann der krass von draußen zugucken. Hör nochmal. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Dankeschön, danke. Ja, seht ihr mal, wie der Apostel Paulus das in einem Atemzug sagt. Die Gnade des Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das ist einfach nur genial. Wo sagt Apostel Paulus Dreieinigkeit? Das ist einfach so heftig. Das ist so heftig. Ja, Entschuldigung. Ich habe wieder heftig gesagt. Oder ich habe krass gesagt. Entschuldigung. Und das ist auch nochmal. Da kommt die Stufe auch nochmal zum Ausdruck. Leute, krass heftig. Hey, Amir, hör auf, diese weltlichen Worte zu sagen. Ja, ja, okay, ist ja gut. Kein Problem. Wenn du meine Worte nicht ertragen kannst, mein Lieber, dann bitte geh bitte raus. Ist kein Problem. Tschüss. Mach's gut. Du musst mir ja nicht zuhören. Geh aber, geh mit Gott. Geh in Liebe. Kufa. Der Götz ist ein Kufa. Ja, ich habe keine Lust auf diesen religiösen Wahnsinn. Da kommt das ganz schnell in so einer Werksgerechtigkeit, wenn du schon so damit anfängst. Das geht ganz schnell in so eine Art Werksgerechtigkeit. Ja, so krass heftig. Hör auf, hör auf, dich zu sagen. Hör auf. Es reicht. Hallo, Gottes Segen. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ich wollte mal ein Thema ansprechen. Ja. Und zwar, ich wurde letztens in der Schule, weil ich mit meiner Kunstlehrerin über Islam und so was geredet habe. Und die hat das halt falsch aufgefasst. Wir haben so geredet und über Koran und so was, was da so alles drin steht. Ja. Und die hat das komplett falsch aufgefasst und dann ist sie zu meinem Klassenlehrer gegangen und hat gesagt, dass ich gesagt habe, dass alle Muslime Terroristen sind, was ich so gar nicht gesagt habe. Unglaublich. Und dann darf ich jetzt nicht mit nach Auschwitz fahren. Ist das krank. Ja, ne? Ja, da musst du ja immer aufpassen, was man in der Schule da sagt. Weil die Schulen sind ja total verseucht und du darfst ja noch nichtmals mehr deine Meinung kundtun. Und zum Beispiel auch durch die islamischen Schriften deinen Standpunkt ja auch prüfen, ne? Um zu zeigen, dass der Islam alles andere ist als friedlich. Ja. Habt ihr das auch mit der Abrogation und so was gezeigt? Weil die hat ja gesagt, da sind auch friedliche Verse. Das stimmt ja, aber die Abrogation. Genau, das wurde abrogiert. Sehr gut, dass du das gemacht hast. Sehr gut. Ja, und dann mein linker Lehrer, der ja eh so gegen Religion und so was ist. Ja. Ja, da darf ich jetzt nicht mitfahren. Was darfst du? Ich darf jetzt nicht mitfahren nach Auschwitz. Ja, geh das nochmal ansprechen. Such mal ein klärendes Gespräch da. Ich hab mich aufgefasst. Das war ja schon Klassenkonferenz. Ach, du hattest ne Klassenkonferenz schon? Ja. Und deine Mutter und dein Vater waren auch dabei? Ja. Und dann wurde ich vor meinen Eltern als Rechtsradikal bezeichnet. Ist das krank. Ist das krank. Ja. Ja, aber das könnte ich doch nicht einfach so machen. Hast du einen Anwalt eingeschaltet? Das ist ja Quatsch. Nein, das ist viel zu... Komme ich lieber nicht mit, als dass ich jetzt irgendwie noch irgendwelche Kosten habe. Ja, okay, du bist noch jung, ne? Du bist wie alt, bist du 15, 16, aber, ne? Ja, 15. Ja, 15. Ja, oh mein Gott. Ich soll gerne in der Schule so, weil da viele Kinder sind, deswegen rede ich gerne mit denen über das Christentum und den Islam und zeig denen so meine Punkte, was ich so gut daran finde und was ich so schlecht daran finde. Ja, sehr gut, sehr gut. In einem meinungsfreien Land ist dir das natürlich erlaubt. Du kannst über alles mit den Menschen reden. Das ist alles dir erlaubt. Du kannst ganz normal mit den Menschen über Dinge sprechen, die unsere Gesellschaft, was heißt belastet, aber ich meine hier, dass unsere Gesellschaft sich darauf... Wie nennt man das? Ja, wenn fällt das Wort nicht ein. Ja. Meine Lehrer, die sind auch alle so, die verteidigen alle Islam, aber die wissen ja gar nicht, was der Islam mit denen machen würde. Ja, genau. Der Islam würde sie niemals tolerieren. Ihr Welt würden sie niemals akzeptieren, der Islam, die Muslimen. Sie machen es ja nur so lange, weil der Islam in der Unterzahl ist. Deswegen akzeptieren die dich, mich und alle anderen hier. Aber sobald der Islam und die Muslime in der Oberhand sind, dann siehst du auf einmal einen ganz anderen Ton. Das ist das große Problem, was da ist. Ja, es ist halt krass. Ja, was ich sagen wollte von eben, dass einige Themen, die die Gesellschaft hier bedrücken, dass man diese anspricht. Es gibt ja sehr viele Menschen in dieser Gesellschaft, die diese Themen ja auch bedrücken. Und darüber sollte man ja auch sprechen dürfen. Ja. Die nicht runterputtern oder kleinreden oder sowas. Nein, es gibt einige Themen, die sehr viele Menschen in diesem Land beschäftigen und auch traurig machen, dass man darüber nicht spricht und das Ganze versucht zu klären. Ja, meine Eltern, die sind beide ungläubig. Bitte? Meine Eltern, die sind beide ungläubig und die rasten immer aus, wenn ich das Thema Islam und Christentum für uns anspricht. Ja. Ja. Ja, das ist alles. Aber wenn du dann auf einmal zum Islam konvertieren würdest, dann wäre es denen auf einmal nicht mehr so egal, ne? Ja, habe ich auch schon. Oh, was haben wir für einen Fehler gemacht? Hätten wir doch mit unserem Sohn geredet und ihn aufgeklärt und so. Aber weil du jetzt nur so über den Islam redest und ihn kritisierst, das wollen die natürlich nicht hören. Aber sobald es in die Richtung gehen würde, wenn du dich für den Islam interessierst oder wenn man den Islam annimmt, dann sind die auf einmal empört. Guck dir das an. Und ich wollte noch ein Thema ansprechen und zwar, was ist so deine Einstellung zur Kirche? Ich habe nichts mit Kirche zu tun. Mögen die Menschen, die zur Kirche gehen, wirklich wahrhaftig vom Herrn Jesus Christus, ja, was heißt sie, ja, gerettet werden eines Tages, sodass sie rauskommen, eine Entscheidung für ihn treffen, weil die meisten, die da drin sind, ja, keine Ahnung, sind alles Traditionalisten. Und ich hoffe und bete natürlich, dass der ein oder andere sich Gedanken macht und Buße tut, umkehrt und von Neuem geboren wird, ne? Das ist das. Zum Beispiel, ich bin Anhänger der orthodoxen Kirche und da ist immer noch der Mittelpunkt natürlich Jesus Christus, ne? Ja, aber du siehst ja, was die da machen. Die machen eine heiligen Verehrung und... Ja, aber Verehrung ist ja nicht Anbietung. Bitte? Wir verehren ja nur die historische Person, wir verehren ja jetzt nicht irgendwie ein Bild oder sowas. Aber gut, du betest ja zu ihnen, du sprichst ja zu Toten. Ja. Ja, siehst du, das geht gar nicht. Ja, aber zum Beispiel die heilige Maria, die ist ja auch schon, da gab es so ein Event, wo die das angekündigt hat und dann ist sie irgendwie vor ein paar tausend Leuten erschienen. Ja, du siehst ja, dass der Satan Zeichen und Wunder macht, damit er die Menschen verführt. Das sehen wir doch in 2. Korinther 11, 14. Habe ich doch gerade abspielen lassen. Ja, aber die heilige Maria doch nicht. Du sollst im Glauben wandeln, nicht im Schauen. Sowas ist nicht in Ordnung, was du da machst. Du musst umkehren von diese Wunderzeichen und sowas. Nein, du musst dich ganz nüchtern auf den Glauben verlassen, auf den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Zu ihm nichts beigesellen, sondern ihm die Ehre geben und wenn du ihm die Ehre gibst, so gibst du Gott dem Vater die Ehre. Nicht wenn du XYZ Kirchenvater hier, Kirchenvater da oder irgendein Heiliger oder was weiß ich, was die Ehre gibst. Nein, du sollst dem Herrn Jesus Christus die Ehre geben und nicht seine Ehre teilen. Ja. Die Liebe gehört allein dem Herrn Jesus Christus. Und ich wollte noch ein Thema ansprechen und zwar... Ich gehe gerade in den Tunnel rein einen Moment, ich habe ja nicht gefahren. Ja, natürlich. Hörst du mich? Ja, klar. Okay. Ja, ich habe auch Kurden in der Klasse, die sind alle Muslime und ich wollte schon mal ansprechen, weil die mögen es nicht, weil man sie Türken nennt und dann wollte ich mal ansprechen, was der Islam so mit dem kurdischen Volk gemacht hat. Und dann sind sie komplett ausgerastet. Ja, heftig, wenn du diesen Nerv der Zeit ansprichst, das ist heftig, das ist ein sehr, sehr großes Thema, weil die Araber die Kurden ja mehr oder weniger, ich weiß schon, 20 islamisiert haben. Genau wie alle anderen Völker, als die Araber Saudi-Arabien verlassen haben, haben sie alle zum Islam gezwungen. Ja. Ja. Und noch eine Sache, die ich ansprechen wollte, und zwar dein Bruder Reza, der hat mal gesagt, dass die ganzen AfDler in die Hölle kommen. Ja. Gehst du da auch mit? Oder was mein Bruder sagt, das musst du schon ernst nehmen. Und wenn der Herr in Jakobus 4 Vers 4 sagt, wer Freundschaft zur Welt pflegt, der ist ein Feind Gottes, was der Herr Jesus Christus am Ende entscheidet, das weiß nicht mein Bruder, das weiß auch nicht ich, das weiß keiner. Aber wenn du hingehst und auf einmal weltliche Instanzen wählst und dich nicht auf den Herrn Jesus Christus verlässt, ja, was machst du denn dann? Bist du ein weltlicher Mensch oder gehörst du zu Christus? Sag es mir. Ja, weil ich habe mal auf Dela... Ich habe dich was gefragt. Verlässt du dich auf die Welt mit Politik und so oder auf wen verlässt du dich? Ja, auf Jesus Christus, aber wir brauchen noch die Politik, sonst würde die Welt nicht funktionieren. Der Herr hat alles in der Hand, egal wen du willst. Warum hast du kein Vertrauen zu Gott? Warum gehst du zurück in die Welt? Ja, habe ich doch, aber ich meine, wir brauchen noch die Politik. Du würdest das doch nicht erwähnen, sonst würdest du das doch nicht erwähnen. Was der Herr Jesus Christus macht, das weiß keiner. Wie er errichten wird, das weiß nur der Herr. Okay? Aber hinzugehen und weltliche Instanzen zu wählen und zu sagen, ja, ich glaube an Christus, aber will ein bisschen noch die Welt. Ja, passt das zusammen, frage ich dich. Welt und Christus oder nur Christus? Oder nur die Welt? Was denn jetzt? Ja. Siehst du, wie das nicht aufgeht? Entweder ich gehöre zu Christus oder ich gehöre zur Welt. Aber hier ein bisschen Christus und ein bisschen Welt, was soll das? Findest du das in Ordnung? Selber, jetzt frag dich einmal selber. Ein jeglicher Geist prüfe sich doch einmal selbst, sagt doch der Apostel Paulus. Haben wir doch gerade gehört. Ja. Wie ist du? Das begreift auch jemand wie du. Und 15-Jähriger, 16-Jähriger ist normal. Du hast doch einen verstanden. Du bist doch ein schlauer Junge. Ja, wir durften ja jetzt vor das Europaparlament das erste Mal wählen. Und da habe ich mich gefragt, was ich denn jetzt wählen soll. Ihr gar nichts, du sollst Christus wählen. Du sollst erst mal Husten, du Hörer, das ist mir ja schon bewusst. Aber es geht doch... Es liegt doch alles in der Hand des Herrn, was passiert. Oder willst du in die Belange Gottes eingreifen oder was? Ich meine, auf einem Stimmzettel steht ja nicht Jesus Christus, was ich ankreuzen kann. Ja, genau. Wenn da Jesus Christus stehen würde, würde ich als erstes in diese Bude da gehen und mein Kreuz setzen für Jesus Christus. Ja. Aber was willst du? Wir können doch die Welt nicht verändern. Sind wir jetzt Weltretter geworden oder was? Nein. Nein. Diese Welt ist zum Scheitern verurteilt. Das muss doch jedem bewusst sein. Der Herr Jesus Christus wird bald mit der Welt kurz einen Prozess machen. Willst du denn hier noch retten? Was willst du denn hier retten? Was? Willst du anfangen 15 Millionen Muslime oder 20 Millionen Muslime herauszuschicken oder was? Das Ding ist gelaufen. Nein, nur die 300.000. Der Herr Schiffen beginnt bald. Nur deren Asylantrag abgelehnt wird. Er weiß uns schnell zu bekehren. Der Herr Jesus Christus will, dass wir uns bekehren. Du kannst den Zorn Gottes nicht aufhalten. Hast du gesehen, was er mit den Völkern angerichtet hat? Als Israel zum Beispiel untreu geworden ist? Hast du gesehen? Er hat auch andere Völker benutzt, um sein eigenes Volk zu strafen. Heftig. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was der Herr Jesus Christus mit Europa machen wird. Bestehst du das jetzt? Ja. So einfach. Zum Beispiel Eurovision, hast du das geguckt? Ja, ich habe Conchita Wurst geguckt. Da siehst du doch, wie Satan sich manifestiert durch seine Stars und so. Ja. Die hat auch gesagt, die ist eine Hexe. Bitte? Die eine, ich glaube, das war Irland, hat ja auch gesagt, die ist eine Hexe. Ja, genau. Diese Frau, die sich da Pentagramm da auf die Stirn knatscht. Ja. Ich verstehe, guck mal. Von einer weltlichen Perspektive, ich verstehe die Sorgen und Ängste der Bevölkerung hier. Die wünschen sich, dass jemand etwas dagegen unternimmt. Dass die Muslime mit ihrer Religion hier nicht die Oberhand gewinnen und dass sie uns vor die Wahl stellen. Weil das machen sie. Wir kennen uns ja aus mittlerweile. Weil wir wissen ja, was die Muslime vorhaben. Ja. Das Internet ist ja da. Wir haben ihre Internetseiten, ihre Bücher. Alle sind ja gedruckt. Und für jeden zugänglich. Also nur ein Spatzenhirn würde sagen, nee, das hat mit Islam eigentlich nichts zu tun. Ja, aber leider haben irgendwie die Deutschen und sowas nicht aus der Geschichte gelernt. Ich meine, so mit Islam und so. Ja, also jemand, der ein wenig Gehirnmasse hat, würde ganz genau wissen, was der Islam vorhat. Weil der Islam ja seit 1400 Jahren nur auf Eroberung aus ist. Und die muslimischen Gelehrten geben das ja auch zu. Das ist ja gar kein Geheimnis. Die sprechen es ja offen aus. Verstehst du? Und nicht nur einer, sondern unzählige. Dass wir sagen, hier haben wir es nicht mit einem, mit einem Dings zu tun. Sag mal schnell mit einem Ausnahmefall. Nein. Hier hat sich die Ausnahme in der Regel eingesetzt. Also beziehungsweise die Ausnahme ist zur Regel geworden. Was ist das? Wenn sich also eine Sache ständig wiederholt, dann ist es bewiesen. Und dann sehen wir, dass viele Gelehrte die Ansicht auch haben und auch das Ganze nach Koran und Sunnah auch erklären, dass wenn der Islam eines Tages die Oberhand hat, die Muslime dann zu einigen Sachen aufgerufen werden. Und zwar die Menschen vor die Wahl zu stellen. So wie Mohammed das gesagt hat. Wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann setzt sie vor drei Alternativen. Islam, Jizia oder der Kampf gegen euch. Ja, das weiß ich. Siehst du? Aber leider ist unsere Gesellschaft viel zu akzeptabel. Sie akzeptieren die Intoleranz. Also sie tolerieren quasi etwas, was sie niemals tolerieren würden. Okay, mein Lieber, ich muss mal weitermachen. Ich esse jetzt ein paar Gnocchi und dann ist es auch fertig. Genau, und dann liest du mal ein bisschen das Wort Gottes und betest zum Herrn Jesus Christus und bereust mal ein bisschen deine Schuld. Okay, mein Lieber? Ja, mach ich. Schönen Tag. Ich komme jetzt gleich wieder hier leben. I love you all. Nochmal, damit ihr mich nicht falsch versteht. Ja, ich verstehe eure Ängste. Ich habe genau manchmal auch diese Ängste in mir. Aber wir müssen uns ganz und gar auf den Herrn Jesus Christus verlassen. Er ist unser Maßstab. Er ist unser Vorbild. Auf ihn sollen wir schauen und nur auf ihn. Und dann wird unsere Angst auch immer wieder gedämpft. Beziehungsweise der Heilige Geist, der in uns ist, nimmt uns ja auch die Sorgen und Ängste. Weil wir wissen, das liegt alles in der Hand des Herrn. Wir können da nichts tun. Der Herr hat alles im Griff. Wir müssen ihm vertrauen. Okay? Gott segne euch. Aber ich weiß nicht wieder. Aber ich weiß nicht wieder. Herzinfarkt. Wo muss das sein? So. Esan. Esan. Yo, was geht? Amir. Ich will nicht viel, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Wie geht's dir? Ich auch, ja, auf jeden Fall. Mir geht's gut. Erzähl mal so. Macht dir das Spaß eigentlich so ehrlich jetzt ohne Witz? Ja, mir macht das unglaublich Spaß, ja. Aber du machst ja nichts anderes als die Leute, die du kritisierst. Machst ja dasselbe, was die machen. Du sagst, sie sind so und so. Aber du ärgerst ja auch die Leute wie diese Menschen. Ja, aber ich gehe nicht hin und haue ihnen auf die Mütze. Aber du sorgst dafür, dass diese Leute andere Leute auf die Mütze hauen. Weil es gibt so kleine Jungs, die machen dir nach. Und dementsprechend bekommen die auf die Fresse und du bringst das dazu, ne? Nee, jeder ist seines eigenes Glückes Schmied und jeder ist für seine eigenen Taten verantwortlich. Was habe ich denn damit zu tun, wenn jemand auf die... Du bist doch so ein guter Mensch, Bruder. Du gibst doch den Leuten was Gutes mit. Und die lehnen dich manchmal als Vorbild, ne? Ja, und? Ja gut, es ist gut, dass sie mich als Vorbild nehmen. So können wir aus dieser Gesellschaft etwas Positives machen. Das ist ja auch schön, am Großen und Ganzen, Amir. Du tust auch deiner Familie nichts Gutes damit, ne? Die sind alle traurig. Nicht alle, aber im großen Teil. Du machst nichts Gutes für deine Familie, das sag ich nicht. Ach, okay. Vielen, vielen Dank. Mach's gut, komm. Raus. Warte, da redet, ne? Mein Junge, Junge. Hallo? Ja, wenn alle sich Dr. Scheer Abouami zum Vorbild nehmen würden von den Muslimen, da hätten wir das Stammhassel ja gar nicht. Danke, Kusinus. Da würden wir alle unseren normalen Tätigkeiten nachgehen. Wir würden evangelisieren und kein Problem. Kein Thema. Da hätten wir das Problem ja nicht mehr. Hallo? Ja, hallo, hörst du mich? Ja, bitte. Ich habe eine Frage, und zwar, ich kann dir jetzt nicht sagen, wo in der Bibel das steht, aber da gab es doch mal so eine Situation, wo irgendeiner unter einem Stein lag und dann irgendwie die Jünger oder so von Jesus den Stein geschoben haben und Jesus dann danach diesen Mann darunter geheilt hat. Weißt du, wovon ich spreche? Du meinst Lazarus. Okay. irgendwie Verwesung wäre und dann haben sie gesehen, dass Lazarus wieder auferstanden ist, weil der Herr ihm das ermöglicht hat, aufzustehen. Komm wieder raus, Lazarus. Ja, genau, und dann haben die Jünger oder wer das geschoben hat, hat dann doch auch gefragt, warum Jesus das nicht selbst gemacht hat. Und dann meinte Jesus doch, alles, was möglich ist, das könnt ihr machen und das Unmögliche macht er, sozusagen. Keine Ahnung, wir müssen dann den Vers, wir müssen den Vers dann lest. Ich glaube, das sind viele falsche Sachen, die du gerade wiedergibst. Okay, ja, kann sein, ich kann dir auch nicht sagen, wo das steht oder so. Ja, dann geh raus, guck nochmal nach und dann lies den Text vor und dann kann man darüber reden. Aber so jetzt aus dem FF ist er auch gut, glaube ich. Okay. Okay? Alles klar, Gott segne dich. Ciao, ciao. Ciao. Du machst deine Familie traurig an mir, wir sind alle am Bein, die ganze Familie. Du machst die Familie, du machst die Familie, du machst die Familie Feuerstein. Nein, eine schrecklich nette Familie traurig an mir, alle. Ja. El Bandi, El Bandi, eine schrecklich nette Familie, alle sind am Bein, El Bandi. Oh nein. Du glaubst, es ist einfach so glaubst du. Ja, du als ein Familienmitglied könntest ja dann sagen, dass du da sehr traurig darüber bist, was ich mache, Elter. Ich bin sehr, sehr traurig, dass du nicht mehr machst. Darüber weint unsere ganze Familie. Dass du nicht noch herrschst. Dein Armin macht es noch zu wenig. Zu wenig. Ja, der könnte noch eine Schippe drauflegen. Alle sind sich auf die Brust am Schlagen. Aber die Familie in Iran ist schon heftig drauf. Der sagt, die Familie in Iran ist schon heftig drauf. Da gibt es einige, sehr viele von denen, die sind so total konservativ. Ja, ja, natürlich. Auch wenn die wüssten, dass unsere Familie in Iran eine Großfamilie ist, dass wir auf einmal, wenn die wir rufen würden, auf einmal 3000 Cousins vor die Tür stehen würden. Die denken nur die Abou-Chakas und die Miris und sie sind so heftig. Wir sind genauso heftig. Ja, aber alle sind da in Iran. Ja, ja. Ja, ich muss euch meine Geschichte erzählen, dass mein Bruder das gerade anrufen hat. Und als meine Mutter mich zu meinem 18. Lebensjahr mit in den Iran genommen hat, hat sie mich dann auch da in die Gegenden hingeführt, wo mein Vater herkommt. Und dann habe ich meinen Onkel kennengelernt. Also einer von diesen 20 Onkeln, die ich da habe oder wie viele, keine Ahnung. Und dann auf einmal sind wir die ganze Zeit, wir hatten einen Jeep und mit diesem Jeep sind wir dann da so rumgefahren in der Stadt. Ey, die haben den alle begrüßt, als wäre das El-Präsidenten. Kennt ihr so? Haha, das war heftig. Und dann sagtest du mir, das ist der Cousin von dem und dem, das ist der Cousin von dem und dem, das, 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 die. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Eine riesige, eine riesige, eine Stadt volle, so nur meine Leute, meine Familie. Das ist so krank, das ist so krank. Das ist eine schrecklich nette Frau hier. Stell dir mal vor, die sind alle hier und dann will jemand aufgucken, ne? Dann kannst du sagen, ich hole meine Brüder. Ja, aber wir verlassen uns nicht mehr auf Fleisch. Ja, genau. Verflucht ist der Mensch, der sich Fleisch zu seinem Arm macht. Ja. Also sich auf das Fleisch verletzt, aber nicht auf Gott. Die wurden uns ganz und gar auf den Herd verlassen. Ja, das war heftig, als ich da im Iran war und dann mit dem, ich glaube, das ist der Bruder von Papa gewesen oder der Cousin, ich weiß es nicht genau. Und dann auf einmal, die haben den da begrüßt, aber vom Feinsten wie so El-Präsidenten, ne? Und dann meine ganzen Cousins, die ich dort kennengelernt habe, Onkels, Cousins. Hast du nicht gesehen, aber war ein Aufbewusstsein. Ja, das war es nicht. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Woher kommen die alle her? Was ist das, Mann? Ja, halbe Stadt, die ganze Regionen da im Süden, ist alles voller unserer Familienmitglieder, voll, weil die auch zahlreich Kinder haben. Jeder von denen hat sechs, die haben ja keine Verhütung oder sowas. Das ist Haram im Islam. Ja. Das heißt, die haben reihenweise Kinder. Ja. Lisa, kennst du noch dieses Bild, wenn eine deutsche Familie zu Besuch ist, wie die Schuhe geordnet sind? Drei, vier Stück, Lisa? Ja. Und so war das, als ich bei Oma war. Als die Leute reingekommen sind, Lisa, da waren 80 Paar Schuhe oder 100 Paar Schuhe oder wie viel, keine Ahnung. Der ganze Saal voll. Die hätte ich niemals vergessen. Wo kommen die alle her, Mann? Und Mama nur, Mama nur die ganze Zeit, das ist der Cousin von denen, das ist der Cousin von denen, das ist dein Onkel, das ist der, das ist der. Ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Wir sind ja heftiger als jede arabische Großfamilie, Mann. Ja, ja, das ist brutal. Das ist brutal, ja. Wahnsinn. Aber wie gesagt, wir verlassen uns nicht da auf Fleisch, auf Menschen, sondern ganz und gar auf Gott. Ja. Und das dürfen wir nie vergessen. Noch mal zu dem jungen Mann, der vorhin da bei dir war. Der meinte, dein Bruder hat gesagt, ich habe mal kurz zugehört hier, der gesagt hat, AfD-Wähler kommen in die Hölle. Es ist ja so, dass nicht weil AfD-Wähler, also Christen, die AfD wählen, in die Hölle kommen, weil sie gesündigt haben. Ne, wir wissen, dass ein Kind Gottes aufgrund von keiner Sünde verurteilt wird. Er wird nicht verloren gehen aufgrund irgendeiner Sünde. Der Herr Jesus hat für alle Sünden bezahlt. Das ist nicht das Problem. Das Problem bei sogenannten Christen, die sich Christen nennen und AfD-Wähler, ist, dass sie eerdig gesinnt sind. Sie sind nicht Himmelsbürger. Das heißt, die sehen das Leben hier auf der Erde als ihr wahres Leben. Die wollen hier auf der Erde wohnen. Und genau das will der Herr Jesus nicht. Der sagt in Offenbarung Kapitel 3, Vers 10, um die zu versuchen, kommt der Antichrist, die auf der Erde wohnen. Das heißt also, die hier heimisch sind, die das Irdische hier an dem Irdischen festhalten, die weltlich gesinnt sind. Und wir, also Kinder Gottes, sind ja nicht mehr weltlich. Wir sind ja der Welt abgestorben. Und das 15, Vers 17 meine ich, war das, wo der Herr Jesus sagt, weil ihr nicht zur Welt gehört, sondern weil ich euch aus der Welt herausgewählt habe. Und wenn du an der Welt hier hängst, dann bist du kein Himmelsbürger, dann bist du ein irdischer Bürger. Entweder oder. Entweder oder. Entweder lässt du von der Welt los für den Herrn Jesus Christus von deinem Leben und wählst den Herrn Jesus Christus und das ewige Leben, den Himmel. Oder du verlässt Christus und den Himmel und bist hier auf der Erde mit den anderen Menschen, die hier das Glück auf der Erde suchen. Die AfD wählen. Richtig? Wer wählt denn da draußen die AfD? Das sind diese ganzen Atheisten, die weltlich gesinnt sind, die hier das Leben auf der Erde schön haben wollen. Die wollen sich hier schützen, die wollen hier ein gutes Leben haben. Deswegen wählen die. Wir sind aber nicht Bürger der Erde. Wir sind Fremdlinge hier auf der Erde. Epheser, Philippa Kapitel 3, Vers 20. Wir sind Fremdlinge ohne Bürgerrecht hier auf der Erde. Was ist Bürgerrecht, Amir? Ohne Bürgerrecht. Das heißt, du hast keine Rechte hier, weil du ein Himmelsbürger bist. Du hast kein Recht mehr hier zu wählen, weil du kein Bürger der Erde bist. Das war's. Wenn du aber wählst, das Erdische, das Weltliche, dann bist du Bürger der Erde und kein Himmelsbürger. Das heißt, du bist nicht wiedergeboren. Du bist doch irdisch gesinnt. Und das ist die Gefahr. Nein, ich will weder, dass Deutschland islamisiert wird, noch dass es nicht islamisiert wird. Damit du mich verstehst. Sondern, dass der Herr Jesus Christus die Obrigkeiten einsetzt, um Deutschland durch die Islamisierung zu bestrafen. Oder wenn es sein Wille ist, nicht zu bestrafen. Befiffst du? Und wir dürfen nicht in die Karten des Herrn uns einmischen, wie er vorgeht. Wenn der Herr die Obrigkeiten einsetzt, also einen Stalin, einen Ahmadinejad, einen Adolf Hitler, da sagen wir Amen dazu. Der Herr hat's gewollt und Amen. Was sagt Römer Kapitel 13? Jede Obrigkeit, ohne Ausnahme, ist von Gott eingesetzt. Und das sagt der Herr Jesus auch zu Pilatus. Du bist eingesetzt, weil Gott dich eingesetzt hat. Und deswegen hast du die Macht jetzt über mich, mich zu kreuzigen zu lassen. Aber die hättest du nicht über mich, diese Macht, wenn diese Macht dir nicht von Gott gegeben ist, vom Himmel aus. Ja, der Pilatus, der den Herrn Jesus getötet hat, ist vom Herrn eingesetzt. Und wenn ihr das nicht begreifen wollt, müsst ihr wiedergeboren werden. Dann kriegt ihr den Heiligen Geist und versteht diese Dinge. So einfach ist das. Das heißt also, wenn ein Christdarsteller die AfD gewählt hat, muss er durch meine Worte, was ich jetzt sage, nochmal nachdenken und seinen Standpunkt nochmal reflektieren. Was ist, wenn der Reser recht hat und ich bin nicht wiedergeboren, ich bin nur ein lauwarmer Christ. Was ist, wenn der Reser recht hat, dann bin ich in die Gefahr. Ja, also, Absterben der Welt, nicht in fremden Joch mit der Welt, mit der Ungläubigen gehen, mit AfD sich eins machen. Das sind alles Ungläubige, die die Muslime rausschmeißen wollen. Wir lieben die Muslime. Ich will, dass kein Muslim rausgeschmissen wird. Auch die Afghanen, die jetzt gerade mit den Werkzeugen auf die Leute drauf gehen. Auch die sollen errettet werden. Der Herr Jesus liebt die auch. Ich liebe sie auch. Die sollen alle Buße tun und errettet werden. War der Apostel Paulus nicht ein Mörder von Christen vorher? War der Apostel Paulus nicht ein Christenmörder vorher? Antwortet mir hier. Anstatt mir diese gehirnlosen Sätzen da einfach euch lächerlich zu machen. War der Apostel Paulus nicht ein Christenmörder? Und hat der Herr Jesus ihn abgeschoben aus Deutschland, aus Israel? Ich frage euch ein letztes Mal. Hat der Herr Jesus den Apostel Paulus abgeschoben aus Israel, damit er nicht Christen tötet? Ja oder nein? Oder hat er ihn gewählt? Ja, der Herr Jesus hat den Apostel Paulus nicht abgeschoben. Er hat ihn geliebt, obwohl er seine Leute ermordet hat. Und er hat ihn berufen. Und so sind wir auch. Wir lieben die Muslime, auch wenn die unsere Geschwister töten. Und wir wollen, dass sie umkehren und Buße tun und zum Herrn Jesus kommen. Richtig? Richtig? Das ist Christentum. Alles andere ist Schrottum. Wisst ihr, was Schrottum bedeutet? Schrottum ist das, was wir momentan als Christentum bezeichnen. Eigentlich sollte es in Schrottum umgewandelt werden. So, jetzt habt ihr das aus dem Heiligen Geist gehört, die Lehre. Und alle, die jetzt das nicht verstanden haben oder dagegen sind, die müssen die Reise in das Feuer antreten nach dem Tod. Wenn die nicht Buße tun. Also AfD-Wähler gehen freiwillig in die Hölle. Die Christen, die sich also Christen nennen und AfD gewählt haben. Sie gehen freiwillig in die Hölle. Warum? Weil die Feinde Gottes sind. Jakobus 4, Vers 4. Sie haben die Welt gewählt anstatt den Herrn. Sie haben die Welt geliebt. Eine weltliche Partei. Und die wollen hier auf der Erde schönes Leben haben. Und deswegen werden sie verloren gehen. So einfach ist das. Aber ihr müsst nicht verloren gehen. Ihr könnt heute noch Buße tun. Wiedergeboren werden. Himmelsbürger werden. Und anfangen, eure Feinde zu lieben. Eure Christenmörder, muslimische Leute zu lieben. Und ihnen das Evangelium verkünden, sodass sie auch errettet werden. So, der Rest muss halt dann leider ein bisschen Barbecue in der Ewigkeit. Und das ist auch richtig so. So ihr Lieben, Gottes Segen. Was macht ihr da schon wieder ohne mich? Seid ihr da schon wieder in den Kommentarbereichen am Hetzen oder was ist da los? Hä? Ohne mich? Ohne mich geht's nicht. Lass das. Ich mach das. Ja, damit ihr wieder wach werdet. Damit ihr wieder wach werdet, denn du schläfst. Genau. Ja. Siehst du, jetzt bist du wach. Jetzt hast du nochmal Adrenalinschub bekommen von mir. Damit du aufwachst. Wach, denn du schläfst. Gott segne euch, ihr Wundervoll. Ja, das sind natürlich gewisse Themen, die jeden von uns so ein bisschen ins Grübeln bringen. Auch ein bisschen, ja wie sagt man so schön, die uns zum, mehr oder weniger zum Wackeln bringen. Aber was heißt Wackeln? Das ist einfach natürlich ein Thema mit der Welt, weltlichen Instanzen und sowas. Das ist natürlich ein Thema für sich. Meine Perspektive ist ja ganz klar, ihr wisst es ja ganz genau. Also ich würde nicht auf die Idee kommen und auch niemandem empfehlen, so weltliche Instanzen zu wählen oder Obrigkeit zu wählen oder was auch immer. Wir sind Christen, wir sind rausberufen worden von dieser Welt und wir sind Himmelsbürger. Und daher sollte jeder von sich selbst sich einmal prüfen, jeder sich selbst prüfen, ob er sich wirklich ganz auf Christus verlässt oder auf die Welt. Klar leben wir hier und klar haben wir Sorgen, Ängste und Nöte. Und dann wenn es zum Beispiel Parteien gibt, wie zum Beispiel AfD, die natürlich ganz verlockend klingen. Die klingen ja sehr, sehr gut in unseren Ohren und in unseren Augen. Das hört sich ja alles sehr, sehr normalisierend an, aber ja, wir sollten nicht zu weltlichen Instanzen greifen. Das ist das. Im Endeffekt liegt das sowieso in der Hand des Herrn. Ob AfD an die Macht kommt oder ob NPD sogar an die Macht kommt oder wer auch immer, dann war das so von Gott gewollt. Und wenn AfD an die Macht kommt, dann war das von Gott so gewollt. Das müssen wir eingestehen nach Römer 13. Denn Gott setzt die Obrigkeit ein, nicht der Mensch. Der Herr entscheidet, was mit uns passiert, wie alles vorangeht und dies und das und jenes. Und deswegen, wenn AfD, habe ich ja gesagt, wenn AfD an die Macht kommt, dann ordne ich mich der AfD unter. Wenn SPD, CDU regiert, ordnen wir uns CDU und SPD unter. Das ist doch ganz klar. So ist das. Und es könnte durchaus sein, dass AfD zur Obrigkeit wird. Es könnte durchaus sein. Die Chancen für die AfD stehen sehr, sehr heftig, sehr gut eigentlich. Die sind ja die stärkste Kraft im Osten. Im Osten sind sie ja die stärkste Kraft. Ja, da siehst du mal. Und irgendeiner von diesen Altparteien muss sich dann mit ihnen, wohl oder übel, muss mit ihnen zusammenarbeiten. Versteht ihr? Ja, und wenn sie dann zur Obrigkeit werden, dann müssen wir uns unterordnen. Das ist doch ganz einfach. Ja, deswegen verlasst euch nur auf den Herrn Jesus Christus. Eigentlich bräuchten wir uns gar nicht mit so Politikthemen beschäftigen. Klar, natürlich sind wir hier in dieser Welt. Klar, bedrückt uns hier und da etwas. Und klar sehen wir jeden Tag diese Attacken von MES, SER, dass ein Afghane wieder das macht, dass ein Afghane das macht. Die Leute hier reinkommen, beleidigen ohne Ende, Punkt, Punkt, Sohn und sowas. Ja klar, man denkt sich so, diese Leute sind ja zigtausendenfach hier. Versteht ihr? Keine Frau kann mehr abends um 8 Uhr normal mehr rumlaufen, ohne die Angst zu haben, in die Ecke gedrängt zu werden. Versteht ihr, was hier abgeht seit dem Flüchtlingsstrom, seit 2014, 2015? Viele Frauen haben Angst sogar joggen zu gehen abends. Weil es schon so viele Fergie, ihr wisst schon was gab. Weil der Anstieg von Fergie so zugenommen hat. Viele, viele, viele Männer haben sogar Angst, abends alleine rumzulaufen, um nicht ausgeraubt zu werden oder sowas. Das ist wie so ein Dings geworden hier. Das ist krass. Ich habe sogar Mittagsangst. Ja, siehst du, da gibt es sogar einige von euch, die Mittagsangst haben. Ja, was ist denn mit meiner Person, Leute? Ich fange ja überall rum, mich erkennen die Leute. Es braucht nur einen Falscher, mich zu erkennen. Und dann siehst du in den Nachrichten den nächsten Vorfall oder was, wenn ich mich da nicht genug wehre. Weil ich werde mir das bestimmt nicht gefallen lassen, wenn jemand so auf mich zukommt oder was. Deswegen, weil ich weiß ganz genau, dass ich, ja, nicht so, ähm, das zulassen würde, dass jemand mit dem, ihr wisst schon was, mir was antut. Sondern ich würde mich auf, auf Biegen und Brechen ja wehren, weil das natürliche Veranlagung im Menschen ist. Das, ich würde ja nicht sagen, ja, bitteschön, hau mal weiter hier so rein. Versteht ihr? Ich würde ja alles daran tun, um denjenigen dann, äh, ja, dingfest zu machen. Ihnen nicht zu schaden, aber so weit außer Gefecht zu setzen, dass die Menschen kommen, um zu helfen. Ja, und da muss man, jeden Tag muss ich damit rechnen. Versteht ihr, Lieben? Jeden Tag. Aber das alles hindert uns nicht daran, weiter an Christus zu glauben, weiter diese Aufklärungsarbeit zu machen und so weiter und so fort. Da haben wir, wenn du Schutz brauchst, ich bin für dich da. Der Herr Jesus Christus ist unser Schutz, unser Schirm, unser Heil, unsere Fels, unsere Burg, unser Ein und Alles. Das wisst ihr doch, Christus. Habt keine Angst. Manchmal bekommt mich auch die Angst. Natürlich. Wenn ich sagen würde, ich hätte keine Angst, dann würde ich lügen. Natürlich kommt ab und zu mal in mir Angst. Aber die Angst wird sofort wieder gedämpft, weil der Heilige Geist das in mir macht. Weil ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und so sollten wir alle denken. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Haltet immer an dem Satz fest, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich darf nach meinem Leben errettet sein, weil Christus für mich bezahlt hat. Und dann dankst du dem Herrn Jesus Christus. Danke, Herr, dass du für mich bezahlt hast, Herr. Den Preis hast du bezahlt. Die Schmach und das Leid hast du auf dich genommen, damit ich bei dir sein kann. Und das ist das Schöne an dem Herrn Jesus Christus. Das ist das Schöne an dem Herrn Jesus Christus. Und darauf sollten wir uns fokussieren. Nicht mit solchen weltlichen Zeugs. Aber natürlich, klar, wir sind ja hier in der Welt, wir haben diese Sorgenängste, klar. Ich kann das absolut nachvollziehen. Absolut nachvollziehen. Aber deswegen sollten wir immer Gottes Schutz suchen. Gottes Kraft sollte immer in uns wirken. Und wir sollten dem Herrn Jesus Christus ganz und gar vertrauen. Unsere Seelen anvertrauen. Amen. Doch, auch wer Kinder hat, kann es nachvollziehen. Glaub es mir. Amir, wer ist unser Vater? Gott im Himmel. Hallo, Amir. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke. Für dich dasselbe. Hier, was ich sagen wollte. Ey, guck mal, dieses Hetzer-Narrativ von den Medien und so, übernimm das bitte nicht. Du bist doch so lustig und so nett und so und redest manchmal echt coole Sachen. Aber übernimm doch kein Hetzer-Narrativ von den Medien. Guck mal, du siehst doch selber so ausländisch aus, Bart, dies, das hier näher. Wenn zum Beispiel so eine AfD an die Macht kommt und diese Leute ihre arischen Pläne durchsetzen, dann hast du auch keine Chance. Verstehst du? Du bist auch nicht von hier. Ich bin Ehrengast hier in Deutschland, Mann, Raph, verstehst du es nicht? Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Du bist Ehrengast, solange der Plan nicht vollzogen ist. Später dann. Später dann. Später dann, wenn der Plan vollzogen wurde, dann werde ich es zum König von Deutschland ändern. Dr. Sheikh Abu Amir, der König von Deutschland. Kriegst du dann so eine Krone aufgesetzt? Glauben. Ja, die Krone kriege ich dann aufgesetzt. Ich sag dir, guck mal, du kennst ja auch Roy und so, diese ganzen Leute, die so gegen auch Islam hättest. Roy kennst du ja, oder? Ja, aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Guck mal, guck mal, das sind ganz genau diese Leute von der AfD und so. Guck mal, diese Leute, ich hab denen mal so zugehört bei so einem Live, wo nicht so viele Zuschauer waren, wo die so ein bisschen unter sich waren. Und ich hab noch so ein paar private Sachen von denen gehört, ja. Und so denkt die meisten AfDler oder die meisten Leute, die diese Ideologie befolgen. Guck mal, die sagen, wenn eine Ratte in einem Pferdestall geboren ist, ist sie immer noch kein Pferd, verstehst du? Oder wenn ein Hund mit einem Wolf zusammengelaufen ist, ist immer noch kein Wolf. Das ist denen ihre Ideologie. Okay, hab ich doch kein Problem. Du siehst ja, dass die AfD, ich hab eigentlich mit Politik überhaupt nichts zu tun, aber du siehst, dass die AfD zum Beispiel sehr, ähm, äh, dieses Parteiprogramm, was die da haben, wenn zum Beispiel sich eine Ideologie hier breitmacht, die deine Familie, dich und deine Familie vor die Wahl stellt, entweder du glaubst an das, was sie glauben, oder du musst in die Ewigkeit geschickt werden. Würdest du nicht hingehen und sagen, ey, warte mal, äh, sollen wir nicht eventuell diese, diese Instanz, äh, aufhalten, die da versucht, uns, äh, vor die Wahl zu stellen, oder würdest du sagen, ja gut, dann ist sie halt da, dann akzeptieren wir das, würdest du so vorgehen, oder wie du... Guck mal, Amir, Amir, ich versteh dich, aber äh, 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 sag mir mal bitte, ist AfD eine christliche Partei und hat... Nein, AfD hat doch nichts mit... Warte, vertritt sie christliche Werte? Ob sie das vertritt oder das vertritt, das, was ich hier gerade gesagt habe, darauf sollst du, äh, sollst du eingehen und das sollst du so berücksichtigen, was ich gerade gesagt habe. Guck mal, aber abgesehen davon, dass du jetzt zum Beispiel, dass du jetzt zum Beispiel, dass du jetzt zum Beispiel jetzt keine Muslime magst, weil sie diese Religion haben, ja... Habe ich gesagt, dass ich keine Muslime mag, oder habe ich gesagt, dass ich den Islam nicht mag? Ja, okay, dann magst du den Islam nicht, wie auch immer, aber ich meine, wenn wir jetzt das nur auf der menschlichen Ebene sehen, ja, menschliche Ebene, die sind ja menschlich, auf der menschlichen Ebene sind ja ganz auf dem falschen Weg. Und die, die sagen ganz genau die Dinge, die du auch sagst, aber ich versteh nicht, wieso du das auch sagst, weil du bist ja eigentlich so ein lieber Mensch, ey, wenn ich deine Videos oder so, wenn ich nicht sehe, ich muss immer so lachen, lächeln, kommt immer lächeln in mein Gesicht, das ist, das ist schön, weißt du? Und ich versteh nicht, wieso du dann diese Sachen sagst, weil das ist nicht gut, weil du schadest, guck mal, ich will mal wirklich diesen Film weiterspielen, wenn wirklich die jetzt, diese ganzen Ausländer, die AfD wählen oder sich auf ihre Seite stellen, was später passiert mit dem... Mein lieber, Memes, MemesTV, MemesTV. Es ist unmöglich, alle Ausländer aus Deutschland rauszuschaffen oder was? Die ganze Wirtschaft würde da zusammenbrechen. Ja, warte mal. Amir, ich weiß, es ist unmöglich, aber... Du siehst also, dass zum Beispiel diese Partei, hören wir mal zu, du siehst zum Beispiel, dass die Partei, jetzt reden wir mal so ein bisschen über diese Partei, du siehst zum Beispiel, dass diese Partei die Gefahren des Islams genau gesehen hat und auch, ist doch selbstverständlich, weil das, was wir herausgefunden haben über den Islam, was der Islam vorhat und was der Islam überhaupt im Kern ist, würdest du nicht hingehen und sagen, ja, da hat die AfD doch gar nicht mal so Unrecht. Guck mal, ich rede nicht von Islam. Ich rede nicht von Islam, ich rede nicht von Islam, ich rede überhaupt nicht über eine Religion, ich rede über die Menschlichkeit, ich rede über die Menschen, ich rede über Fremdenfeindlichkeit, nicht über Islamfeindlichkeit, das sind ja sowieso... Wenn die Fremdenfeindlichkeit hätten, mein Lieber, wenn die Fremdenfeindlichkeit hätten, werdeten sie nicht irgendwelche Ausländerer in eigene Partei rein. Das ist doch, das ist doch... Wenn du mir sagen würdest, wenn du mir sagen würdest, NPD... Das sind höchstliche Idioten getippen, Amir. Hör mir zu, bei NPD sehen wir doch, dass die überhaupt niemanden als nur Deutsche zulassen. Aber bei AfD ist das schon mal der Fall, dass sie mit Ausländern auch kooperieren, weil sie genau wissen, dass das ohne die Ausländer hier nicht geht. Guck mal, guck mal. Und sie gibt doch Millionen von normal denkenden Bürgern, die einfach nur Liebe. Amir, Amir, das sind nützliche Idioten für Sie. Das sind nützliche Idioten für Sie, dass die das sagen können, was sie nicht sagen, aber diese Leute sagen das nur, weil die denken, dass sie dazugehören und sich... Okay, das habe ich doch gerade eben gesagt, wenn das nützliche Idioten sind, dann wäre es doch von der Ideologie der NPD nützlich, diese Idioten dann zu nehmen und dann Werbung zu machen, oder nicht? Ja, aber NPD wurde ja verboten, weil sie ja das ganz genau so nicht gemacht hat, verstehst du? Ja, aber nach deiner Logik hätten sie doch Verstand an den Tag gelegt und gesagt, ja, um an unser Ziel zu kommen, müssen wir ein bisschen mit den Ausländern kooperieren. Nein, sie sind ihrer Linie treu geblieben. Nein, aber... Und da gibt es die AfD, die auch ihrer Linie treu bleibt und sagt, ja, wir möchten gerne mit Ausländern sein, aber mit denen, die zum Beispiel einen Teil zu dieser Gesellschaft beitragen und nicht einfach hier hinkommen und andere abmurksen und hast nicht gesehen. Du siehst doch, was seit 2014 hier abgeht. Aber guck mal, ich sag dir, Amir... Wie trifft das dich, oder was? Wie ist das los und machst du Frauen, oder was? Guck mal, guck mal, ich sag dir... Und haust das in die Menschen rein, oder was? Nein, guck mal, ich gehe ganz normal arbeiten... Du glaubst, du kommst unendlich tollweise von Dings, oder was? Nein, 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 guck mal, ich gehe ganz normal arbeiten, ich bin, ich bin Dings, das ist... Ich bin ganz weit weg entfernt davon. Du als normaler Bürger bist du, du hast gar nichts... Ich bin sogar in die andere Richtung sogar. Ich bin sogar in die andere Richtung von sowas, verstehst du? Aber du musst dir vorstellen, überleg mal, der Hütte zum Beispiel hat gesagt, wir möchten 20 bis 30 Prozent der Ausländer hier in Deutschland zurück re-immigrieren, ja? Das heißt, die wollen diese Menschen, die hier sind, die eine andere Nationalität haben oder eine andere Hautfarbe, wollen die weg haben, ja? Zum Beispiel, du sagst hier, ja, aber dort gibt es ja auch Ausländer. Ja, aber diese Ausländer sind nur da positioniert worden, damit die das sagen können, was die selber sich nicht trauen zu sagen, weil sie ja sonst als Rechts- und Nazi- und was weiß ich... Dings, das ist... Nein, die lassen sich doch nicht den Mund verbieten, in den ganzen Parteiprogrammen. Und du siehst doch auch in den ganzen, beim Bundestag oder wo die auch auftreten, die sagen immer ihre Meinung. Sie feuern gegen alle Politiker dort und geben ihre Meinung wieder. Und wenn zum Beispiel so ein Politiker sagt, ja, 20 bis 30 Prozent, ja, was meint er denn damit beispielsweise? Wenn er damit sagt, dass 20 bis 30 Prozent von diesen Ausländer, die Ultraten... Nein, 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 nicht ausländer, von den Menschen in Deutschland. Hör mir zu. Wenn 20 oder 30 Prozent von denen, die hier leben, nicht zu dieser Gesellschaft beitragen und einfach nur hingekommen sind, um zu fressen und alles Mögliche, dann musst du diese Leute richtig zitieren. Mich interessieren diese Leute eigentlich gar nicht. Aber du musst doch bedenken, dass diese Leute, wenn sie hier sind, seit 2014 ist dieser Flüchtlingsstrom ja unaufhaltbar. Und da ist ja der Wahnsinn ja mitgekommen. Und zwar die Leute des islamischen Staates, die ist wohl alle sind hier drinnen. Okay, okay, guck mal, guck mal, guck mal, Amir. Ich kann nicht wieder vernünftig leben mit solchen Leuten, oder was? Ich verstehe das, ich verstehe das, wenn man sagt, ey, guck mal, da sind Leute gekommen, die in ihren eigenen Ländern sogar unerwünscht waren, weil sie dort, keine Ahnung, kriminell waren und so. Und die sind hierher gekommen, haben ihre Pässe weggeschmissen und kommen hierher in dieses Land und denken sich, guck mal, bei mir zu Hause fürs Klauen oder für jemanden, keine Ahnung, kriege ich gar nichts, aber hier, 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 hier komme ich. Also, siehst du, und dann auf einmal, wenn eine Partei hingeht und diese Leute dann rauswirft, wo ist das Problem dann? Ja, aber warte mal, 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 guck mal, können wir nicht aber sich auf das, auf konzentrieren, auf diese Leute und diese Leute dann klar zu benennen und... Wie willst du die denn klar benennen? Ja, warte mal, aber es gibt so, guck mal, es gibt doch, es gibt doch ein, jeder Mensch ist in Deutschland irgendwo angemeldet, ja, der ist so irgendwo angemeldet, das muss man, es muss doch eine Behörde geben, die sowas kontrolliert und die sowas nachgeht, aber nicht einfach hier sagen, okay, ja, dann wählen wir alle eine rechtsradikale Partei und uns ist egal, ob da Leute sind, die fremdenfeindlich sind und dann stellen wir alle um einen Generalverdacht und guck mal, so Menschen wie du zum Beispiel oder wie ich, die einfach anders aussehen, wir werden dann auch unter einen Generalverdacht gestellt und werden nur Nachteil... Ja, Mann, du bist doch hier in Deutschland geboren oder was, ne? Ich bin nicht in Deutschland geboren. Ja, was bist du denn, Türke oder was? Nein, nein, ich bin Bosnien. Ja, Bosnien, okay. Bist du hier, gehst du los oder möchtest du Islam verbreiten und die Menschen vor die Wahl stellen? Nein, ich will arbeiten und ich will ein normales Leben haben und ich will nicht Nachteile erleben. Was hast du denn für Kämpfe, Mann? Was ist denn los mit dir? Nein, aber es geht doch darum, dass es, guck mal, guck mal, sobald eine fremdenfeindliche Partei in Regierung ist, wird sie nicht kommen, AfD wird es nicht kommen, weil wir haben 16%, 84% in Deutschland sehen das anders. Aber, wenn sie kommen sollten, wenn wir, wenn alle so propagieren und so, ne? Dann, dann wird das für die Ausländer in diesem Land oder, sagen wir mal nicht Ausländer, sagen wir mal auch deutsche Staatsbürger, die einfach anders aussehen, für die wird das ungemütlich. Sagst du immer wieder, wenn die anders aussehen, um was geht es dieser Partei denn? Geht es dieser Partei, um die es aussehen oder geht es um diese, die keine Berechtigung haben, hier zu bleiben, die einen Asylantrag gestellt haben, der Asylantrag abgelehnt wurde und die auf einmal immer noch hier sind? Worum geht es, Mann? Du musst doch ein bisschen Gehirn haben, Mann. Ich habe Gehirn und ich nutze es auch sehr. Aber merkst du, dass du nicht nachdenkst. Man merkt richtig, dass du einfach nur in deinem Film bist. Dass du nicht weitergucken möchtest. Wir reden gerade von einer weltlichen Instanz. Du weißt, ich habe nichts mit Politik zu tun, aber dann sollst du diese Leute auch wortgetreu wiedergeben. Ne, selbst das machst du nicht. Guck mal, ich weiß ganz genau, dass... Hätte man den Tod des Polizisten aufhalten können? Ja, hätte man. Hätte man den Tod des Polizisten aufhalten können? Ja, hätte man. Ja, aber guck mal. Denn 2015 oder was, 2016 war schon der Asylantrag von dem Süleyman abgelehnt worden. Was hat diese Regierung gemacht? Aber guck mal, überleg doch mal, überleg doch mal. Das hätte deine Mutter treffen können. Das hätte dein Vater treffen können. Das hätte auch passieren, aber guck mal, überleg doch mal. Siehst du? Siehst du? Warte mal ganz kurz, Arne, guck mal. Überleg doch mal. Es gibt Menschen, die ganz genau dieses Schicksal haben, dass ihr Asylabtrag nicht abgelehnt wurde. Und dann doch angenommen worden ist. Und die sind dann ein sehr wertvoller Teil unserer Gesellschaft geworden. Okay, das ist nicht so. Du kannst also jetzt differenzieren. Zwischen abgelehnt und anerkannt. So, Süleyman Aas Antrag wurde abgelehnt. Er hätte eigentlich abgeschoben werden müssen. Was ist passiert? Nein, er ist hier geblieben. Was hat er getan? Sich radikalisiert und auf einmal einen Polizisten das Leben genommen. Verstehst du das jetzt? Ich kenne diesen Typen nicht. Ich weiß auch nicht, dass es für mich Dreck, so Leute, die sowas machen. Deine muslimischen Brüder sind für dich Dreck, die Rasul Allahs Ehre dann wiederherstellen. Nein, nein. Guck mal, du musst dir vorstellen... Verstehst du nicht, dass deine Religion schuld ist an dem ganzen Wahnsinn? Nein, nein, nein. Es ist nicht schuld. Nein, nein, nein. Mach mich nicht an auf Kind. Nein, guck mal, es geht ja darum... Ich möchte nicht, dass du Gehirn an den Tag legst. Nein, guck mal, es geht ja darum, dass diese Leute, die sowas machen, die haben das Recht verwirkt, in dieser Gesellschaft zu bleiben. Und die haben das Recht, überhaupt einen Tag noch die Luft von Deutschland zu atmen. Okay, wenn das Gesetz hier in Deutschland sagt, dass du, wenn dein Asylantrag abgelehnt ist und du auf einmal abgeschoben wirst, und du nicht abgeschoben wirst, ja, was ist das denn für ein Gesetz denn dann? Ja, okay, aber überleg doch mal, wie viele Leute gibt es denn so, die so sind, ja, und danach trotzdem, trotzdem irgendwie die Papiere bekommen haben und ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft sind. Sieh, das habe ich doch verstanden, siehst du, jetzt langsam hast du ein bisschen mehr gehört. Es gibt also Menschen, die ein wertvoller Teil dieser Gesellschaft sind, selbst mit ihren ausländischen Wurzeln und dann gibt es darunter diese Wahnsinnigen, die sich hier rumtummeln und dann muss man jetzt aussortieren. So, wo ist das Problem? Ja, aussortieren, ich verstehe das, aber nicht mit ARD. Jetzt geht es zu diesem Wahnsinnigen, oder was? Aber nicht mit ARD, wo Leute drinnen sind, die arbeitslos sind. Okay, ich merke schon, ich merke schon, da kommt Kamellorin nur noch, ich danke. Das ist unglaublich, das ist einfach unglaublich. Manchmal denke ich, ich diskutiere nur noch mit einer Wand. Okay, differenziere, kein Problem. Es gibt Leute, die Asylantrag gestellt haben, abgelehnt sind und eigentlich dann ihren Rücktritt anstreben müssen. So. Und dann gibt es Leute, die einen wertvollen Teil dieser Gesellschaft beitragen und deutsche Staatsbürger sind. Ende aus. Und darunter gibt es dann Menschen, die keine Berechtigung haben, laut dieser Partei nicht mehr hier in Deutschland zu bleiben. Und man hätte diesen Tod des Polizisten verhindern können, indem man schon vor Jahren den Islam verboten hätte. So einfach ist das. Dann hätte man den ganzen Predigern die Internetverbindung wegnehmen können, KIs erstellen, Bild- und Tonmaterial in die KI einschieben, damit diese Leute nicht auf die Gedanken kommen, Propagandamaterial an den Mann zu bringen. Da hätte der Suleiman A sich nicht radikalisiert und er wäre ganz normal, wäre er dann in sein Land wieder zurückgegangen. Aber da er einen Antrag abgelehnt bekommen hat, hat sich hier dann schön ernährt von diesem ganzen Wahnsinn. Und dann ist aus dem ein Wahnsinniger geworden. Und dann sagt der Typ noch, ja, das ist alles Dreck in meinen Augen, die sowas machen. Also Leute, die den Mohammed und Allah lieben, sind in seinen Augen Dreck, die dann von Mohammed die Ehre herstellen wollen. Schau dir das mal an. Ja, der Islam ist das Schuld. Der Islam ist in allen Punkten schuldig zu sprechen. In allen Punkten. Man sollte diese Religion absolut verbieten. Da bin ich voll dafür. Voll. Voll dafür. Voll dafür. Und jeder, der ist ... Sonderausgabe International Book Sales. Ja, ich glaube, der hat Apokrypha, aber die Schlachterzeit aus, die ist gut. Also hier steht ... Kann man die, Boris hatte. Ich verstehe euch diese an. Heftig, ne? Du hast recht. Du hast recht, Armin, ne? Das ist eine Bibel. Das ist eine Bibel. Das ist wieder Armin, ne? Heftig, ne? Heftig, ne? Heftig, ne? Bro, die Bibel ist ja an. Wisst ihr, wie teuer die ist? Die ist auch, glaub ich, sehr alt. Er hat die vom Papst persönlich gekauft, glaub ich, ey. Der weiß der ganze. Heftig, heftig. Armin, ist das echtes Gold, was da klebt? Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist auf jeden Fall sehr schön fiziert. Ne, guck dir das mal an. Ich hab noch nie so eine schöne Bibel gesehen. Heftig. Habe ich auch noch nie gesehen. Ich hab mal vom Papst gesehen, vom 15, 17 Jahrhundert eben. Was hab ich eigentlich gesehen? Spanien. Die weiße Original vom Papst selbst. Die weiße Original vom Papst selbst. Die weiße Original vom Papst selbst. Diese Bibel wiegt auf drei Kilo. Drei Kilo. Heftig. Schön. Ehrlich. Die ist auch mit Illustrationen. Also hier mit so Dings. Bilder? Aber Bilder hab ich auch hier drin, Armin. Aber ich weiß nicht. Ja, aber Bilder. Lass mich nicht vom Beter fähren. Immer die Schrift. Wie es auch hier ist. Ich mein nur. Guck dir das mal an. Das Buch Job. Alles. Guck mal, wie dick die Bibel ist. Wahnsinn, ne? Ruisig. Die Bibel ist einfach antik. Und zwischendurch halt so Illustrationen. Also Bilder. Das Lamm Gottes. Wow. Heftig, ne? Ja, das ist wirklich heftig, ja. Was haltet ihr von HFA? Eine sehr schwache Übersetzung. Schlachter 2000 Elbefelder, meine Lieben. Das sind die besten deutschen Übersetzungen. Also kostenlose Bibel.de war Schlachter Version 2000. Ja, ja, ja. Gefühlt alle. Also die ist da top unterwegs. Oh. Hier, der Armenier. Der Bruder hier. Meine Schlachter 2000 ist schwarz und ledergebunden. Jede Seite ist hauchdünn. Ja, genau. Ich glaube, du hast sie gekauft. Kannst du deine Meinung zu der katholischen Bibel sagen? Ja, die hat Apokryphen drin. Die Apokryphen raus, ne? Die sind nicht hinzugefügte Bücher. Ich habe ein Video gemacht. Geht alle auf meinen TikTok-Kanal rein. Ganz unten. Es freuen Apokryphen auf dem Prüfer. Also Pavlos, bei mir steht hier wirklich katholisches Bibel weg. Das ist halt eine katholische Bibel. Ja, ja, der hat Apokryphen. Ja, der hat Apokryphen. Okay. Was steht da, Bruder, die Bibel? Und was steht da? Es spiegelt. Die illustrierte Bibel. Die schönsten Texte der Heiligen Schrift. Guck dir das an. Die sind auch drei Kilo. Du meinst das ernst, denn die Bibel, ne? Die wiegt mehrmals Menschen. Elfte ist auch wunderschön, ne? Die ist echt schön. Auch mit so Dings, mit Parallelstellen, Erklärung, alles, ne? Dieses schlecht. Aber Erklärung immer vorsichtig, meine Lieben, ne? Weil die Leute wollen auch was falsch erklären und dann steht der da. Ja. Also man muss immer gegenprüfen, ne? Immer prüfen. Immer prüfen, ne? Hier beispielsweise, ähm, ihr könntet sogar eine Genfer Studienbibel anschauen, ja? Sehr viele Top-Sachen dabei. Kann aber sein, dass paar Sachen drin sind, die nicht richtig sind. Deswegen lasst es euch durch den Heiligen Geist offenbaren. Weil ein Mensch kann Fehler machen, meine Lieben. Deswegen mit den Heiligen Geist offenbaren und selbst prüfen. Und den Gebet gehen. Der Herr wird es euch offenbaren. Vertraut nur auf ihn. Ja. 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 Aber sag mal, du erlebst heute alles. Glaub mir das. Ja. Was ich heute Kölschkurs bekomme. Jetzt bist du wirklich, jetzt nach die Sachen bist du schon deutlich gefestigter. Als vorher. Ja, selbstverständlich. Allein schon, wie viele Nachrichten ich bekommen habe. Tausende Nachrichten. Ja. Ich sag dir das. Die sagen immer so, ja? Die kannst du gut erkennen, ja? Die hassen mich, die hassen Reza, die hassen sogar Amir und so weiter. Ja. Aber es sind auch manche Heuchelter. Dann sagen die auch, ja, Amir ist ein schönes Lächeln und so. Ehrlich so reden die, aber hassen uns alle dabei. Die sind eigentlich so, wirklich. Die sagen so, Pavlo ist so Reza, ne? Amir glaubt das gleiche wie wir und er hat ein schönes Lächeln. So kann man die auch erkennen. Ich liebe jeden, der hier drin ist, ehrlich. Die sind alle gut drauf. Alle gut drauf. Alle gut. Jetzt kommt hier, Family Guy. Peter Griffiths, Bro. Hi, Peter. Hallo, könnt ihr mich hören? Warte mal. Ja, guten Tag, alle zusammen. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal diesen netten Ben mal stumm schalten. Warte mal. Wir sind langweilig, Märchenbuch und so. Okay, dann viel Spaß draußen. Jetzt kannst du dein Stubbscheidpaket richtig genießen. Bitteschön, tut dir gut. Ja, okay. Also ich habe das geschockt hier, wie viele so Aramea und so sind. Die sind ja eigentlich streng gläubig, dass sie nicht wissen, so mit Wiedergeburt und so, ne? Ja. Und auch noch, ich habe noch eine Frage zu dir und eine Frage noch zum Alten Testament, ne? Also, ähm, es gibt Leute im Internet, die, die machen die so schlechte, schlimme Vorwürfe, so. Was habe ich meine? Da gibt es so muslimische Kanäle, die haben so was mit deiner Ex-Frau geschrieben und so, ne? Bödsinn. Das ist einfach so. Die Themen interessieren mich nicht. Diese Leute haben die ganze Zeit nur Kacke, ey. Ja. Dann musst du rechnen, ne? Wenn der Herr Jesus Christus dir sagt, äh, sie werden alles böse und üble gegen euch reden und so, ne? Dann musst du rechnen. Wir stehen dann davor, dass... Er freut euch, sagt die Schrift sogar. Er freut euch daran. Das ist das. Ja, du warst auch, äh, im Habs, oder? Mit unter anderem, ja. Willst du darüber reden, oder? Nicht so gerne. Das sind alte Verlangenheiten, die möchte ich nicht immer wieder hoch. Ja, okay. Weil da, ich hab da auch was. So Sachen gelesen, die dir vorgeworfen wurden. So. Das wollen wir. Also da hat so einer in den TikTok-Kommentaren geschrieben, äh, äh, sexueller Missbruch an Kindern. Boah, ist ja Wahnsinn, ist ja Lüge hier. Müsst du mich verarschen, oder was? Ich, also wie gesagt, ne? Ich, ich, ich hab's nur gelesen. Ich wollte dich, ich hab's natürlich nicht geglaubt. Ich wollte dich noch extra drauf ansprechen. Also wenn ich so brutal wäre, wie, äh, du weißt schon, wie der Gründer der Weltreligion. Da könntest du mir sowas vorwerfen, aber nicht, wenn ich, äh, ja, Leute, ja, klassisch ist, du weißt schon, ich wollte nicht darauf eingehen, aber, ja, meine Jungs und ich, wir sind halt losgezogen und haben natürlich andere erleichtert von ihren, du weißt schon was. Ja, und dann haben deine Jungs vor dem Zelt gewartet, ne? Weil du ja gerade ihre, äh, TikTok sportlich, ihre Eltern und so, Nackentherapie gemacht hast. Deshalb hast du gedacht, so, die könnten noch vielleicht... Nein, das war ganz normal, denn wir haben, äh, dieses klassische, kennst ja, äh, von den Leuten, die wir da immer gesehen haben, haben wir mehr oder weniger die Leute, mit denen haben uns dann immer auch angelegt und, äh, ähm, ja, wie sagt man, ein klassisches Abziehen oder was, wie nennt man sowas, ja, so. Ist halt nicht schön, ist auch, äh, eigentlich eine ganz, ganz schlimme Tat und ich habe meine Strafe mehr oder weniger abgesessen und gut ist. Okay. Ja, und ich habe noch, äh, Frage zu den, ähm, Bibelfersen aus dem Alten Testament, so, ähm, ähm, als Mose die Israeliten nach, ähm, Israel geführt hat, also die, ähm, Juden, ähm, da stehen ja so, also nicht so, paar nicht so schöne Sachen drin, so, was ich meine, ähm, so, Sachen, die man eher so aus dem Islam kennt, ne? Also, tötet, äh, ihre, ihre Männer und nehmt ihre, äh, Kinder irgendwie gefangen, TikTok sportlich, weiß, was ich meine. Äh, ähm, was sagst du dazu, also, wie, wie kann man das auffassen? Ja, der Herr Jesus Christus hat ja mit seinem Volk sehr verschiedene Bünde eingegangen und innerhalb dieser Zeiten gab es natürlich auch Kriege und Menschen, die Israel belagert haben, von den Völkern der, äh, Amalekita und, äh, diese ganzen kanalitischen Völker, die selbst sehr, sehr krasse Dinge getan haben innerhalb ihres eigenen Volkes. Und da hat der Herr Jesus Christus dann irgendwann mal, äh, mit denen keine Gnade mehr gehabt. Der hatte die ganze Zeit Gnade mit ihnen gehabt, aber sie wollten ja nicht umkehren von ihren Sünden. Und da hat der Herr Jesus Christus natürlich den Bann von, äh, dem Land fortstrecken lassen durch die Propheten, ne? Mose, Joshua und so weiter und so fort. Aber du siehst, das ist immer so ein Hin und Her war. Israel hat gegen die, ähm, geschossen und Krieg geführt, aber auch diejenigen, die, diese Völker, die um Israel herum waren, ähm, haben dann auch gegen Israel gefeuert, ne? Israel gegen die und die gegen Israel. Und dieses ganze hin und her. Wir haben ja Israel angegriffen und waren gegen die prophetischen Prophezeiungen automatisch, ne? Im Wege. Und da hat Gott natürlich ein Gericht, ein heiliges Gericht über die gesprochen, ne? Über Medaniter zum Beispiel, ja? Und man muss das wirklich differenzieren, die wurden geduldig, ne? Auch gewarnt, aber die wollten ja nicht hören und die haben noch schreckliche Sachen gemacht, wie Babys, ne? In, äh, ein Lagerfeuer zu werfen und so weiter. Und der Herr hat die dann irgendwann so, so gezüchtigt, das heißt, der hat die vernichtet. Der hat einen heiligen Krieg gegenüber die gesprochen als Strafe. Das ist Gericht, wie den jüngsten Tag, ja? Da hat der Gericht gesprochen, das ist auch richtig so. Gerechtigkeit nennt sich das. Ja, okay. Und, äh, zur Erbsünde, ne? Ist das so, ich hab mal ne Erklärung gehört, ähm, weil... Ich hab keinen Empfang. Ja, da seht ihr mal, was hier im Internet los ist, was alles so gesagt wird, was alles so behauptet wird, ist einfach nur noch ekelhaft und dreckig. Ja, freu dich, Mutter, ne? Wenn die Lüge ist, ne? Wenn die Lüge ist, ne? Ernst, die Leute, die tagtäglich irgendeinen Dreck über die Steilzähne so unglaublich, ne? Ja. Ja. Aber da musst du rechnen, der Herr sagt ja, sie werden alles üble gegen euch reden, alles böse gegen euch erbringen, nur damit ihr in Straucheln kommt, ne? Wahnsinn. Ja, genau. Das ist aber auch übertrieben so, ähm, vor unseren Augen auch direkt sichtbar ist, ne? Das ist krank. Ja. Hallo zusammen. Hallo, mein lieber mir das anzuschauen, davon zu lesen, aber... Also ich kann schon sagen, beides, beides wird nicht retten, sondern nur die Wiedergeburt. Weil wenn du genau die Unterschiede anschaust, die haben einen Papst, die anderen nur mehrere Patriarchen. Die, äh, Katholiken haben mehr Dogmen, ja? Haben Dogmen wie zum Beispiel, dass der Papst vom Feber ist, daran glauben die Orthodoxen nicht. Und die haben noch unzählige Dogmen, ja? Beispiels, die sagen, Maria war unbefleckt bis seit Geburt an, ähm, also sündenfrei. Und die Orthodoxen sagen, erst wo die begnadig waren, ist sie da, sündenfrei. Das Einzugarbeit ist eigentlich nicht richtig. Aber diese Unterschiede brauchst du gleich so anschauen. Schau dir lieber an. Mit der Wiedergeburt, also bezeugst du selber, dass du wiedergeboren bist, oder? Ja, natürlich. Ah, sehr schön, ja. Ja, ähm, auf jeden Fall mit der Bibel immer stabil bleiben, sauber bleiben, mit gesunde Lehre nachgehen. Ja, wie soll ich? Ja. Ja, so wie als wenn wir im Gitter. Hey, bleib stabil, sag ich mal. Komm jetzt, nimm die Bibel, bleib stabil und dann ist alles gut. Und die Muskulatur ist haben, dann wird das alles gut. Bleib stabil, Bruder. Ich meine, sauber bleiben, immer mit der gesunden Lehre. Bleib sauber, bleib sauber Der Paulus macht eine Ghetto-Version daraus. Nein, nein. Bleib stabil, liest die Bibel und bleib stabil, kriegst du eine dicke Beat-Saison. Mach nur weiter, Bruder. Nein, was der Paulus damit sagen will, ist, dass du die Bibel natürlich als dein Maßstab nehmen solltest, jeden Tag, der dann liest. Zumindest wenigstens ein paar Seiten, jeden Tag, wenn du kannst, und wenn du lesefoul bist, dann lass einfach die Bibel als Hörbibel laufen, damit du immer wieder das Wortwort des Indias. Denn der Geist, der braucht der Nahrung, der Heilige Geist. So ist das. Und macht bloß keine Ghetto-Version wie Paulus das gerade. Ich bin müde, endlich, ich bin müde. Ja, aber das ist das, was ich nicht verstehe, zwischen Orthodox, ne, weil wir haben ja fast dieselben, natürlich Feiertage, nur halt immer zwei Wochen später. Ne, die Feiertage, darauf brauchst du nicht achten. Nein, in der Bibel gibt's das gar nicht. Das sind ja weltliche Feste. Achte wirklich auf den Maßstab der Bibel mit der gesunden Lehre. Ne, in der Orthodoxie, bitte davon abstimmen, Stück für Stück weg. Ich hab da auch ein Video drüber gemacht, könnt euch wirklich gerne anschauen. Drei Fakten gegen die Kirche. Das ist orthodox und katholisch, beide automatisch gerichtet, weil ich die heilsrelevanten Sachen genau da antreffe und anspreche. Sehr, sehr, sehr wichtig. Die Bibelferse aufschreiben und aufschlagen. Die erkläre ich auch da. Ich wünschte, wir könnten alle sagen, dass wir Kinder Gottes sind. Alle, die hier so reinkommen, nicht mehr sagen, dass wir zum Beispiel Orthodox, Katholik, Evangelikale, was auch immer, einfach sagen, ich habe mich für Jesus Christus entschieden und ich bin ein Kind Gottes. Und das ist ja so schön, ne? Das ist ja heftig. Das ist nicht wunderschöner an. Jetzt haben wir alle zu Jesus gemeint, damit wir so eine Einheit bilden, damit man so eine Einheit bildet. Ich bin ein wiedergeborenes Kind Gottes, dank dem Herrn Jesus Christus, der aus mir ein Kind Gottes gemacht hat. Weil derjenige, der den Herrn Jesus Christus aufnimmt, der ist ein wahrhaftiges Kind Gottes und der darf sich auch Kind Gottes nennen. Halleluja. Gott sei Dank. Das sagen wir ja alle gemeinsam. Ja, aber du siehst ja, dass wir da voll die Dings auf einmal hier, der eine sagt das, der andere sagt das. Am besten, wir sollten alle einheitlich sagen, ich bin ein Kind Gottes, dank dem Herrn Jesus Christus. Amen. Geht einfach nach der Bibel, meine Lieben. Das hört sich das nicht schöner an, wenn jemand sagt, ich bin ein Kind Gottes, danke, Herr Jesus Christus. Ist das nicht schön, ne? Ja. Das sind ja nur die, die wiedergeboren sind, ne? Genau. Das wünscht man sich von ganzem Herzen. Das klingt auch viel, viel geistlicher und viel, viel schöner, dass man so weiß, aha, ich darf Gott meinen Vater nennen und durch Jesus Christus darf ich ein Kind Gottes sein. Amen. Das ist auch im dieophischen Kritik damals, Bruder, so wie es in der Bibel ja steht, ne? Kinder Gottes sind wir. Ja. Ja. Nein, wir gehören nicht zur Nestorianischen, Neapolitanischen. Den Nestorianismus, glaube ich nicht, wie gesagt. Nee, ich liebe nur napolitanische Pizza, aber ich gehöre nicht zur Neapolitanischen Kirche. Ja. 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 Immer. Gottes Segen, mein Lieber. Willst du noch was wissen oder willst du? Ne, eigentlich, ich schaue euch gerne zu. Ok, alles klar, deine. Diese Frage hat mich halt ein bisschen, weil es gibt bei uns halt zu viel Orthodox, Zöge Jehovas und Talti und Pentecost. Das Wichtigste ist erstmal, dass du deine Seele in Sicherheit bringst. Diese ganzen Denominationen, lass das erstmal alles beiseite. Katholisch, Orthodox, Evangelisch oder was es da alles noch gibt. Du musst deine Beziehung mit Gott in Reine bringen. Lasst euch versöhnen mit Gott, so heißt es auch im zweiten Korintherbrief. Ja, das mache ich ja und ich suche ja immer, deswegen suche ich ja nach Antworten. Ich möchte Gott noch näher. Sehr gut. Wir wollen natürlich, wir können ja, und durch Jesus Christus können wir natürlich immer dem Herrn näher kommen. Und mit ihm Gemeinschaft haben, wenn wir sein Wort lesen, uns verinnerlichen und demnach auch handeln. Amen. Amen. Sehr gut, dann danke für Ihr Beantworten. Gott segne dich, mein bester Herr, mal wie der Herr Jesus Christus, dich segne, behüten und beschützen deine Familie genauso. Also deine Beziehung. Ich bin auch schon. Alles klar, nee. Ich gehe jetzt auch langsam schlafen, ja. Ich wünsche dir Gottes Segen, die und da nichts zu verhauen. Ach, alles klar, wohl, das macht's gut. Gottes Segen, nicht vergessen. Ja, ich schreibe dich dann an. Okay, Gottes Segen, Gottes Segen, Gottes Segen, Gottes Segen, Gottes Segen. Wort. Okay, da, ich gehe auch langsam. Okay, alles klar, da. Ich bin noch unten, also ich gucke zu. Ja, ja, kein Problem, kein Problem. Okay. Oder Alves, ne? Kannst du mich rausschauen? Ja, ich meiß nicht raus, oh, Entschuldigung. Jetzt ist nur noch mein Bruder und ich, einsame Mohikane. Ex-Muslim, ich liebe dich, ich liebe euch auch, ihr wundervoll. Scheiße. Nee, hey, hey, dass du hier oben bist, heißt doch nicht, dass es scheiße ist. Ach, nein, Entschuldigung. Aber ihr Bruder, was geht? Gottes Segen an euch allen. Ja. Ja, also ich bin jetzt hier zum ersten Mal live und ich wollte dir, also ich will eigentlich nur sagen, ich bin eigentlich von Mensch her so, ich bin, aktuell bin ich gerade wie so eine verlorene Seele und ich bin auf der Suche nach Wahrheit. Dann bist du genau richtig hier. Ja, aber ich bin halt, ich bin halt so ein Mensch, ich bin halt sehr so ein Kopfmensch und ich bin schwierig. Meine Frau ist aber gläubig, seit einem Jahr und sie betet jeden Tag für mich. Halleluja, wundervoll. Und ich habe das halt so, also belächelt ist ein falsches Wort. Ich habe mich für sie gefreut, weil sie so einen Glauben hat und ich das an sie schön finde, aber für mich ist das nichts. Ja. Und dann ist halt irgendwas, dann ist halt was passiert im Leben, was mit Reue, mit Schmerz, mit Trauer zu tun hat und dann habe ich halt angefangen nachzudenken. Weil der Tod eingetreten ist in meinem Familienkreis. Kann man so sagen, ja. Ja. Und dann denkt man halt darüber nach. So, was ist jetzt danach? Und ich habe immer dieses Bild, dass einfach danach deine Augen quasi zu sind und alles ist schwarz. Das habe ich auch immer gedacht. Aber bevor ich die Bibel gelesen habe, habe ich das gedacht. Als ich die Bibel gelesen habe, wusste ich, oh mein Gott, ohne den Herrn Jesus Christus wäre ich für alle Ewigkeiten an einen Ort gegangen, wo ich dann meine Sünden abbezahlen kann. Und ich habe sehr viele Sünden in meinem Leben getan. Und da werde ich nie wieder rauskommen aus diesem Ort. Und deswegen war ich glücklich, dass ich mich hingesetzt habe und dem Ganzen nachgegangen bin. Verstehst du? Ja. Das mache ich halt jetzt gerade auch. Sehr gut. Ich bin halt, ich bin jetzt, also ich bin islamisch sogar geboren. Ich bin islamisch so ein bisschen aufgewachsen, so aber als kleiner Junge, weißt du, dieses Kulola, er hat, er lau, semen, bla, jem, jelet, das kann man halt so. Ja, du hast den Ikhlas, genau, ja, ja. So einfach dieser, dieser möchte gern Moslem, so weißt du, aber ich sag ja, Papa seite Moslem, Mutter seite orthodox. Aber man wird irgendwann älter und älter und ich stehe dann halt so in der Mitte. Ich bin aber mit Papa aufgewachsen, weißt du? Deswegen hatte ich halt diese, kannte mich mit dem, was heißt auskennen, ich kenne mich null mit dem Islam aus, außer diese Basics, was jeder kennt. Aber egal, als dann der Tod eingetroffen ist, als ich mir dann Gedanken gemacht habe und ich dann auch viel getrauert habe, habe ich meine Frau gesehen. Sie hat natürlich auch getrauert, bloß sie hat immer gesagt, sie ist jetzt beim Herrn. Es geht ihm gut. Und so weiter und so fort. Und dieser Gedanke, auf mich hat dieser Gedanke schön gewirkt. Wenn ich daran denke, wie es stimmt und ich dann irgendwann mal bei ihm bin und ihn wieder sehen kann und so, ist es eigentlich ein wunderschöner Gedanke. Es ist immer noch ein besserer Gedanke, als wenn ich jetzt denke, es ist alles aus schwarz. Nichts mehr. Letzte Erinnerung war die letzten Stunden. Ja, und dann habe ich halt angefangen zu schauen, an was glaubt meine Frau überhaupt. So, weißt du, dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Das Alte Testament. Also, ich fange jetzt aktiv, seit zwei Wochen lese ich die Bibel, jeden Tag. Und ich bin jetzt mit dem fünften Buch Mose fertig. Und ich schaue mir auch immer, also mein TikTok ist mittlerweile auch voll geworden. So, ich glaube, mein Handy checkt es auch. Ich lese jeden Tag die Bibel über die App. Und dann kommt TikTok hier, da und dann kommst du halt auch sehr oft. Und ich kenne dich auch von den alten früheren Videos, von ABK. Kenne ich auch. Also, ich weiß, wer du auch bist, weißt du. Aber ich war halt immer so, ja, im Hintergrund so. Du guckst mir einfach an. Ja, und dann kommt jetzt halt bei mir so, weißt du, ich rede auch jeden Tag zum Herrn. Ich bedanke mich beim Essen und so weiter, weil ich denke mir halt so, okay, aber ich bin noch irgendwie nicht bei ihm, Amir. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann, weil irgendwas hindert mich daran. Ich weiß nicht, ob ich einfach Angst davor habe, ins kalte Wasser zu springen, weil ich denke mir dann auch so, okay, ich bekomme manchmal so Gedanken, das sind Bücher, das haben Menschen geschrieben. Menschen sind Dichter, die sind kreativ. Und weißt du, wenn es um Gott geht, dann kann man seinen kreativen freien Lauf lassen. Die Schlange redet oder die Geschichte mit Biliam mit dem Esel, dass der Esel anfängt zu reden und so, weißt du. Fische kommt Brot, fällt vom Himmel und so, weißt du. Denke ich mir auch so, okay, da war einer mit sehr viel Fantasie dran, aber verkundet so schön eine Message, weißt du, was den Menschen so fest daran hält, was den Menschen Frieden gibt. Aber ist das wirklich wahr? Und dann kommt immer bei mir die Frage, Toni, was ist, wenn? Was ist, wenn das glücklich alles stimmt? Was ist, also ich glaube sogar daran, dass das, was Jesus passiert ist, dass es passiert ist. Für mich ist das ein historischer Fakt. Weißt du, aber das Ding ist halt so, ich rede zu ihm und frage ihm, Herr, bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Herr, kann ich, ich möchte dich empfangen. Wie geht das? Wie fühlt sich das an? Herr, komm zu mir, öffne mein Herz, öffne mein Herz, sage ich die ganze Zeit. Ich bin mit dem Kopf auch so, so sehr, sehr streng zu mir, keine Ahnung, so oder vorsichtig, vorsichtig, sagen wir vorsichtig. Ja, und dann. Das geht schon mal in die richtige Richtung, dass du offen bist für das Ganze, verstehst du? Und jetzt braucht das nur so ein kleiner Schubser, damit du endlich deine Buße hinter dir bringst, also eine Bekehrung. Ja, das ist ja, guck mal, Amir, ich sage es sogar auch jeden Tag, vergebe mir für meine Sünden, die ich gemacht habe, vergebe mir für meine Sünden, die ich machen werde. Weißt du, das Ding ist halt auch jetzt, wenn wir jetzt zum Thema Taufe kommen, weil ich habe euch schon jetzt ungefähr seit über eine Stunde zugehört, ich glaube, Reza war das und da war Pablo auch. Ihr habt mich in einer Situation gebracht, wo ich quasi wie in der Zwickmühle, ich war in einer Situation, ich habe mich wie in einer Zwickmühle gefühlt, weil Reza die ganze Zeit gesagt hat oder Pablo, du musst taufen, du musst taufen, du musst ohne taufen, kommst nicht durch, die lesen sogar die Verse, ich bin noch nicht so weit, aber ich glaube von Johannes, weil Johannes musste der Täufer sein. Aber du musst taufen, stell dir vor, Amir, mach den Stream aus, sagt, glaube ich, Reza. Und jetzt kommt die Entrückung und du bist nicht getauft. Das heißt, für mich, es ist vorbei. Das ist falsch verstanden. Für mich hat es sich angefühlt, ich muss ins kalte Wasser springen. Nee, mein Bruder und Papras würden niemals sagen, lass dich taufen. Die würden sagen, du musst von Neuem geboren werden, aus dem Geiste Gottes. Das ist die Geist. Das meine ich auch, vom Neugeboren werden, weil Taufe, es hört sich ein bisschen so, ich weiß, was du meinst. Dann reden wir von der Wundergeburt. Die geistliche Taufe, die Wiedergeburt, das ist das. Danach kommt die Wassertaufe, es gibt eine geistliche Taufe, das passiert nach deiner Bekehrung, dass du dich zum Herrn Jesus Christus bekehrst, den Heiligen Geist empfängst und von Neuem geboren wirst und danach gibt es dein Bekenntnis vor allen Leuten, dass du dich taufen lässt, mit Christus in den Tod und zum neuen Leben auch wieder auferweckt. Verstehst du das? Okay, Amir. Okay, jetzt, gut, dann stell dir jetzt, guck mal, du kennst jetzt meine Situation, Amir. Und ich bin noch nicht mit diesen geistlichen Taufe so weit, ich weiß nicht, wo ich stehe. Ich will dorthin, aber ich weiß nicht, aber ich traue mich irgendwie nicht. Oder ich muss noch mehr wissen, ich bin erst beim Alten Testament, du musst erst weiterlesen, dich schlau machen, hör die andere Leute an, was die sagen, weißt du. Aber ich muss von mir selber aus und vor allem, das muss von Herzen kommen. Ich muss, weißt du, ich gehe auf die Knie, rede zu dem Herrn, aber ich will, ich will diese Reue haben. Aber ich sage dir ehrlich, Amir, diese Reue, die ich beim Tod erlebt habe, ist größer aktuell. Verstehst du? Das war der Grund, warum ich mich dorthin, dass ich da angefangen habe, jetzt die Sachen zu studieren. Du hast selber Angst bekommen. Es geht auch um meine Seele, genau, genau. Und wenn es um meine Seele geht, dann will ich auch, es geht um was ganz Wichtiges eigentlich. Und deswegen muss ich lesen, deswegen muss ich schauen, wieso glauben zwei Milliarden Menschen an den Islam, wieso glauben so und so viele an den Christentum und so weiter, weißt du. Das ist so, am Ende stehst du da und musst dich entscheiden. Ja genau, du musst dich entscheiden zwischen Gut und Böse. Ja, aber ich bin nicht dumm, ich kann das Gute und das Böse unterscheiden, weißt du. Da gehörst du richtig zu Jürgen Christus, wenn du das kannst. Weil das, was der Islam davon sich gibt, ist absolut bösartig. Die haben aus Gott einen New Hefner gemacht. Du kannst dann sowas machen, du bist so ein Reich voll mit Hoodies und welche voll mit Alkohol, kürzlich für Trinkende und Stähne. Weißt du, wenn man das auf Big Bonds und sowas. Ja, ja, weißt du, wenn man das alles, guck mal, Amir, ich habe diese Videos alle von dir gesehen, Amir. Glaub mir, ich bin, Entschuldigung, nee, ich habe nicht geschworen, Entschuldigung. Glaub mir, ich bin momentan, es gibt keinen Tag, womit ich mich nicht damit beschäftige. Jeden Tag. Jeden Tag. Und nicht nur eine Stunde. Wir reden da locker von sechs, sieben Stunden. Ja, genau wie ich, genau wie wir alle beschäftigen uns dann immer noch. Aber ich bin trotzdem noch ein Unwissender. Ich weiß noch von gar nichts. Das ist das, was ich von dir höre. Das ist das, weißt du. Und dann kommt in meinen Kopf, Toni, überleg gut, recherchiere, prüfe nach. Natürlich gucke ich ein paar Sachen, was du sagst, suche hier. Ich schlage nach. Ich gucke nach und so. So, und dann sehe ich immer, es gibt viele Muslime und viele Leute, es gibt viele Muslime und viele Leute, die dann das Ganze gegenprüfen wollen. Und viele sagen, haben ihr recht, das steht doch da, warum verleugnet ihr das denn? Verstehst du, das ist das. Und du bist auch so jemand, der dann guckt, gegenprüft und das Ganze dann nicht verleugnen kann, weil das wirklich da steht. Verstehst du? Also, was ich dir sage, aber ich sage, von allen Perspektiven, den ich es da an der Welt anschauen, musst du beiseite legen. Es ist eigentlich nur noch der Weg des Herrn Jesus Christus, das war es. Das tue ich auch, das tue ich auch, aber es ist ja nicht, ich lese beides. Aber ich sage mal so, 80% Bibel, 20% Koran, so ist gerade mein Verhältnis. Aber ich lese beides. Da wird es recht. Du kannst beides sagen, lesen, lesen, lesen. Und für dich dann selbst die Entscheidung treffen. Das kann dir ja niemand nehmen. Der Herr lässt dir diesen Weg. Der Herr lässt dir die freie Entscheidung, weil er dich ja liebt. Und der Herr möchte, dass du eine Entscheidung aus Liebe für ihn triffst, anstatt für die Welt und Religion. Ja. Eine Sache noch, Amir. Das ist eine Entscheidung für Gott treffen und nicht für Religion. Du weißt ja jetzt ungefähr, wo ich mich gerade befinde. Also ich würde jetzt mich selber beschreiben. Bildlich gesehen ist es, als würde ich die Treppen hochlaufen zum Herrn. Aber ich bin langsam. Ja. Und jetzt passiert, wie Reza gesagt hat, morgen irgendwas hier in Rückung, bam, bum, bum, alles fertig. Was ist mit mir? Ich habe noch nicht die geistliche Taufe gemacht oder so, aber ich war auf dem Weg. Ja, siehst du, auf dem Weg heißt ja nicht wirklich den Weg auch zu gehen. Nur auf dem Weg zu sein ist nicht den Weg anzutreten. Deswegen sage ich dir, wenn du möchtest, können wir das zusammen machen. Wir gehen beide auf die Knie und dann betest du aus dem aufrichtigen Herzen zu dem Herrn Jesus Christus. Und heute bekehrst du dich und gibst dein Leben dem Herrn, anstatt morgen. Guck mal, Armin an sich hätte ich gesagt, komm, mach mal, ich gehe jetzt auf die Knie, wir machen das okay. Aber dann erwische ich mich wieder, was für ein Heuchler ich eigentlich bin, weißt du. Ich rede mit dir, Herr Armin, ich habe gekifft, ich verstecke doch Sportler, weißt du wie. Und dann will ich vor dem Herrn und so, weißt du. Ich rede auch mit ihm und sage, Herr, ich weiß, ich sündige viel. Ich habe meine Sucht, meine fleischliche Sucht. Wenn ich mich jetzt geistlich bekenne, ich erkenne mich, ich werde wieder rückfällig. Ja, der Herr wird dir schon helfen, mach dir keine Sorgen. Sobald du dich bekehrst, wirst du Stück für Stück aufhören mit diesen ganzen Sachen, wirst du sehen. Das muss eine aufrichtige Buße her. Ja. Deine Buße darfst du nicht vor dir hinweg schieben. Hinausschieben, verstehst du? Die Buße sollte so schnell wie möglich geschehen. Weil so bringst du erst mal deine Seelensicherheit. Du bist nicht aus Werken gerettet, sondern aus dem Glauben heraus. Du brauchst ja das, was ich machen will, weißt du. Aber wenn dein Fleisch irgendwie so stark dagegen ankommt. Der Heilige Geist, den du empfängst, der Heilige Geist wird dich stärken. Du wirst die Bibel lesen. Und die Bibel, die du aufnimmst als das Wort Gottes, wird dich auch innerlich stärken. Okay. Danke, Armin. Wenn du das möchtest, können wir das machen. Wenn du nicht, dann musst du dich da noch weiter beschäftigen. Und ich garantiere dir, dass du das Ganze vor dich hinausschiebst. Und das wird dann echt problematisch für dich. Eine Entscheidung muss her. Ja, okay, komm. Wir probieren es aus. Ja, okay, geh auf die Knie. Okay. Und sprich ein aufwürstiges Gebet aus dem Herzen. Lass das, was in deinem Leben passiert ist, einmal Revue passieren. In deinem geistlichen Auge. Schließe deine Augen und guck dir genau an. Du musst diesen Punkt genau erwischen, wie du gelebt hast. Wie du ohne Gott gelebt hast die ganze Zeit. Was für ein sündiges Leben du geführt hast. Das muss vor deinem geistlichen Auge jetzt gerade abspielen. Und wenn du diesen Punkt erreicht hast, wo du merkst, okay, ich war verloren. Ich bin verloren ohne Jesus Christus. So wirst du deine Schuld jetzt vor ihm bereuen. Tja, das wird jetzt schwer. Aber ich kann es versuchen, weil ich bin jetzt nicht so der Redner schlechthin. Und dann muss es aus dem Herzen kommen. Das ist ja, ich versuche es ja. Das ist, ich will von Herzen, ich will ja, dass es von Herzen kommt. Das ist ja das, wo ich sage, Herr, bitte öffne mein Herz. Lass mich zu dir. Lass mich zu dir. Es tut mir leid für meine Sünden, die ich gemacht habe. Es tut mir leid für meine Sünden, die ich machen werde. Es tut mir leid für all das Schlechte, was ich getan habe. Und so, ich will das nicht mehr machen. Hilf mir dabei, das nicht mehr nochmal zu machen. Das Wichtigste ist, dass du jetzt erstmal den Herrn Jesus Christus annimmst. Dass du ihn dankst dafür, dass er für dich bezahlt hat. Und dass du ihn jetzt in deinem Herzen aufnimmst und ihn bittest, aus dir eine neue Kreatur zu machen. Das ist das Wichtigste. Und das Ganze muss aus dem geistlichen Auge her, aus der geistlichen Perspektive jetzt geschehen. Verstehst du? Geistliche Wiedergeburt. Das Ding ist halt, Armin, das tue ich ja eigentlich jeden Tag. Und das Ding ist halt, ich will das machen, aber irgendwie, ich weiß nicht, was mich daran hindert. Ich rede ja zu ihm. Ich sage, bitte, komm zu mir. Und ich will ja, ich will dich ja mich annehmen. Komm, ich sage ja, er soll zu mir bitte kommen. Aber ich sage auch immer, dein Wille geschehe danach zum Schluss. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber ich sage zu ihm, komm zu mir, öffne bitte mein Herz. Lass mich Sachen, also lass mich öffnen, also dass ich eine Weitsicht habe, so quasi. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Geister sehen kann oder so. Weißt du, nicht, dass jetzt der Bormi erscheint und so, also jetzt nicht übertreiben. Aber verstehst du, was ich meine? Ich will ja, ich will. Ich will von der Erkenntnis. Ja. Let's go. Was soll ich machen? Du sollst ein aufrichtiges Gebet zum Herrn Jesus Christus sprechen und eigentlich so, wie ich dir das jetzt vorsage, ungefähr selber dann in deinen eigenen Worten dann wiedergeben. Das muss aus deinem tiefsten Herzen kommen. Ich gebe dir ein Beispiel, wie man es ungefähr machen sollte. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich komme heute zu dir mit all meiner Schuld, all meinen Fehlern, all meinen Schwächen, die ich habe, die ganzen Sünden, die ich in meinem Leben begangen habe, das Leben, das ich ohne dich geführt habe, Herr Jesus Christus. Ich weiß, dass du der wahrhaftige Gott und das ewige Leben bist, Herr. Ich komme heute zu dir und lege all meine Schuld bei dir ab, Herr. Ich bitte dich von Herzen, dass du meine Schuld trägst, Herr, und mich nicht im Stich lässt, Herr Jesus Christus. Lasse mich von neuem geboren werden und sende mir deinen Heiligen Geist, Herr. Ich will versiegelt sein mit deinem Heiligen Geist. Und bitte lass mich auch bei der Entrückung dabei sein, Herr Jesus Christus. Mach aus mir eine neue Schöpfung und sei du Tag ein, Tag aus mit mir, Herr. Ich will mit dir wandeln und der Welt Tschüss sagen, Herr Jesus Christus. Und mit dir das Leben leben. So ungefähr sollte es geschehen. Gut. Das Ding ist, Amir, ich werde niemals so gut reden können. Das, was ich sage, auf meine Art und Weise, das kommt von mir aus. Und dabei lüge ich mich nicht selber an. Dann ist es okay. Dann mach das von dir aus. Pass auf. Nein, nein, nein. Eben will ich es nicht machen. Sondern mein Gegenvorschlag wäre, weil ich das sowieso jeden Tag mache, das, was du jetzt gerade von mir verlangst, mache ich eigentlich jeden Tag. Und ich würde eigentlich gerne versuchen, deine Worte mal zu benutzen. So wie du das sagst, dass ich quasi irgendwie nachsprechen kann oder so. Also du willst mir einfach nachsprechen? Kann man so sagen, ja. Weil das, was du sagst, da gibt es in meinem Kopf nichts, was eigentlich dagegen spricht, Nein zu sagen. Verstehst du? Alles klar. Dann sprich mal einfach nach. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott. Ich komme heute zu dir mit all meinen Sünden, Fehlern und Schwächen. Ich komme heute zu dir mit all meinen Sünden und Fehlern und Schwächen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für meine Sünden bezahlt hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für meine Sünden bezahlt hast. Herr, das Werk am Kreuz. Der, der Werk, der das Werk am Kreuz. Herr, dein Werk am Kreuz. Herr, dein Werk am Kreuz. Nehme ich heute für mich in Anspruch. Reinige mich mit deinem heiligen Blut. Reinige mich mit deinem heiligen Blut. Und lasse mich von Neuem geboren werden. Und lasse mich von Neuem geboren werden. Sende mir deinen heiligen Geist. Sende mir deinen heiligen Geist. Und lass mich bei der Entrückung dabei sein. Und lass mich bei der Entrückung dabei sein. Herr, ich gebe dir heute mein Leben und vertraue es dir an. Herr, ich gebe dir heute mein Leben und vertraue es dir an. Du bist der wahrhaftige Gott und dir möchte ich nachfolgen. Du bist der wahrhaftige Gott und dir möchte ich nachfolgen. Ich setze alles auf dich, Herr Jesus Christus, und vertraue dir von Herzen. Ich setze alles auf dich, Herr Jesus Christus, und vertraue dir von ganzem Herzen. Danke für deine Liebe, Güte und Gnade, Herr. Danke für deine Liebe, Güte und Gnade, Herr. Amen. 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 Guck mal, das Ding... Amir, ich habe mich schon beim letzten Satz schlecht gefühlt. Als du mir fortsitiert hast, ich vertraue dir vom ganzen Herzen und glaube, dass es dir anweist. Und ich merke dabei, wie ich mich so... Weißt du, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Das sagst du jetzt. Das sagst du jetzt, aber das Problem ist, du bleibst auch nach deiner Bekehrung Sünder. Nur, dass das Wichtigste ist, dass du weißt, wie du damit umzugehen hast, und zusätzlich... Du führst sowieso ein anderes Leben als vorher. Verstehst du? Ja. Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste war, dass du dein Leben dem Herrn Jesus Christus heute übergeben hast. Und jetzt fängst du an, Stückchen für Stückchen die Bibel komplett zu lesen und deine Beziehung zu Gott aufzubauen. Das ist das Wichtigste, was du jetzt machen solltest. Ja, das mache ich ja auch. Jesus Christus heute als dein Herr und Heiland hat angenommen. Am 20. Juni 2024 hast du den Herrn als dein Herr und Heiland angenommen. Und du glaubst fest daran, was er für dich am Kreuz getan hat. Ich sag mal so, ich hoffe, dass es so ist, weil es ist, was auch meine Frau immer zu mir sagt. Du darfst keine Zeit, dass dein Frau zu mir sagt. Du darfst keine Zeit. Ich sag immer, ich hoffe. Ja, aber das ist mein größtes Problem, Armin. Ich sag immer, ich hoffe, es ist so. Ich hoffe, es stimmt alles, was da stimmt. Ich muss nur sagen, ich hoffe, es ist so. Musst du beiseite legen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Brich mir nach. Brich mir nach. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 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 Genau so sieht es aus. So sieht es aus und so wird es auch immer bleiben. Der Herr Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Eber 13.8. So einfach ist das. Guck mal, Amir, ich bin halt schwierig, weißt. Ich denke, weißt du, irgendwas Ekeliges in meinem Kopf sagt mir, ja, guck mal, da sind Leute, die reden dir das jetzt in dein Gehirn rein. Sag jetzt das, sag jetzt das. Weißt du, was ich meine? Ich habe so einfach Zweifel an Menschen generell. Dass das Buch von einem Menschen geschrieben ist. Na klar, ich stelle mir jetzt nicht vor, dass es ein Alien schreibt oder ein Geist schreibt oder so. Natürlich, weißt du. Aber ich zweifle an Menschen, dass irgendwo, weißt du, es fängt schon da an, dass da verfälscht ist. Die sagen, hier, Koran hat so viele das, das, das. Und bei der Bibel auch hier alt, neu. Weißt du, jetzt habe ich von euch erfahren, liest nicht HFA. Und ich bin die ganze Zeit am HFA lesen, weißt. Und dann heißt es, nein, nicht gut und so, bla. Das heißt, irgendwo versteckt mich immer die Wahrheit. Das ist ein bisschen komisch übersetzt worden. Ich empfehle dir eine Schlachter 2000. Da hast du auch die ganzen Querferse, damit du studieren kannst. Das ist eine Studienbibel. Du kannst dir in Amazon bestellen. Ich habe sogar eine Studienbibel gekauft, Amir, von John MacArthur Studienbibel. Lass das mal weg, diese John MacArthur und sowas. Hol dir einfach eine normale Schlachter 2000, von mir aus auch mit Goldschnitt, wie du die auch haben willst. Ich habe auch eine mit Goldschnitt. Und das ist eine gebundene, so eine Leder-Ausgabe, also so eine Leder-Cover ist das. Braunes Buch. Und da hast du auch die kompletten, an den Seiten, die ganzen Querferse fürs Eigenstudium, damit du verstehst, was damit gemeint ist mit diesen Versen. Ja, bei mir ist halt, ich habe, weißt du, wie so ein, keine Ahnung, Sparfuchs, so Geier, so, ich habe die App, ich lade die runter. Komm, ich fange jetzt da erst mal an. Erst mal so reingucken. Weißt du, Schlachter 2000. Da ist doch die Schlachter 2000 verzeichnet. Ach so, dann habe ich dann, aber ich liess die HFA-Edition. Also, wer ist die Hoffnung für alle, macht das weg? Und dann gibst du dort einen Schlachter 2000. Das siehst du doch. Okay, ja, nee, ich habe nur gesehen, oben rechts, HFA, aber ich habe nie drauf gedrückt. Einfach losgelegt, weißt du, geöffnet und losgelesen. Seite 1. Ja. Ja, aber okay. Ja, ich mache weiter, bloß, ähm, ja, ich will euch auch nicht weiterhin aufhalten. Leute, danke fürs Zuschauen. Das ist Gottesdienste, äh, Game Zone, bevor du rausgehst, nur zwei Sekunden. Hm. Ja, genau, da ist die Bibel. Das habe ich. Okay. Gut, die ist, äh, die ist jetzt Leder gebunden, aber die Seiten sind halt sehr, 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 äh, dünn. Also, die zerknitzen dann auch immer bei mir. Toni, Toni, geh mal bitte an die Seite. Siehst du da die Seite? Du hast halt immer hier unten. Ja, genau. Du hast immer hier unten, das kann man jetzt so schlecht erkennen. Da oben, Toni, da oben an den Seiten, guck mal da, das sind die ganzen Querferse. Siehst du das? Da oben links. Und dann runter, siehst du da die Ferse? Ja. Das sind diese Ferse, damit du die einzelne Ferse verstehst. Alles. Und du hast auch am Ende, was ich wirklich sehr, sehr schön finde, du hast auch hier, zwei Sekunden. Du hast auch hier eine Anleitung in einem Jahr durch die Bibel. Es gibt zwei verschiedene Versionen, wie du quasi, damit man, ich sag's mal so, nicht faul wird und nicht davon abkommt, gibt die Schlachter 2000, die ist so eine Motivation, wie du die Bibel lesen kannst, entweder quasi hier, also zwei verschiedene Pläne, das heißt einmal richtig von vorn, vom Anfang bis zum Ende und einmal etappenweise, dass man nicht die Motivation verliert. Also es ist echt, wirklich, also die Version, die ich habe, ich glaube, ich habe, glaube ich, damals 80 Euro oder so bezahlt, die ist wirklich, also wirklich sehr, sehr gut. Also auch wirklich sehr, sehr gut und, ja. Ja, das passt schon. Ich habe mir auch eine Studie im Bibel geholt da und da ist auch ungefähr wie bei dir so mit der Karte und so weiter, aber ich benutze es ja nicht mal. Ich bin aktuell eigentlich nur mit dieser App beschäftigt und habe mich jetzt beim Alten Testament Mose. Aber ich werde dennoch ein paar Beschlachter ändern. Ja, es ist, also natürlich ist das Wort Gottes, ja, es ist auch für mich, ich denke mal, ich spreche mal für 99,99 Prozent der Menschen. Es ist halt, wir sind halt mit so vielen irdischen Dingen beschäftigt und jeder zweite Real Madrid-Fan kann die Statistik von Toni Kroos hoch und runter aufsagen. Aber die Bibel ist halt, ja, es ist, es ist halt eine Prüfung. Also ich sehe es als Prüfung an. Der Glauben zu Jesus Christus ist das eine, die Wiedergeburt, auf die Knie gehen, aber der wahrhaftige Glaube wirklich zu sagen, ich nehme mir die Zeit, weil das ist individuell, das ist nur zwischen dir und Gott. Da ist niemand, der dir applaudiert oder der sagt, oh, hast du super gemacht, toll, toll, toll. Das ist nur zwischen dir und Gott. Und das, diese, ich nenne es mal so bewusst, Hürde zu nehmen und zu sagen, diesen Weg möchte ich gehen. Ich möchte gerne lesen, ich möchte gerne verstehen, ich möchte nach ihm suchen, ich möchte nach ihm rufen. Das ist die Hürde und die ist kostenlos. Alles andere, hier gibt es tausend Menschen, Milliarden Menschen, die können dir alles Mögliche über Lionel Messi und Kahn, was weiß ich. Die können dir sagen, wer wann welches Auto gekauft hat. Ja, naja, ich verstehe. Also ich starte da 2000, muss ich wirklich sagen, ist eine sehr, sehr gute Ausgabe. Ja, danke für die Empfehlung. Das Ding ist ein kleiner Sohn, ist wieder wach geworden, obwohl Amir nicht geschrien hat. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich denke es halt, weil es die Bibel lässt sich nicht mit einmal durchlesen, kann man nicht sagen, es ist fertig, weißt du. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich die Bibel einmal durchgelesen habe, ich das nochmal lesen muss. Also mindestens dreimal, würde ich sagen, um wirklich alles zu verstehen. Ja, das, was Bruder Armin sagte, ich nehme mal ein Beispiel. Als meine Mama 2010 verstorben ist, am 19. August. Mein Beileid. Jahre später sagten Bekannte zu mir, ja, das musst du irgendwann mal abhaken. Da meinte ich, ich werde auch im hohen Alter immer um meine Mama trauern. Ich brauche niemanden, weil quasi dieses, ja, es gibt Menschen, die gehen dann zu irgendeinem Psychologen und dann wird dem geholfen, bla bla. Ich meine, nein, ich werde immer, immer über meine Mama trauern. Und die Bibel ist, du musst immer, immer dein ganzes Leben lang, das wird dich dein ganzes Leben lang begleiten. Und die Aufgabe ist nicht, die Bibel zu lesen oder mehrmals durchzulesen, sondern die Aufgabe ist, immer wieder, das begleitet dich dein Leben lang. Das ist ja auch, das war ja auch der Auslöser bei mir, weißt du, das war ja auch der Grund, warum ich damit angefangen habe, weil es geht hier nach dem Tod. Das müsst ihr euch bewusst werden. Es geht hier nicht um dieses, um das Leben hier auf dieser Welt, sondern danach. Und das ist das, was mich so beschäftigt hat, was danach. Und das war dann der Grund, warum ich angefangen habe, hier zu lesen. Natürlich habe ich dann auch mit der Bibel angefangen, weil meine Frau ja an den Herrn Jesus Christus glaubt und sie dann jeden Tag zu mir betet. Amir, vorhin, als du, ich sage dir ehrlich, da war eine, du hast vorhin wirklich so schön und so schön erklärt, was Jesus da durchgemacht hat mit dieser Peitsche, mit dieser Angle, mit diesen Haken. Oder ich habe das in dem Moment so gefühlt und es hat mir so gerührt einen. Einfach, weil ich habe mir das so bildlich vorgestellt oder mich in diese Lage selber versetzt, wie das sein muss. Das ist schlimm, das ist so schlimm. Und es tut mir dann so leid, weißt du, und als du dann zum Schluss, als du diese, nicht predigst, sag mal, aber als du diese Rede da, diesen Part zu Ende geredet hast und ich mit Amen gesagt habe, habe ich von mir selber aus auch Amen gesagt, weißt, weil das war so. Und dann hat meine Frau Halleluja gesagt, weil ich eigentlich sonst nie Amen sage. Entschuldige, und dann gehe ich wieder runter. Alleine, wo ich zwischen, was ich das, also ich habe jetzt, muss ich ehrlich gestehen, seit zwei Wochen nicht mal die Bibel gelesen, aber wo ich das Band hängen gelassen habe, ist, ist, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war bei Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also wer das liest, also ich liebe, das ist, also... Hat mir auch gefallen. Ich kann jedem nur das empfehlen, also wirklich. Und ich möchte mich mit den Worten verabschieden, jetzt kein Islam-Bashing oder sonst was, aber... Bitte, 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 bitte... Gehen wir mal davon aus, dass wir alle jahil sind, wir sind alle irregeleitet, keiner hat irgendeine Ahnung, ist alles hier TikTok, Mülleimer, was auch immer. Legt mal beide Bücher Seite an Seite und finde, bitte, ich zahle 10.000 Euro derjenige, der mir solche, solche und 600 Jahre vor dem Islam solche Verse aus dem Koran findet. Da gibt es nicht so was. Und es gibt zigtausende in der Bibel, zigtausende. Ja. Sofort stummend, die beleidigen. Ich verabschiede mich. Gottes Segen. Ich sehe ein bisschen aus wie Adelante, ne? Aber vom Geist her, bis zum Beitrags Adelante. Gottes Segen. Gottes Segen. Ja, wunderbar. Sehr gut gemacht. Ja, danke. Ich durfte es zum Abschluss noch, Amir. Also ich will jetzt nicht irgendwie schlechte Laune verbreiten oder sonst irgendwas. Aber ich sage dir ja, wie es sich für mich anfühlt. Du sagst ja, heute ist mein Tag so wie neu geboren. Aber es fühlt sich halt für mich nicht so an. Weißt du, wie ich meine? Und für mich ist halt heute nicht der Tag gewesen, dass ich neu geb... Für mich persönlich jetzt, ja. Ich behalte das in Erinnerung natürlich, das was hier... Weil das hat mir auch so... Ich bin ja auf der Suche nach Hilfe. Das war der Anfangsgrund. Also auf der Suche nach der Wahrheit. So, damit bin ich reingekommen. Und dann wollte ich dann halt nur sagen, also wenn der Tag wirklich kommen sollte, so wenn ich wirklich was spüre, weil ich habe von vielen Menschen gehört, die haben den Heiligen Geist gespürt und also viel über den Heiligen Geist. Und die sagen, sowas merkt man einfach. Das merkt man einfach, sagen die, weißt du. Und ich kann noch nicht sagen, dass ich das gemerkt habe. Verstehst du, Amir? Ja, gut, du musst dich immer irgendwas spüren. Also nur mit 1.000%iger Überzeugung kann ich dies sagen. Ich kann vielleicht mal sagen, okay, ich habe den Gänsehaut gespürt. So, weißt du, nicht so richtig überzeugt bist. Dann liest dich erst mal durch, aber ich sage dir, schieb deine Bekehrung, deine echte Bekehrung, dann nicht vor dich hin, sondern komme zum Glauben. Das ist das. Ja, ich versuche so gut, dass du so lange Zeit, man muss dafür. Ja, Zeit war halt auch so ein Faktor. Weißt du, ich muss es klick machen bei so vielen Beweisen, die ich für die Bibel spreche. Irgendwann muss es ja klick machen. Bei mir war es ja die Kreuzigung und Auferstehung. Ja, ich bin ja noch ein bisschen. Ich verstehe ja eigentlich, ich kann ja so einigermaßen noch Englisch. Und da habe ich das Ganze im Englischen betrachtet, weil dort die Debatten viel, viel heftiger sind als im Deutschsprachigen Raum. Ja, und ich meine, für mich, was ich im Kopf habe, ist die Kumranrolle zum Beispiel, weißt du? Ja, das reicht ja schon. Die Bibel ist authentisch. Ja. Das muss ich ja auch in dem Raum von Issam Bayern sagen. Die Leute haben sich natürlich Gedanken gemacht, haben gesagt, sie hat Exmus gerade recht. Die Leute versuchen da das Ganze runterzureden. Ja. Aber ja, ich bin, ich mache weiter, so wie ich es jetzt. Aber danke, danke für... Gott segne dich. Ich werde für dich spielen. Dankeschön. Gott segne dich in die Off-Boot Games. Bis dann, ciao. Ciao. Er betet für ihn, dass der Herr der Gnade mit ihm hat. Das war's. Okay. Okay, ihr Lieben, ich mache jetzt langsamer Schluss. Ich kann nicht mehr in den Augen fallen, nur gleich zu. Ich glaube, für heute reicht das schon. Wir haben fast wieder 24 Stunden live. Ich mache immer Marathon. Ich vergesse die Zeit, wenn man live ist. Das ist unfassbar. Kennt ihr das auch? Wenn ihr mit mir die ganze Zeit live seid, vergisst die Zeit, auf einmal guckst du auf die Zeit. Wir haben schon fast halb zwölf, Mann. Das ist ja unglaublich. Wir beten aber noch zusammen, okay? Das machen wir auf jeden Fall. Ihr Wundervollen, wir beten noch zusammen. Und erweisen dem Herrn Jesus Christus die Ehre, indem wir dem Sohn Gottes die Ehre geben, wie wir auch dem Vater die Ehre geben. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen her, dass ich jetzt zu dir beten darf und dich loben, ehren und preisen darf, Herr Jesus Christus. Ich habe Dank für diesen wundervollen Stream für heute. Ich habe Dank für jede einzelne Seele, die hier reingekommen ist. Ich habe auch Dank, dass diese Menschen, die uns schmähen, hier reingekommen sind, damit wir sehen, wer im Licht wandelt und wer wahrhaftig in deinem Licht wandelt, Herr Jesus Christus. Denn du erhältst die Finsternis. Du kamst als das Licht der Welt hier auf diese mit Fluch beladenen Erde her und hast denen ein Anrecht gegeben, Kinder Gottes zu sein, Herr, die dich aufnehmen, Herr Jesus Christus. Und ich danke dir von ganzem Herzen für jede einzelne Seele, die hier drin ist. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass jeder Einzelne auch gerettet ist, Herr, und im Buch des Lebens verzeichnet ist. Und dass ihre Seelen auf ewig bei dir sein dürfen, Herr, wo du bist. Ich bete dir auch, Herr Jesus Christus, ich bete auch für unsere verfolgten Geschwister, die gerade am Leiden sind, Herr. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du ihnen Gnade erweist, Herr, dass du einen Ausweg ihnen bescherst, dass sie nicht alleine sind, Herr Jesus Christus, dass wir, wenn wir jetzt auch nicht mit ihnen sein können, dass wir im Gebet mit ihnen sind und das Leid auch auf uns nehmen, Herr Jesus Christus, und bereit gemacht werden, Herr, dass wir auch für dich leiden, Herr. Und deswegen möchten wir dir weiterhin dienen, Herr. Wir wissen, wie schwer es ist, die Nachfolge anzutreten, aber es lohnt sich, Herr Jesus Christus. Allein, was du für uns am Kreuz vollbracht hast, Herr, das ist das schönste Geschenk überhaupt, Herr Jesus Christus, die Gnade, die du uns erwiesen hast. Wir danken dir von ganzem Herzen und wir bitten dich, uns weiterhin zu führen, lenken und zu leiten und auch unsere Familienmitglieder, Herr, die noch nicht zum Glauben gekommen sind. Dass du sie führst, längst umleitest, Herr, dass sie zu dir finden und alle Menschen dieser Erde, die wirklich auf die Suche nach dir gehen, dass du ihre Augen öffnest und dass du ihnen auch Tod schenkst, wenn ihre Familienmitglieder sie verlassen und verstoßen oder gar auch in die Ewigkeit schicken. Herr, hab Dank für deine Liebe, Güte und Gnade und dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. So, ihr Wunderfall. Dr. Scherer, aber mir macht jetzt langsam mal Schluss und geht jetzt Hayabubo machen und ihr macht das jetzt auch, ihr geht jetzt auch langsam mal Hayabubo machen. Okay? Unser Gott will sehen wir uns dann morgen, je nachdem, wie wir überhaupt noch leben und überhaupt aufwachen. Gute Nacht und Gottes Segen. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen. Vielen Dank für alles. Dankeschön. Möge der Herr euch das 10-Millionen-Fache zurückgeben. Und haltet immer am Herrn Jesus Christus fest, ob wir da sind, weg sind, egal. Und führt das immer weiter, diese Arbeit. Gottes Segen, ihr Wundervollen. Macht's gut. Vielen Dank für alles. Ciao. 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 Ciao.